Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und moin Christian. Hallo Henna. Du Christian, wir reden ja heute ein bisschen über die Maus. Ja, das ist die Sendung mit der Maus heute sozusagen. Oh, sehr schön, daran habe ich gar nicht gedacht. Wunderbar. Ja, in der Sendung mit der Maus wird ja auch immer was erklärt und wir erklären heute auch einiges. Aber vorher müssen wir herausfinden, ob wir maustechnisch überhaupt auf einer Wellenlänge sind. Wir müssen die Gretchenfrage klären und ich erspare dir hier das Wortspiel Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Maus, Christian? Bedienst du das Mausrad mit dem Zeigefinger oder mit dem Mittelfinger? Zeigefinger natürlich. Eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht. Doch, das ist eine kontrovers diskutierte Frage im Netz. Es gab kürzlich eine GameStar-Umfrage. Da haben sich zwei Drittel der Nutzer dafür ausgesprochen, das Mausrad mit dem Zeigefinger zu bedienen. Vernünftigerweise. Der Rest macht das mit dem Mittelfinger. Einige bedienen sogar die rechte Maustaste mit dem Ringfinger, was mir völlig alienartig vorkommt. Da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Aber das ist ja gut. Ich habe gerade die Hand an der Maus in dieser Position mit dem Ringfinger auf der rechten Maustaste und dem Mittelfinger auf dem Mausrad. Und es fühlt sich ganz komisch an, Henner. Ganz, ganz falsch. Ja, es ist falsch. Definitiv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das falsch ist und dass das nicht so vorgesehen ist. Aber das ist gut. Dann machen wir beide das zumindest schon mal gleich. Ich benutze auch das Mausrad mit dem Zeigefinger. Sehr schön. Wie ist denn deine berufliche Verbindung zur Maus? Gibt es da eine? Außer, dass du viele Spiele mit der Maus getestet hast wahrscheinlich. Fragen, die man selten gestellt bekommt. Wie ist denn Ihre berufliche Verbindung zur Maus? Ja, ich benutze sie gerne lieber als alles andere. Es gab ja mal so eine Phase, als sich im beruflichen Kontext die Laptops so langsam durchgesetzt haben, wo Leute ganz begeistert waren von diesen Touchpads, die eben mit den Laptops kamen. Das hast du ja an Desktop-PC normalerweise nicht. Ich erinnere mich daran, dass der Kollege Toni Schweiger, der sehr früh ein großer Fan von MacBooks war, immer geschwärmt davon hat, wie toll das Touchpad ist und dass man da Multi-Touch drauf machen kann und was weiß ich alles für ein Quatsch. Aber es ist halt einfach eine minderwertige Art der Eingabe. Das hilft alles nichts. Es führt keinen Weg an der Maus vorbei. Da bin ich wieder voll und ganz bei dir. Also das wird heute ein sehr harmonisches Gespräch, glaube ich. Ja, ich sehe schon. Sehr gut. Ich hatte ja tatsächlich mal beruflich etwas detaillierter mit Mäusen zu tun. Ah, okay. Denn ich war lange bei einem Hardware-Hersteller, der auch Büro- und Gaming-Mäuse verkauft. Und da war ich zeitweise verantwortlich für die Produktentwicklung und deswegen habe ich mir Maustestverfahren ausgedacht für Testmuster mit ganz professioneller Testsoftware, sowas wie Microsoft Paint und habe also sehr, sehr viele Mäuse in der Hand gehabt. Aber heute nicht mehr. Heute bin ich nur noch Fan, aber wirklich großer Fan. Ich mag meine Maus. Ich habe auch jetzt in diesem Moment meine Maus fest umklammert. Also die Bilder, die sich im Kopf unserer Zuhörer bilden, jetzt schon. Es ist der Wahnsinn. Maus-Fans hört man ja auch selten. Aber vielleicht werdet ihr alle nach dem Anhören dieser Episode von Stay Forever Technik auch zu Maus-Fans. Denn überraschenderweise gibt es echt viel zu erzählen dazu. Ich frage dich mal pauschal vorneweg, Henner, warum sprechen wir heute eigentlich über die Maus? Ja, weil die Maus das definierende Eingabegerät für den Desktop-PC ist. Vielleicht nicht für den Laptop, wie du schon gesagt hast, da gibt es ja noch diese Touchpads. Aber einen richtigen klassischen Schreibtisch-PC, den muss man mit der Maus steuern und auch die Spiele steuern sich ja am allerbesten mit der Maus. Die Maus ist also nicht nur ein Steuergerät, sondern auch ein Gaming-Controller. Und da ist dann die Verbindung zu Stay Forever ganz offensichtlich. Es geht eben auch um Spiele. Genau. Ja, die Maus ist nicht nur ein populäres Eingabegerät. Sie ist insbesondere auf dem PC eigentlich mit der Taste dazu zusammen das Standardeingabegerät. Und das, obwohl es ja nun wirklich genügend Alternativen gibt. Und wenn wir jetzt gleich zum Auftakt unserer Erzählung über die Maus mal im Parfumsritt durch die Geschichte der Eingabegeräte gehen, dann wird man schon feststellen, dass die Maus, obwohl sie 60 Jahre alt ist inzwischen, eines der jüngeren Eingabegeräte ist. Fast alles, was man sich so vorstellen kann, wie man einen Computer kontrolliert, gab es schon vorher. Das ist der eine interessante Aspekt. Der andere interessante ist, dass uns diese Geschichte der Maus auch nach Deutschland und in die Schweiz führen wird. Oh ja, Deutschland ist sogar eine ganz wichtige Station auf dieser Reise. Aber zuerst müssen wir mal wieder, wie immer eigentlich in unseren Gesprächen, ganz weit zurück in die Anfangstage des Computers zurückkehren. Die allerersten Computer, die hatten natürlich noch keine Maus. Die hatten auch überhaupt keinen Bedarf an einer Maus. Denn die Maus ist ja nicht nur ein Informationseingabegerät, sondern vor allem ein Zeigegerät, mit dem wir Elemente auf dem Bildschirm auswählen und markieren. Und dafür muss ein Computer ja erstmal einen Bildschirm haben. Und das war zu Beginn des Computerzeitalters noch nicht der Fall. Die allerersten Computer der 1940er Jahre, die hatten ja nicht mal eine Tastatur. Die mussten noch völlig neu verdrahtet werden, immer wenn sie eine neue Aufgabe bekommen haben. Meistens eine komplexe Rechenaufgabe. Und das Ergebnis haben sie also nicht an einem Bildschirm ausgegeben, sondern mit Lochstreifen oder in Form von blinkenden Lämpchen. Und bald kommen dann die ersten Tastaturen hinzu. Das sind elektrische Schreibmaschinen, die umgewidmet wurden für die Eingabe in den 40er Jahren beim ENIAC 1945 zum Beispiel. Da benutzt man schon eine elektrische Schreibmaschine, mit der man dann allerdings Lochkarten stanzt, die man wiederum über ein Lesegerät in den Computer reinfüttert. Also noch über einen Umweg mit dem Computer kommuniziert. Da gibt es auch noch keinen Monitor. Und das bedeutet, dass der Computer jetzt zwar ein bisschen bequemer zu bedienen ist, als ganz zu Beginn, als man noch Kabel umstecken musste für jede einzelne Aufgabe. Aber diese ganz frühen Computer ohne Bildschirm, die sind noch nicht richtig interaktiv. Und Interaktivität ist ja etwas, was wir mit dem Computer ganz fest verbinden. Man kann aber mit diesen frühen Computern nicht wirklich arbeiten. Also die Betonung liegt hier auf mit. Man kann nicht mit oder am Computer arbeiten. Man kann nicht live in den Programmablauf eingreifen. Man kann ihn nicht beobachten. Man kann keine Daten ändern. Man kann ihm nur einen Auftrag geben und dann abwarten, bis das Ergebnis rauskommt. Und für echte Interaktivität braucht man einen Bildschirm. Und der kommt dann in den 50er Jahren dazu. Ja, das sind noch Rechenmaschinen im Wortsinne. Diese frühen Computer, wo du etwas einstellst und dann führen die ihre Operation raus. Und dann kommt ein Ergebnis raus. Und ja, diese Bildschirme, also die Katronenstrahlröhren, die dafür notwendig sind, die kommen dann in den 50er Jahren so langsam auf. Vor allen Dingen am Anfang erstmal dafür, um darzustellen, wie der Speicherinhalt des Computers aussieht. Also in was für einem Zustand sich die Maschine gerade befindet. 1951 gibt es einen recht bekannten Computer vom MIT, der Whirlwind Computer. An dem kann man dann schon ein Oszilloskop anschließen. Und dieses Oszilloskop, das ist ja eigentlich ein Bildschirm, auf dem eine Kurvenlinie dargestellt wird, der kann 1951 sogar schon Symbole darstellen, die vom Computer errechnet werden. Also so kleine Buchstaben. Und die sollen damals schon die Radarsignaturen von Flugzeugen darstellen. Dieser Wirlwind Computer wird hier, bin ich verwunderlich, dann auch von der US-Luftwaffe als erstes eingesetzt. Aber das ist ein wesentlicher Schritt für Computer, denn zum ersten Mal wird hier eine Information auch visualisiert auf einem Bildschirm. Und zwar sogar in einer Form, wo die Positionierung eine Rolle spielt. Diese ganzen frühen Computer, selbst wenn die Computerbildschirme dann ja Text zum Beispiel darstellen, sobald das mal in den größeren Gebrauch geht, die Computer sind das ja erstmal textbasierte Bildschirme, folgt einfach nur der Leserichtung von links oben nach rechts unten und zahlenweise und so weiter. Aber es ist relevant, insbesondere dann natürlich für die Interaktivität später auf Basis von so einem Bildschirm, wenn Information auch an einer bestimmten Stelle des Bildschirms erscheinen kann. Zum Beispiel auf so einer Radarkarte, wo es halt einfach Himmelsrichtungen gibt. Und dann markiert ein kleiner Buchstabe auch eine Position an diesem Koordinatensystem. Die Radartechnik, die wird uns heute immer wieder begegnen. Und deswegen ist es ganz hilfreich, mal zu erklären, was Radar überhaupt ist. Den meisten ist das wahrscheinlich ein Begriff, aber für alle anderen kurz erklärt. Das ist eine Technik für die Richtungs- und Abstandsmessung. Und die kommt zum Einsatz unter anderem bei der Flugüberwachung, also der Überwachung von zivilem Flugverkehr oder auch der Zielverfolgung in der militärischen Luftverteidigung. Und das gibt es seit den späten 1930er Jahren. Also im Zweiten Weltkrieg wurde das schon eingesetzt. Und so ein Radargerät, das sendet elektromagnetische Wellen aus, also Funkwellen in alle Richtungen. Und wenn diese auf ein Objekt treffen, also ein Flugzeug oder ein Schiff, dann werden sie von diesem Objekt reflektiert. Und die Reflexion wird dann von einer Antenne eingefangen. Und so lässt sich dann die Position des Flugzeugs oder des Schiffs bestimmen. Und wenn man das oft genug hintereinander macht, dann erkennt man natürlich auch eine Bewegung. Also ob sich das Objekt auf einen zubewegt und man Angst kriegen sollte oder nicht. Und um diese Position zu visualisieren, gibt es den Radarschirm, also eine Art Bildschirm, anfangs meist rund, auf dem diese Objekte als Punkte dargestellt werden. Und das kennen wahrscheinlich die meisten zumindest aus Computerspielen, etwa Wing Commander oder ähnlichen Spielen, in denen ja der Radarschirm auch sehr stark angelehnt ist an das reale Vorbild aus dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn diese Spiele in der Zukunft spielen und Raumschiffe darstellen und keine Flugzeuge. Das Prinzip ist meistens dasselbe. Ein runder Schirm, meistens grün, auf dem abstrakte Punkte oder Linien eingezeichnet werden, die diese Radartechnik erkennt. Und diese Radarsysteme, die treiben die Entwicklung der Bildschirmtechnik nach dem Zweiten Weltkrieg weiter voran. Im Koreakrieg ab 1950 zum Beispiel, da setzen die Amerikaner ein radargestütztes Flugabwehrsystem ein, das auf seinen Schirmen nicht nur die Bewegung von Flugzeugen darstellt als Pünktchen, sondern das erlaubt zum ersten Mal auch die Markierung von Zielen. Und um diese Ziele, also Flugzeuge, abstrakte Punkte zunächst mal zu markieren, muss sich ja eine X- und eine Y-Achse angeben, also eine zweidimensionale Position auf dem Radarschirm irgendwie markieren können. Und das geschieht bei diesen frühen Geräten über zwei handbetätigte Räder. Eines für die X-Achse, also rechts, links, und eines für die Y-Achse, hoch und runter. Das ist also ein ganz früher Vorläufer der Maus. Und diese Geräte, diese Eingaberäder, die ergänzen die in Echtzeit aktualisierte Bildschirmanzeige jetzt um die Möglichkeit der direkten Manipulation. Damit ist eine gewisse Form von Interaktivität geschaffen, wenn allerdings zu dieser Zeit noch nicht an einem richtigen Computer. Das passiert im nächsten Schritt. Das klingt erstmal umständlich und antiquiert mit zwei Rädern sowas zu steuern, aber das ist nicht mehr weit weg von der Grundfunktionalität dann schon von der ersten Maus. Aber da gibt es einen wichtigen Zwischenschritt, der vorher passiert, und das ist die Erfindung des Trackballs. Da sind wir jetzt im Jahr 1946. Da gibt es einen Briten, der heißt Ralph Benjamin, und der arbeitet natürlich auch fürs Militär, für die Royal Navy, also für die Marine, an einem Programm namens Comprehensive Display Systems. Und natürlich ist da auch wieder ein Radarbildschirm dran. Und der dient dafür, dass also Schiffsbesetzungen die Flugbahnen von Flugzeugen, die verdächtig niedrig anfliegen, verfolgen können. Und so eine Radaranlage per se ist noch kein Computer. Das ist ein elektrisches Gerät, ein Bildschirm dran. Aber das werden relativ früh mit diesen Radaranlagen schon Computer verbunden, um sie interaktiv zu machen. Hier bei diesem System von dem Herrn Benjamin, da hängt ein Analogcomputer dran. Und das Ziel ist hier, dass man auf diesem Radarschirm dann auch wieder Punkte markieren kann. In diesem Fall für die Vorhersage oder Vorherberechnung von der Flugbahn von diesem Objekt, das da auf dem Schirm auftaucht. Und das wird bei dieser Anlage mithilfe eines Joysticks schon gemacht. Also ein Joystick, ein Stick, den man mit Handbewegungen in bestimmte Richtungen drückt, das ist eine der ganz frühen Arten der Eingaben. Das gab es zu der damaligen Zeit schon. Aber sehr krude Joysticks. Und der Benjamin, der ist damit auch unzufrieden. Der findet das nicht sonderlich effektiv. Und deswegen denkt er sich ein eigenes aus. Und bei seinem Gerät, da wird die Bildschirmposition durch das Drehen von einer kleinen Metallkugel bestimmt. Die steckt in einem ebenfalls metallenen Gehäuse. Das ist nach oben offen. Also oben guckt die Kugel raus und die kann man dann drehen. Und unten liegt diese Kugel auf, auf zwei gummierten Rädern. Das ist im Endeffekt das gleiche Prinzip wie bei dieser Koreakrieganlage der Amis. Das sind gummierte Räder und die werden halt nicht von Hand gedreht, sondern durch die Bewegung dieses Balls. Aber auch die übertragen dann wieder die X- und Y-Positionen des Punktes auf den Radarschirm. Und im Endeffekt ist das von der Technologie her schon das Gleiche, was dann später in der Kugelmaus drin ist. Da ist es halt nur auf den Kopf gestellt bei der Maus. Da rollt man den Ball über den Schreibtisch. Aber in der Maus drin werden auch wieder Räder dadurch bewegt. Und hier bei einem Trackball, da rollt man den Ball mit der Hand. Und dieses Gerät, das der Herr Benjamin da erfindet, das nennt er noch nicht Trackball, sondern das wird damals Ball Tracker genannt oder auch Rollerball. Und erst später nimmt es dann den Namen Trackball an. Und das ist also erstmal ein Prototyp, der da entsteht. Das wird in Navy-Dokumenten dann auch hinterlegt und es wird sogar patentiert im Jahr 1947. Da sind wir also wirklich sehr früh. Aber es geht nicht an die Öffentlichkeit, denn die Royal Navy sagt, das ist ein Militärgeheimnis, diese Technologie. Und dieses Gerät, das da entwickelt wird, das CDS, dieses Radargerät für Schiffe, das geht dann allerdings in Serie. Aber da hängt dann immer noch der Joystick dran, der den Ralph Benjamin so genervt hat. Also der Trackball ist da nicht mit dabei. Ja, wenn man im Netz nach Informationen über die Mausgeschichte sucht, wie ich das in den letzten Monaten doch häufiger gemacht habe, dann findet man unweigerlich auch mehrere Artikel über diesen Ralph Benjamin. Und in denen wird ihm zuweilen auch die Erfindung der Maus zugeschrieben. Ich würde ja lieber klar trennen zwischen Trackball und Maus. Das ist ja nicht unerheblicher Unterschied. Aber diese Artikel nehmen das dann nicht ganz so genau. Das ist auch meistens nicht die Fachpresse, die da schreibt. Und das fällt auf, dass diese Artikel vorzugsweise in der britischen Presse erschienen sind. Und da heißt es dann, Brite erfand die Maus 20 Jahre vor den Amerikanern. Ich glaube, da spielt auch ein bisschen Nationalstolz mit rein. Also das wird noch relevant werden, diese Frage, wie unterschiedlich ist eigentlich ein Trackball und eine Maus. Aber es sind manchmal ganz kleine und triviale Ideen, die dann in der Praxis einen großen Unterschied machen, wie zum Beispiel die Frage, wie rum wird so ein Gerät eigentlich gehalten? Was ja in dem Fall der zentrale Unterschied ist. Ich stimme dir aber zu, ein Trackball ist von seiner Bedienung zumindest und von der Art und Weise, wie er eingesetzt wird, schon noch was anderes als ein Maus. Ja, der Trackball ist damit allerdings noch nicht gestorben, auch wenn dieses Radarsystem dann ja in der Serie einen Joystick bekommt. Denn es kommt dazu, dass einige Ingenieure aus Kanada diesen Trackball-Prototyp zu sehen bekommen und dann 1949 ihre eigene Version bauen für ihr eigenes radargestütztes Schlachtfeld-Informationssystem, ein System namens DATAR. Und hier kommt jetzt anstatt eines analogen Computers, wie bei dem Ralph Benjamin, schon ein digitaler Computer zum Einsatz, der an dieses Radarsystem angeschlossen ist. Und in deren Version des Trackballs ist auch keine Metallkugel drin, sondern eine Bowlingkugel, die man sich allerdings nicht vorstellen muss wie unsere Bowlingkugel. Das ist eine kanadische Bowlingkugel, einer bestimmten Bowling-Variante, die ich nicht kannte, die aber wohl mehr mit Kegeln zu tun hat als mit Bowling. Das heißt, die Kugeln sind wesentlich kleiner und haben auch keine Löcher. Die wären, glaube ich, eher störend bei dieser Benutzung als Trackball. Aber das ist technisch im Grunde das Gleiche. Auch hier also eine nach oben zugängliche Kugel in einem Gehäuse, die, wenn man sie dreht, mit der Hand dann zwei Walzen oder zwei Räder betätigt, über die dann die Information weitergegeben wird an das System, welchen Punkt man da eigentlich auf dem Radarschirm auswählen will. Und auch dieses System wird gebaut als Prototyp, aber auch nur ein einziges Mal. Kommt also auch nicht hinaus über den Prototypen-Status. Und erneut gibt es militärische Geheimhaltung, die dafür sorgt, dass der Trackball unbekannt bleibt. Aber trotzdem, jetzt haben wir einen richtigen digitalen Computer mit einem richtigen Trackball. Und damit sind wir im Computerzeitalter des Trackballs angekommen. Das Ganze erlebt dann in den 60er-Jahren erst eine Renaissance. Da wird das Ganze dann kommerzialisiert. Die Firma Orbit Instrument, die veröffentlicht im Jahr 1966 den Orbit XY Ball Tracker. Und das ist ein richtiger Trackball, wie wir ihn heute noch kennen. Ein bisschen größer vielleicht und in den Tisch eingelassen, statt als separates Gerät. Aber im Grunde genauso, wie der Trackball auch heute noch funktioniert. Und der wird eingesetzt natürlich in der Flugkontrolle am Radarbildschirm. Allerdings in der zivilen Luftfahrt nicht so sehr beim Militär. Und da bewährt er sich auch. Also da erweist er sich als präzise, als zuverlässig und auch bequem einhändig bedienbar. Was ich mir bei diesen zwei Rädern, die da ursprünglich zum Einsatz kamen, nicht vorstellen kann. Und damit ist der Trackball in der Welt. Aber trotzdem gibt es doch noch ein paar Alternativen in den nächsten Jahren. Der setzt sich nicht alleine durch. Der Trackball hat zwei große Vorteile, würde ich sagen. Und die sind auch heute teilweise noch relevant. Das eine ist, dass das ein ziemlich platzsparendes Eingabegerät ist. Also so eine Maus benutzt du ja auch auf einer relativ kleinen Fläche, aber brauchst trotzdem, wenn du jetzt da eine größere Bildschirmdistanz zurücklegen willst, dann brauchst du doch ein bisschen mehr Platz. Und der Trackball ist ja einfach fest eingelassen. Und diese Kugeln eines Trackballs sind ja in der Regel sehr viel größer als die Kugeln, die in einer Maus drin sind. Und je größer der Ball, desto feiner kann die Bewegung sein. Du hast gerade schon gesagt, das sind recht präzise Eingabegeräte. Das hängt auch damit zusammen, dass die halt schlichtweg recht große Kugeln haben. Aber ja, jetzt sagtest du schon, andere Eingabegeräte. Ich springe nochmal zurück zu diesem Whirlwind Computer vom Massachusetts Institute of Technology, vom MIT, den ich vorher schon erwähnt habe, aus dem Jahr 1951, der dann in den Radaranlagen verwendet wurde. Der bringt nämlich noch ein weiteres Eingabegerät hervor. Der wird in ein Luftabwehrsystem namens SAGE integriert. Semi-Automatic Ground Environment heißt das. Das geht 1958 in Betrieb. Und dafür ist es schon ein paar Jahre vorher ein weiteres Anzeigegerät, ein Bildschirmzeigegerät entwickelt worden, nämlich der Light Pen. Damals wird das auch noch Light Gun genannt. Das ist ein Begriff, den wir heutzutage mit den Spielhallen assoziieren, wo du damit so Plastikkanonen auf irgendwelche Bildschirme zielst. Aber damals, wie gesagt, ist das ein Name, der auch noch für dieses Bildschirmgerät verwendet wird. Und hier im Deutschen nennt man sowas einen Lichtgriffe. Sehr schönes Wort, ja. Ja, ein super Wort. Sollte man häufiger benutzen, ein Lichtgriffe. Das ist im Endeffekt ein elektronischer Stift, der also auch noch in diesen ursprünglichen Versionen auch noch an einem Kabel hängt, logischerweise. Und mit dem kann man über den Bildschirm fahren oder den Bildschirm berühren. Und das ist ein recht einfaches Prinzip, das da dahinter steckt. In der Spitze von diesem Stift ist nämlich eine Fotodiode angebracht. Das ist eine Diode, ein elektronisches Bauteil, das kann Licht erkennen. Simpel gesagt, ist es hell oder dunkel, erkennt das. Und wenn du das auf einem Bildschirm hältst, auf so einem röhren Bildschirm, läuft dir der Elektronenstrahl die ganze Zeit über die Leuchtschicht. Immer wahnsinnig schnell, immer von links nach rechts, von oben nach unten. Und immer dort, wo dieser Strahl auf die Leuchtschicht trifft, da leuchtet es kurz auf. So ist das Prinzip von solchen Monitoren und Bildschirmen. Und wenn dieser Katronenstrahl dann die Stelle passiert, wo der Lichtgriffel drauf gerade gedeutet wird, dann registriert diese Fotodiode das. Dann wird es da kurz hell auf dem Bildschirm und die Fotodiode sendet dann wiederum an den Computer, ach, hier ist es gerade hell geworden. Und daraus kann der Computer errechnen, wo die gerade sein muss. Weil der weiß, wo ist mein Elektronenstrahl gerade auf dem Bildschirm und jetzt hat diese Lichtgriffe gesendet. Aha, das muss also die Position sein, wo der ist. Und so kann man also im Endeffekt dem Computer sagen, auf welcher Position man etwas markiert hat. Und damit kann ich da eine Markierung setzen oder etwas draufmalen oder sowas. Das ist eigentlich nur dadurch limitiert, was der Computer dann wiederum an Rechenkraft hat und was der alles damit anstellen kann. Und bei diesen militärischen Systemen, da geht es also hauptsächlich darum, einen Punkt zu setzen, also eine Koordinate zu markieren auf einem Radarbildschirm. Und selbstverständlich ist das also auch für diese militärische Flugüberwachung entwickelt. Das ist der Einsatzzweck. Aber auch das springt dann über in zivile Anwendungen an Computern. IBM zum Beispiel ist ja einer der ganz großen Hersteller von diesen Großcomputern-Mainframes schon in den 50er, 60er Jahren. Da gibt es ein System 360. Da kann man auch Zusatzkomponenten dafür kaufen, zum Beispiel ein Vektorgrafiksystem. Das ist dann also eine Kombination aus einem Röhrenbildschirm und dem Griffel und einer Tastatur. Und das kann man an diesen Großrechner anschließen, damit dann Programme ausgeführt werden können, die da auf diesem Bildschirm Dinge darstellen. Das können Textzeichen sein. Das kann aber halt vor allen Dingen auch Vektorgrafik sein. Also für grafische Anwendungen, für CAD-Anwendungen, also Architektur und solche Dinge. Das ist jetzt natürlich keine Art der Bedienung, die wir heutzutage im Mainstream groß vorfinden. Das ist aber für die Entwicklung von Eingabegeräten trotzdem ein wichtiger Schritt. Denn der Computer wird damit jetzt also, interaktiv ist er ja schon lange, aber der ist jetzt also nicht nur ein Gerät, mit dem ich mir Informationen anzeigen lassen kann und irgendetwas berechnen oder wiedergeben kann, sondern wo ich auch unmittelbar mit und auf dem Computer gestalten kann. Wie gesagt, ich kann mit diesem Lichtgriffel ja auf dem Bildschirm rumwischen und theoretisch und auch praktisch in diesen Beispielen damit Dinge verschieben, Dinge malen und so weiter. Und für solche Anwendungsfälle ist so ein stiftähnliches Eingabegerät auch heutzutage noch relevant. Ja, das gibt es schon noch. Das ist kein Lichtgriffel mehr, weil keine Fotodio, die mehr drin sitzt. Und es ist ja auch kein Röhrenbildschirm mehr, über den wir dieses Ding bewegen, sondern wir sprechen eher von einem Touchpen, würde ich sagen, heute. Der funktioniert dann im Zusammenspiel mit einem Touchscreen auf einer anderen Technologiebasis. Aber das Prinzip ist dasselbe. Wir wischen also mit dem Stift direkt über den Bildschirm und machen damit unsere Eingaben, was in der Grafikbearbeitung durchaus Vorteile hat. Aber auch einige Nachteile, vor allem den, dass damit ja immer ein Teil des Bildschirms verdeckt ist. Stimmt. Weil meine Hand nämlich davor ist. Hand, die dumme Hand ist da im Weg. Ja, lästig. Und so kommt es dann recht bald auch zu einer Alternative. Jetzt müssen wir wieder ein paar Jahre zurückspringen. 1957 wird nämlich das Grafiktablett erfunden. Oder vielmehr ein früher Vorläufer des Grafiktabletts. Wieder ein Eingabestift, der aber diesmal nicht direkt auf dem Bildschirm hin und her geführt wird, sondern auf einer separaten Fläche, auf eben einem Grafiktablett. Aber diese erste Entwicklung von den Bell Labs ist noch gar nicht gedacht für Grafikeingabe, fürs Malen, für die Kunst, sondern für die Digitalisierung von Handschrift. Oder vielmehr für die Eingabe von Zeichen und Buchstaben über dieses Tablett, die der Computer dann umwandelt in digitale Zeichen. Und das ist auch nur ein Prototyp. Dieses Gerät geht nicht in Serie. Das passiert dann erst 1964 mit dem Graficon. Der wird vorgestellt von einer Firma namens Rand Corporation und finanziert durch die ARPA, das ist die Forschungseinrichtung des US-Militärs. Wir reden sehr viel übers Militär hier heute. Sehr viele dieser Entwicklungen gehen auf das Militär zurück. Und dieser Graficon, der funktioniert genau wie spätere Grafiktabletts. Also ich mache Stifteingaben auf einer Fläche, die vom eigentlichen Bildschirm separiert ist. Die ist damals 25 mal 25 Zentimeter groß. Und was ich dort eingebe, wird direkt analog auf dem Bildschirm wiedergegeben. Mit einer relativ hohen Auflösung schon von 100 Punkten pro Zoll, also 100 dpi. Und damit lassen sich schon recht präzise Grafiken in den Computer eingeben. Und nicht nur Schrift eingeben, wie mit dem Prototyp, der vorher entstanden ist. Und dieser Grafakon wird vor allem eingesetzt für Markierungen oder Notizen auf digitalisierten Karten und Bildern. Ist allerdings kein großer Erfolg, denn das Gerät wird nur an Forschungseinrichtungen geliefert, also nicht auf dem freien Markt verkauft. Und kostet diese Einrichtungen 18.000 US-Dollar. Damit ist klar, dass der Einsatz relativ überschaubar bleibt. Es ist also noch kein Massenmarkt, der hiermit erschlossen wird. So, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Eingabegeräten beschrieben, die überwiegend aus den 40ern, 50ern stammen, zumindest in ihrer Konzeption und ihren ersten Einsätzen. Und wir nähern uns jetzt dann der Zeit der Erfindung der Maus. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, Eingaben zu tätigen? Zum Beispiel den Touchscreen, wo du überhaupt kein Gerät mehr brauchst, sondern einfach direkt mit deinem Finger auf dem Bildschirm eine Position markierst oder eine Taste drückst oder sowas. Und auch das ist eine Erfindung, die viel älter ist, als man meinen möchte. Die geht zurück auf die 60er Jahre. 1965 hat ein Brite Eric Johnson selbstverständlich in einer Radar-Forschungseinrichtung, wo auch sonst, das sich ausgedacht. Und das dauert ein paar Jahre, bis das tatsächlich dann so weit entwickelt ist, dass es auch in der Praxis eingesetzt werden kann, in der Flugüberwachung. Also das sind so frühe Anwendungen davon, aber so richtig kommerziell in die Breite geht der Touchscreen dann erst in den 80er Jahren. Also das dauert dann schon noch eine ganze Weile. Und es gibt dann neben dem Touchscreen natürlich auch noch das vorhin schon erwähnte Touchpad. Also das, was man hauptsächlich auf Laptops zum Beispiel findet. Also eine Sensorfläche, wo man dann mit Fingerbewegungen und Fingergesten den Cursor steuert. Und das ist etwas, was ab 1982 erstmals vom Computerhersteller Apollo verkauft wird. Das befindet sich dann in einem der ersten batteriebetriebenen Laptops, der heißt Apollo Gavallion SC. Aber auch hier, es dauert eine ganze Weile, bis sich das in der Breite durchsetzt, bis die Laptops auch überhaupt populärer werden. Da sind wir dann schon in den 90er Jahren. Und einige von euch, die ein Laptop haben, kennen vielleicht auch noch die Variante Trackpoint. Das ist so ein kleiner Knubbel, den man auf manchen Laptops hat, so ein Mikro-Joystick im Tastenfeld. Das gibt es auch schon seit den 80er Jahren. Aber auch da wird das eigentlich erst mit diesen IBM ThinkPad Notebooks so richtig populär. Da sind wir dann auch wieder in den 90ern. Und im Gaming-Bereich haben wir natürlich auch noch Gamepads. Über den Joystick haben wir schon gesprochen. Das Gamepad ist auch eine vergleichsweise neue Eingabeform. Aber das soll ja heute gar nicht unser Thema sein, sondern wir reden selbstverständlich über das wichtigste Eingabegerät aller Zeiten. Und das ist natürlich die Maus. Das Wichtigste und Beste, ja. Ich kann mit Touchpads wirklich nicht gut umgehen. Immer wenn meine Frau mich bittet, ihr am Laptop bei irgendwas zu helfen, bei dem Excel-Problem oder so, dann schließe ich immer als allererstes eine Maus an. Damit kann ich auch nicht besser helfen, aber mit dem Touchpad würde ich alles nur kaputt machen. Ich kann damit beim besten Willen nicht gut umgehen. Ich stimme mir da vollkommen so. Das macht mich auch wahnsinnig. Meine Frau versucht dann auch komplexe Sachen wie irgendwas in Excel oder sowas mit dem Touchpad zu machen. Das kann ich nicht ertragen. Da kriege ich Schmerzen beim Zugucken. Da muss eine Maus dran. Unbedingt. Und das denkt sich auch ein Herr, so ähnlich. Genau das hat seine Frau beobachtet in Excel. Genau. Douglas Engelbart, genannt Doug. Wir werden ihn auch freundschaftlich wahrscheinlich heute meistens Doug Engelbart nennen. Der hatte genau das gleiche Problem und hat deswegen die Maus erfunden. Das ist die Kurzfassung. Die längere Fassung dieser Geschichte ist wie folgt. Der Doug Engelbart ist ein US-Amerikaner. Der wird 1925 geboren in Oregon. Und dort studiert er dann ab 1942 auch Elektrotechnik. Schließt dieses Studium 1948 auch ab. Aber vorher, im Jahre 1944, da wird er erst noch zum Wehrdienst einberufen. Für zwei Jahre in der Navy. Und die Navy, die bildet ihn dann zum Funk- und Radartechniker aus. Natürlich, es geht wieder um Radartechnik. Und zwar auf den Philippinen. Also Kampfeinsätze sieht er da, glaube ich, nicht. Aber diese Zeit, die wird sein späteres Leben mitbestimmen, wenn auch auf unerwartete Weise. Wir schreiben das Jahr 1945 im Herbst. Der Krieg ist gerade vorbei. Und Doug Engelbart, der sitzt auf einer philippinischen Insel und wartet auf seine Verschiffung, wartet auf neue Befehle von oben, wo er als nächstes hin versetzt werden soll. Ein Jahr Wehrdienst hat er ja noch vor sich. Und auf dieser Insel stößt er auf eine Bibliothek des Roten Kreuzes, die das Rote Kreuz dort in einer Hütte eingerichtet hat. Er beschreibt das in einem Interview mal ganz plastisch. So eine hölzerne Hütte mit offenen Fenstern. Und da klettert man mit einer hölzernen Bambusleiter nach oben und findet sich dann in einem kleinen Raum voller Bücher, aber menschenleer. Das klingt eigentlich sehr schön, diese Situation. Idyllisch. Ja, sehr idyllisch. Wenn man Bücher mag. Wenn man Bücher mag, genau. Weit und breit kein Mensch, aber ein Haufen Bücher. Und er hat eine Menge Zeit, weil er keine Befehle hat. Und so greift er sich das ein oder andere Buch und blättert ein bisschen daran rum. Und dann fällt ihm eine Zeitschrift in die Hand. Die Juli-Ausgabe der US-Zeitschrift Atlantic Monthly. Und er blättert darin rum und stößt darin auf einen Artikel von einem Herrn Vannevar Bush. Das ist ein Ingenieur. Und der ist Direktor des Amtes für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung der USA. Das ist eine Regierungsbehörde, die militärische Forschung koordiniert. Und dieser Artikel, den der Vannevar Bush da geschrieben hat, der heißt As We May Think. Könnte man übersetzen mit Wie wir eines Tages möglicherweise denken. Klingt vielleicht weniger griffig als das Original, aber ein bisschen. Und das ist ein wegweisender Artikel. Der lässt sich auch leicht im Netz finden. Ist ganz faszinierend. Und in diesem Artikel skizziert der Bush eine fiktive Maschine, die er ersonnen hat. Und diese Maschine soll bei der Verarbeitung von Informationen helfen. Der schreibt also der Bush, es gibt einen wachsenden Berg von Forschungsergebnissen. Doch unsere Methoden zur Übermittlung und Überprüfung von diesen Ergebnissen sind generationenalt und völlig unzureichend. Also es gibt zu viele Informationen und wir können die nicht managen, sagt er damit im Grunde. Und es gäbe ja aber mittlerweile verschiedene mechanische Hilfsmittel, um dieses Problem zu lösen. Und mit diesen mechanischen Hilfsmitteln ließ es sich doch theoretisch ein Gerät konstruieren, mit dem man alle Bücher und Aufzeichnungen und Mitteilungen speichert. Und das so mechanisiert ist, dass man sehr, sehr schnell auf alles zugreifen kann. Also eine mechanische Ergänzung des Gedächtnisses. Und er hat auch einen Namen für diese hypothetische Maschine, die nennt er Memex. Und in Bushs Vorstellung besteht die, er beschreibt das recht genau, aus einem Schreibtisch. Und darauf stehen schräge Bildschirme, die das Material anzeigen. Auf die wird das Lesematerial projiziert. Und zur Steuerung dieses Gerätes dienen eine Tastatur und eine Reihe von Knöpfen und Hebeln. Also von der Maus ist da noch nicht die Rede. Und mit diesen Gerätschaften blättert man in beliebiger Geschwindigkeit durch die dargestellten Dokumente. Also das ist noch kein Computer, den er hier beschreibt. Der kann noch nicht viel von Computern wissen in diesem Jahr. Das ist eine analoge Maschine und die operiert auch nicht mit modernen Magnetspeichern und auch nicht mit Bildschirmen, sondern mit Mikrofilmen und Projektionsflächen. Und dieses Memex ist natürlich auch nur ein Gedankenexperiment. Das hat er ja nicht gebaut. Aber Doug Engelbart, der diesen Artikel liest, der ist fasziniert von dieser Vision. Und ihn lässt das nicht los. Und ein paar Jahre später hört er dann auch von dieser neuen Gerätegattung, die es gibt, dem Computer. Und Engelbart wird sofort klar, dass sich diese Memex-Idee damit verwirklichen lässt. Dass es nicht ein Gedankenexperiment bleiben muss, sondern dass man wirklich eine Maschine bauen kann, die tatsächlich als Ergänzung zum menschlichen Gedächtnis dienen kann. Und er sagt später in einem Interview, als ich zuerst von Computern hörte, wusste ich aufgrund meiner Radar-Erfahrung, dass diese Maschinen Informationen auf Bildschirmen darstellen können. Aus diesen Gedanken entwickelt er dann eine eigene Idee. Und daraus erwächst ihm auch seine Lebensaufgabe. Dieses Gedankenexperiment, dieses Memex, das ist, wie du schon sagtest, wirklich ein einflussreicher Artikel gewesen. Unter anderem auch deswegen, weil der Busch da auch den Gedanken des Hyperlinks vorweggenommen hat. Weil einer seiner Überlegungen war, dass diese ganzen Informationen miteinander verknüpfbar sein müssen. Und dass der Benutzer also auch entscheiden kann, wie Informationen verknüpft sind und dann von einer zum anderen springen kann. Also wirklich ganz besonders weitsichtiger Artikel, würde ich sagen. Ja, wobei ich mich frage, wie das funktionieren soll. Wie stellt man denn Links her auf Mikrofilmen in einer mechanischen Maschine? Ist mir unklar. Ja, es ist ja ein Gedankenexperiment. Da musste man es ja nicht bauen. Ja, okay. Aber nun, wie gesagt, inspiriert sind eben so Leute davon wie Doug Engelbart, der dann beschließt, na, das lässt sich doch mit Computern sicher in die Praxis umsetzen, beziehungsweise dieser Gedanke verwirklichen, dass dann die menschliche Kapazität und das Gedächtnis der Menschen erweitert werden könnte damit. Und er beschließt dann also, diese Werkzeuge zu entwickeln. Und er beschreibt dann auch später in Interviews, dass er dann sehr schnell Gedanken davon hat, wie so ein Gerät aussehen könnte. Und dass da vor allen Dingen ein Röhrenbildschirm eine ganz zentrale Rolle spielt, weil darauf sollen ja die ganzen Informationen dargestellt werden. Nicht nur Textinformationen, sondern auch grafische Informationen. Der Computer ist viel besser geeignet, diese Informationen zu verarbeiten und damit umzugehen. Und irgendwie muss er ja auch gesteuert werden. Am Anfang hat der Engelbart noch überhaupt keine Vorstellung davon, wie. Das ist, glaube ich, auch gar nicht seine zentrale Fragestellung, wie man das bedienen könnte. Und die üblichen Methoden dieser Zeit sind halt sowas wie Knöpfe, Schalter, Hebel, eine Tastatur vielleicht, solche Sachen. Also da ist aber in diesem jungen Mann überhaupt erst mal diese Vorstellung gereift. Aber umsetzen kann er sie zu dieser Zeit noch nicht. Zunächst mal macht er einen Masterabschluss in Elektrotechnik und dann auch noch seinen Doktortitel. 1955 ist das. Und 1957 fängt er dann am Stanford Forschungsinstitut an. Stanford Research Institute, kurz SRI. Dort arbeitet er. Das ist eine Einrichtung der Kalifornischen Universität Stanford. Sitz ist Menlo Park, auch ein bekannter Name. Und dort forscht der Engelbart dann an Computertechnologien. Und auch vor allen Dingen an der Miniaturisierung von Computern, die ja noch raumfüllende Geräte sind in dieser Zeit. Und dort fängt er also an, an seiner großen Lebensaufgabe zu arbeiten, nämlich dieser computerbasierten Erweiterung des menschlichen Intellekts, um dann große gesellschaftliche Probleme lösen zu können. Also ein großer Idealismus, der damit schwingt. Ja, und diesen Idealismus und diese Idee formuliert er nochmal genauer im Oktober 1962 in einem eigenen Aufsatz. Also 17 Jahre nach dem Artikel von Bush schreibt er seinen eigenen wegweisenden Artikel. Und den nennt er Augmenting Human Intellect a Conceptual Framework. Also das könnte man übersetzen mit die Erweiterung des menschlichen Intellekts, ein Konzept. Der baut stark auf auf den Artikel von Bush, auf dieses As We May Think. Der zitiert den auch recht ausführlich. Und er behandelt, wie er selbst schreibt, die erste Phase eines Programms, das auf die Entwicklung von Mitteln zur Steigerung des menschlichen Intellekts abzielt. Da sind wir hier in den 60er Jahren und man könnte man meinen, wenn er von der Steigerung des menschlichen Intellekts spricht, dass er von Drogen spricht oder so, das meint er aber gar nicht. Es geht nicht um die Bewusstseinserweiterung durch LSD oder ähnliches. Nein, der spricht hier schon von einer Maschine, ähnlich dem Memex, aber etwas moderner und genauer ausgearbeitet. Und ihm schwebt es vor, dass diese Maschine allen Menschen helfen könnte, die geistige Arbeit leisten. Also nicht mechanische Arbeit, sondern geistige, egal ob es jetzt Diplomaten sind oder Manager oder Wissenschaftler, Juristen, Designer, die zählt er so auf in seinem Artikel. Und diese Maschine solle all diesen Menschen dabei helfen, komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen und Lösungen dafür zu entwickeln, selbst für Probleme, die bislang völlig unlösbar schienen. Als Beispiel beschreibt er in seinem Artikel einen Architekten, der an solch einem augmentierenden Computersystem arbeitet. Und der schreibt da, ich zitiere mal, übersetzt, er sitzt an einem Arbeitsplatz mit einem Bildschirm, der etwa einen Meter breit ist. Hätte ich auch gern. Dies ist seine Arbeitsfläche und wird von einem Computer gesteuert, mit dem er über eine kleine Tastatur und verschiedene andere Geräte kommunizieren kann. Auch hier ist noch nicht die Rede von der Maus, wie du schon sagst. Das ist ihm eigentlich egal. Es geht ihm ums große Ganze, nicht darum, welche Gerätschaften da jetzt angeschlossen sind. Und er schreibt weiter, er ist dabei, ein Gebäude zu entwerfen. Er hat sich bereits Grundrisse ausgedacht und probiert sie auf dem Bildschirm aus. Mit einem Zeiger markiert er zwei Punkte, bewegt seine linke Hand schnell über die Tastatur und die Entfernung und die Höhe zwischen den Punkten erscheinen auf dem Bildschirm. Das heißt, er spricht hier schon von einem Mauszeiger, ohne die Maus zu nennen natürlich. Das ist also, was er da beschreibt, computergenerierte Grafik auf einem Bildschirm dargestellt, direkt manipuliert, interaktiv mit einem 2D-Zeigergerät. Das ist für das Jahr 62 wirklich revolutionär, denn da sind wir ja noch weit entfernt vom modernen PC. Das ist die Zeit, in der wir gerade den Wandel erleben vom großen Mainframe-Großrechner hin zum Minicomputer. Und der Minicomputer ist ja auch noch ein riesiger Schrank und der persönliche Mikrocomputer für den einzelnen Schreibtisch-Arbeiter, wie er ihn hier beschreibt, der ist ja noch mindestens zehn Jahre entfernt. So richtig kommt der Mikrocomputer für den einzelnen Arbeiter ja erst 1977 raus mit dem Apple II und ein paar anderen. Das ist also wirklich wegweisend, was er da 62 beschreibt, aber auch hier ist es natürlich noch ein Gedankenexperiment. Jetzt haben wir recht viele Strecke zurückgelegt, ohne konkret auf die Maus gekommen zu sein. Da kommen wir gleich noch dazu. Es ist aber wichtig, diese Vorarbeit zu kennen und zu wissen, aus welchem gedanklichen Grundgebäude sich das speist. Denn diesen Aufsatz, den der Engelbart da geschrieben hat, der ist ein wichtiger Türöffner für ihn, denn der öffnet ihm jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Er kriegt nämlich schlichtweg einen Forschungsauftrag. Er kriegt Geld. Es gibt in den USA eine militärische Forschungseinrichtung namens ARPA, die ist Ende der 50er Jahre gegründet worden als Reaktion auf den Sputnik, den Satelliten, den die Sowjetunion in uns all geschossen hat. Da waren die Amerikaner dann panisch und dachten, oh wei, wir werden hier abgehängt. Wir müssen mal ganz schnell viel Geld reinstecken in Forschung. Und die ARPA finanziert solche Dinge. Unter anderem finanziert sie dann also auch die Arbeit von Engelbart. Er darf nämlich da am Stanford Research Institute ein eigenes kleines Team und ein eigenes Labor einrichten. Und er nennt das ARC, Augmentation Research Center. Das fängt erst mal an mit einem CDC-Mini-Computer, einem ziemlich schwächlichen Ding. Aber das wird dann im Laufe der Zeit immer mehr Technologie, das die anhäufen. Und ihr zentrales Stück, an dem dieses Team arbeitet, ist ein Computersystem namens NLS. Das steht kurz für Online System. Und das ist eines der ganz wichtigen zentralen Systeme in der Computergeschichte, vor allen Dingen der Interface- und User Experience-Geschichte. Wir kommen da gleich noch drauf, warum. Und im Rahmen von dieser Arbeit an diesem NLS entstehen dann die ersten Skizzen, die ersten Vorüberlegungen zu der Maus. Da sind wir jetzt im Jahr 1963. Da ist das ARC noch relativ frisch. Und der Douglas Engelbart sitzt in einer Konferenz zum Thema Computergrafik. Das scheint ihn nur so mäßig zu interessieren, weil die reden da alle so vor sich hin. Und dann beginnt er so mit sich selber zu sprechen während der Konferenz. Überlegt so, in welcher Art man wohl so einen Cursor steuern könnte. Zu dem Zeitpunkt ist die Antwort darauf in der Regel der Lichtgriffe. Das ist so das Gerät, mit dem man sowas macht. Und wer findet das aber gar nicht so optimal? Und dann wandern seine Gedanken zu einem Gerät namens Planimeter. Das ist ein Messgerät, ein mechanisches Messgerät, das man auf einer Karte auflegt. Also zum Beispiel eine Landkarte und damit dann eine Fläche abmisst. Also zum Beispiel, wenn du wissen möchtest, wie groß ist denn die Fläche von Österreich zum Beispiel. Dann legst du deine Karte hin und nimmst dieses Planimeter. Das besteht aus zwei Armen, hat ein Gelenk, hat ein Rädchen und hat eine Art Stift, eine Spitze vorne. Und mit dieser Spitze umfährst du dann auf der Karte einfach den Umriss von Österreich. Und dabei dreht sich dieses Rädchen, das bewegt sich dann auf der Karte. Und mit den Umdrehungen dieses Rädchens wird dann einfach Strecke abgemessen. Und daraus kann man mit diesem mechanischen Gerät dann ableiten, wie groß dieser Flächeninhalt ist. Und wir merken schon, was hier passiert. Also auf einer planen Ebene wird etwas bewegt. Ein Rädchen dreht sich, Strecke wird zurückgelegt und irgendwas lässt sich da berechnen. Er macht sich da fleißig Notizen in sein Notizbuch. Was, wenn man da jetzt zwei Rädchen hätte, eines auf der X-Achse, eines auf der Y-Achse. Das kommt uns vielleicht bekannt vor, die wir ja vorher schon über den Trackball gesprochen haben, weil das ist im Endeffekt genau das gleiche Prinzip. Aber er notiert sich das also alles in sein Notizbuch. Das ist dann der 14. November 1963, so hat er das datiert, diesen Eintrag. Und wie gesagt, der Gedanke ist, den Lichtgriffel zu ersetzen beziehungsweise ein besseres Eingabegerät zu finden, mit dem man Dinge auf dem Bildschirm markieren könnte. Genau. Und er schreibt auch in seinen Notizen dazu, ein wesentlicher Vorteil dieser Erfindung gegenüber dem Lichtgriffel wäre ja, dass die Markierung auf dem Bildschirm dort bleibt, wo sie ist, auch wenn man das Gerät loslässt. Das ist ja beim Lichtgriffel nicht so. Wenn man den ablegt, dann verschwindet auch der Marker. Ist das so? Also ich habe darüber nachgedacht, über diese Notiz, und dachte mir, das muss doch nicht so sein. Wenn du denn mit dem Lichtgriffel einen Punkt auf dem Bildschirm markierst, kann der Computer sich doch den einfach merken, also die Cursor-Position. Mir erscheint das jetzt kein zwingender Nachteil eines Lichtgriffels zu sein. Aber vielleicht verstehe ich das auch einfach falsch. Ja, da hast du recht. Aber er sieht das als zentralen Vorurteil. So notiert er das zumindest. Also ein wesentlicher Nachteil des Lichtgriffels, den hatten wir vorher auch schon ganz kurz angerissen, glaube ich, ist schlichtweg die Ergonomie. Du musst da halt die Hand die ganze Zeit oben halten, wenn du an einem Bildschirm was malen musst. Im Laufe der Zeit ist das ganz schön ermüdend. Und das ist also, glaube ich, gerade bei Leuten, die längere Zeit mit dem Lichtgriffel arbeiten müssen, ist das das zentrale Problem, würde ich annehmen. Ja, eine Randnotiz noch. Es gibt viele Quellen, die für diesen Moment, in dem also die Maus quasi erfunden wird, das Jahr 1961 angeben. Und das liegt daran, dass der Engelbart, dass er in mehreren Interviews selbst so angibt, auch seine Website, die über seinen Tod hinaus besteht, vom Engelbart-Institut, das nach ihm benannt ist, die gibt das Jahr 61 an für diese Konferenz, auf der er sich gelangweilt hat und dann mal eben die Maus erfunden hat. Aber seine Notizbucheinträge, wie du schon sagst, die stammen nachweislich aus dem November 63. Es ist also wahrscheinlich 63. Also aus heutiger Perspektive im nächsten Jahr wird die Maus dann 60 Jahre alt, auch wenn sie in diesem Moment noch ein Gedankenexperiment ist und noch nicht tatsächlich umgesetzt. Es bleibt also erstmal bei dieser Notiz. Es wird noch nichts draus gebaut. Aber im Folgejahr 1964 beginnt sich dann sein Team, dieses ARC-Team, dieses ARC-Labor, was er gegründet hat, mit seinen Mitarbeitern mal Gedanken zu machen, wie man diesen NLS-Computer eigentlich am effizientesten steuert. Also wie man am besten etwas auf dem Bildschirm auswählt. Denn dieser NLS-Computer, der arbeitet ja sehr stark mit Visualisierung. Und diese Eingabemethode, davon gibt es ja einige, die haben wir alle schon aufgezählt, wie den Trackball oder den Lichtgriffel. Aber bislang hat noch niemand so richtig wissenschaftlich untersucht, welches von diesen Geräten jetzt eigentlich am besten ist. Welches bietet den besten Kompromiss aus einfacher Bedienung, Schnelligkeit, Präzision. Und der Engelbart ist ja ein Wissenschaftler. Also macht er auch eine wissenschaftliche Studie daraus. Und aus diesen Gedanken entsteht also ein eigenes Projekt. Das wird nicht von der ARPA finanziert, sondern von der NASA aus irgendeinem Grunde. Die treibende Kraft hinter dieser Studie ist allerdings nicht der Engelbart selbst, sondern sein neuer Chefingenieur, der auch 1964 zu dem ARC-Team hinzustößt, der Bill English. Und der sammelt also für diese Untersuchung, welches ist jetzt die beste Methode, auf dem Bildschirm Informationen einzugeben, für diese Untersuchung einige handelsübliche Geräte zusammen. Darunter ist der Trackball. Da ist das Grafacon-Grafiktablett, das wir schon erwähnt haben. Ein Lichtgriffel vom Sage, von diesem Flugabwehrsystem. Ein Joystick. Und ganz abenteuerlich, Christian, fantastisch. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Eine eigene Konstruktion, die Sie mal eben erfunden haben. Eine kniegesteuerte Eingabeapparatur, die unter dem Schreibtisch fest montiert ist und also mit Bewegung des Knies gesteuert wird. Also rechts und links für die horizontale Bewegung auf dem Bildschirm und auf und ab für die vertikale Zeigerbewegung. Sie haben vorher mit einem Pedal experimentiert, weil der Engelbart wohl meinte, beim Auto funktioniert das Pedal auch relativ gut. Menschen können mit ihrem Fuß relativ präzise dosieren. Also warum nicht einfach ein Pedal benutzen? Aber sie stellen dann fest bei ihren Experimenten, dass die Kniesteuerung tatsächlich noch ein bisschen besser funktioniert als das Pedal. Vor allem bei Bewegungen in mehreren Richtungen. Ja, und so nehmen sie auch diese Kniesteuerung mit auf. Sie experimentieren auch kurz mit einem kopfgesteuerten Eingabegerät. Das ist allerdings relativ schnell aus dem Rennen. Ich weiß nicht genau warum. Ist wahrscheinlich ein bisschen unbequem. Und im Laufe ihrer Experimente fallen dann auch ein paar andere wieder raus. Also der Lichtgriffel, der ist zu unbequem. Und der Trackball fällt auch wieder aus der engeren Auswahl. Ich weiß allerdings nicht warum. Das ist seltsam, dass der Trackball direkt in der Vorrunde sozusagen in diesem Wettbewerb der Eingabegeräte wieder aussortiert wird. Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Es kann aber sein, dass er einfach ersetzt wird. So wie die Pedalsteuerung durch die Kniesteuerung ersetzt wird, wird der Trackball vielleicht auch einfach ersetzt durch ein anderes Gerät. Denn der Engelbart, der besinnt sich seiner Überlegungen, die er im vorigen November hatte, als er sich auf dieser Grafikkonferenz gelangweilt hat, und blättert in seinen Notizbüchern und findet darin auch die Aufzeichnungen, die er damals gemacht hat, zu dem Planimeter-basierten Zeigegerät. Und auf dieser Basis seiner Überlegungen von damals fertigt er dann eine Skizze an. Und der Englisch, der baut einen Prototyp, einen Holzblock mit zwei orthogonalen Rädern drin, also zwei kleinen Rädchen, die im rechten Winkel zueinander stehen, und einer Taste obendrauf. Und diese beiden Räder, wenn man das Gerät über den Tisch schiebt, bewegen sie zwei Potentiometer, die also die Drehung in Spannungen umsetzen. Und diese Information wird dann an den Computer weitergeschickt. Und wir reden hier natürlich von der allerersten realisierten Maus. Da ist sie. Auch wenn sie noch nicht so heißt zunächst. Ja, wer letztendlich den Namen Maus dann ins Rennen wirft oder prägt, das ist nicht überliefert. Das ist heute nicht mehr zu ergründen. Sicher können wir sagen, dass es der Douglas Engelbart nicht war. Der hat ihn nicht so genannt. Aber ich meine, wenn man sich das so anguckt, dieses kleine Ding, dann ist die Ähnlichkeit mit so einem Nagetier jetzt nicht so weit weg. Also jedenfalls ist der Name irgendwann da. Und schon innerhalb dieses Teams beim ARC setzt er sich durch. Also schon die nennen das damals Maus. Und das wird dann in diesem Bericht, den das Team macht über diese Forschung zu den Eingabegeräten, wird das auch schon so genannt. Da taucht also das erste Mal schriftlich dann der Name Maus auf. Nun hat also der Engelbart gemeinsam mit dem Englisch eine Vorauswahl getroffen der besten Eingabegeräte. Und 1964 beginnt dann die eigentliche Studie. Da finden sie ein paar Freiwillige, die dann an den Computer gesetzt werden und ein paar einfache Aufgaben erledigen sollen. Also auf dem Bildschirm erscheint irgendwo ein Objekt und du sollst dieses Gerät benutzen, um dieses Objekt dann zu markieren. Du sollst es mit dem Steuergerät anvisieren. Und dabei wird die Geschwindigkeit gemessen und auch die Fehlerrate, ob du es triffst oder nicht und wie oft du es triffst und wie oft du es verfehlst. Und sie unterscheiden in ihrer Studie auch noch zwischen Anfängern und etwas erfahreneren Nutzern. Im Juli 1965 ist dann diese Studie abgeschlossen und das Team fasst dann für die NASA, die ja Auftraggeberin war, die Ergebnisse zusammen. Demnach ist der Joystick quasi durchgefallen. In sämtlichen Tests ist er am langsamsten und am wenigsten präzise. Das können wir als C64-Spieler leidvoll bestätigen, dass die Steuerung mit dem Joystick einfach ein Quatsch ist. Für sowas. Für sowas auf jeden Fall, ja. Und das Grafiktablett, dieses Graphicon, das schneidet viel besser ab. Und vor allem die Kniesteuerung, die funktioniert erstaunlich gut, was mich etwas überrascht hat. Aber in den meisten Disziplinen, insbesondere bei den etwas erfahreneren Nutzern, gewinnt die Maus. Die ist also schnell und präzise und die Fehlerrate ist relativ gering. Die meisten Probanden schaffen es auch relativ schnell, sich daran zu gewöhnen, diese Maus zu bedienen. Und diese Ergebnisse werden dann nochmal für die Öffentlichkeit aufbereitet und wiedergegeben in einem weiteren Artikel aus dem März 67 in einem Elektronikmagazin. Darin heißt es, Zitat, die Ergebnisse zeigen, dass für die etwas erfahreneren Teilnehmer die Maus, in Anführungszeichen, noch gesetzt, sowohl schneller als auch genauer war als jedes andere Gerät. Und die Befragung der Probanden hätte ergeben, dass die Maus, auch wenn sie etwas Übung verlangt, ein angenehm zu nutzen des Gerätes ist. Sie ist präzise und nicht ermüdend. Das klingt schon mal vielversprechend. Und so vielversprechend, dass im gleichen Jahr, im Juni 67, Engelbart dann seine Erfindung, also den XY-Positionsanzeiger für ein Displaysystem, sprich die Maus, zum Patent anmeldet. Und dieses Patent wird ihm auch erteilt im Jahr 1970. Ja, aber die Maus ist der Weltöffentlichkeit schon vorher bekannt geworden, und zwar an einem für die Computergeschichte sehr wichtigen Datum, dem 9. Dezember 1968. Da findet nämlich eine Tagung über Computertechnik statt in einem Hörsaal in San Francisco. Und da versammeln sich fast 1000 Teilnehmer für eine Präsentation. Und zwar die Präsentation des NLS, dieses Computersystems, an dem die Leute vom ARC-Team so lange gearbeitet haben. Es ist angekündigt als Präsentation eines computergestützten, interaktiven Multikonsolen-Display-Systems. Und was diese 1000 Teilnehmer dort zu sehen bekommen, das geht in die Geschichte ein unter dem Namen The Mother of All Demos, also die Mutter aller Demonstrationen. Denn dieses NLS erweist sich als ein wegweisendes System. Wir können einmal kurz in einen Mitschnitt von dieser Demonstration reinhören, einen Ausschnitt, wie das damals klang. We have a pointing device called a mouse, a standard keyboard, and a special key set we have here. I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way and we never did change it. As it moves up or down or sideways, so does the tracking spot. and its principle is that there are two wheels that roll on the surface. As the mouse moves over a surface, then each of those wheels either slides sideways without rolling or rolls in a mount that very closely duplicates the particular component of horizontal or vertical in the net motion it makes. Other features of the mouse are that it stays put. I can lift it and replace it without having a spot change so I can adjust where I want it for my comfort. Tja, und was diese Vorführung zeigt, das ist, was dieses NLS kann, nämlich es hat schon eine grafische Nutzeroberfläche im Jahr 1968. Gunnar und du haben das in der letzten Folge von Stave Over Technik, wo es über Windows ging, lang und ausführlich geschildert, was für einen Einfluss diese Idee hatte, grafische Benutzeroberfläche. Da war sie zu sehen. Das hatte eine Hypertextverlinkung, diese noch postulierte Idee aus dem Memex hier jetzt in der Praxis zu sehen. Das hatte schon eine Datenfernübertragung. Also das konnte schon mit anderen Computersystemen kommunizieren. Das konnte schon Videokonferenzen ausrichten. Und vor allen Dingen, es hatte eine schnelle und elegante Steuerung des Computercursors und zwar mit der Maus. Da ist es dran. Also auch in diesem historischen Demo taucht auch die Maus als Eingabegerät zum ersten Mal in diesem Zusammenhang mit einer grafischen Benutzeroberfläche auf. Und diese Maus, die ist noch sehr klobig zu diesem Zeitpunkt. Sie hat drei Tasten. Sie ist auch nicht die einzige Eingabe, Ergänzung zur normalen Tastatur, sondern die Leute vom Arc-Team haben sich auch noch eine fünftastige Mini-Tastatur, ein Keyset für die linke Hand ausgedacht, mit der du also zusätzlich zur Maus auch noch Dinge eingeben kannst. Das ist etwas, was sich nicht durchsetzt. Aber ich meine, wir sind hier in einem Zeitalter, wo immer noch Ende der 60er die Mainframe-Computer, die riesigen Computer an den Universitäten in den größeren Firmen stehen und die werden häufig genug noch mit Lochkarten gefüttert. Also Studierende, die zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel Informatik studieren, Computertechnik studieren, die lernen das Arbeiten an diesen Computern mit Lochkarten. Und hier ist schon eine Demonstration mit grafischer Oberfläche und Maus. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Blick in die Zukunft. Ja, und damit ist die Maus in der Welt und beginnt die Computerwelt dann auch zu verändern als Eingabegerät. Der Douglas Engelbart, der ja das skizziert und dann in die Praxis hat umsetzen lassen, diese Maus durch den English, der findet das gar nicht so relevant. Er sagt später dann, die Maus war nur ein winziges Stück eines viel größeren Projekts, das den menschlichen Intellekt erweitern sollte. Da ist es wieder. Das ist die große Idee. Aber er ist heutzutage auch und gerade für die Erfindung der Maus berühmt. Postum berühmt, dann gestorben ist er schon im Jahre 2013. Ja, und trotzdem ist er nicht der einzige Erfinder der Maus. Auch den Bill English müssen wir würdigen. Der hat ja die erste Maus zumindest gebaut. Auf jeden Fall. Aber da gibt es noch einen weiteren. Und jetzt kommen wir wie angekündigt nach Deutschland. Und zwar geht es hier um einen Herrn namens Rainer Mallebrein. Der wird 1933 in Karlsruhe geboren und der beendet 1957 sein Studium als Diplomingenieur und beginnt dann zu arbeiten bei Telefunken in Konstanz. Oder ich glaube, da unten sagt man Konstanz. Habe ich mal gehört. Und da befasst er sich mit der Speicherung von Radarsignalen, natürlich. Aber nicht nur, sondern auch mit Fernsehkameras und Datensichtgeräten, also Bildschirmarbeitsplätzen für die Flugsicherung. 1962 übernimmt er dann die Leitung eines eigenen Teams. Das heißt, Datenendgeräte für Rechenanlagen. Das ist seine Aufgabe. Und er vollbringt Großes im Kleinen, denn er entwickelt dort nicht weniger als die allererste Maus, die jemals auf den Markt gekommen ist. Und das eigenständig. Das ist unabhängig von dem, was in den USA passiert, was der Engelbarter macht. Das sind parallele Entwicklungen. Genau. Telefunken übrigens für diejenigen, die das vielleicht nicht mehr einordnen können, war vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Firma in Deutschland im Bereich der elektronischen Geräte. Das 1903 gegründet, da ging es erst mal um Telegrafie vor allen Dingen, Telegrafiegeräte hergestellt, dann später Rundfunksender, Radio, Empfänger. Dann waren sie lange sehr engagiert und erfolgreich im Bereich von Schallplatten zum Beispiel und Fernsehen. Das PAL, Farbfernsehen, also dieser Standard, geht auf Telefunken zurück und sind auch früh und einigermaßen erfolgreich in die Computerentwicklung eingestiegen. Auch im Großrechnerbereich natürlich erst mal analog und digital 1967 dann mit der AEG fusioniert. Also der Zeit, über die wir hier spielen, ist Telefunken einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste deutsche Hersteller im Bereich von Computertechnologie. Genau. Der erste Telefunkenrechner kommt 1962, also im gleichen Jahr, in dem der Malle-Brain sein Team übernimmt. Der heißt TR4 und für den entwickelt Malle-Brain's Team Steuerkonsolen und Eingabegeräte. Aber nicht nur das, sein Team bekommt nämlich noch einen weiteren Auftrag im Jahr 1963 für die Bundesanstalt für Flugsicherung, die damals in Frankfurt sitzt, die BFS. Deren Aufgabe ist die Sicherung des zivilen Luftverkehrs in Deutschland. Die geben Telefunken und damit Malle-Brain's Team den Auftrag, einen Bildschirmarbeitsplatz zu entwickeln, einen digitalen Bildschirmarbeitsplatz, der die bisherigen analogen Radarsichtgeräte ersetzen soll. Solch ein Arbeitsplatz würde es den Fluglotsen dann erlauben, auf einem großen Bildschirm die Flugzeugposition zu markieren und auch zu beschriften. Das kommt uns alles sehr bekannt vor. In der Tat. Und dafür muss natürlich ein XY-Positionsanzeigegerät her. Und genau wie Engelbart's Team in Menlo Park in den 60er Jahren probiert auch zur gleichen Zeit ungefähr Malle-Brain's Team in Konstanz oder Konstanz verschiedene Eingabegeräte aus. Zuallererst im Jahr 65, also im gleichen Jahr, in dem auch Eric Johnson den Touchscreen erfunden hat, erfindet auch Malle-Brain einen eigenen Touchscreen, auch wenn er noch anders heißt, einen Ultraschallvorhang vor dem Bildschirm. Was für ein Name. Ja, basiert eben auf Ultraschall. Und das ist ein Gerät, das genau wie der Touchscreen die Fingerposition auf dem Bildschirm erkennt, aber eben per Ultraschall. Und das funktioniert sehr gut. Das hat der Malle-Brain später mal in einem Interview erzählt. Das ist sehr effektiv und sehr exakt, aber es bewährt sich nicht, denn den Nachteil des Lichtgriffels haben wir ja auch schon beschrieben oder des Touchscreens, da der Arm dabei einfach zu schnell ermüdet, wenn man den bei einer Acht-Stunden-Schicht ständig über den Bildschirm bewegt. Und diese Touch-Input-Einrichtung, wie sie dann später tatsächlich doch heißt, wird aber weiterentwickelt und ab 1970 angeboten bei Telefunken, aber bei der Bundesanstalt für Flugsicherung kommt die nicht zum Einsatz. Sie arbeiten auch an einem Lichtgriffel, aber das ist technisch zu aufwendig und hat den gleichen Nachteil wie der Touchscreen, also der Arm ermüdet einfach zu schnell. Und so bauen sie dann schließlich in die Arbeitskonsole, die sie da entwickeln für die Flugsicherung einen Trackball ein. Den kennt man schon, der ist für die Flugsicherung in den USA schon länger im Einsatz und Malle-Brein erzählt dazu, ja, man könnte fast sagen, wir haben das den Amerikanern nachgebaut. In der US-amerikanischen Luftfahrt ist dieser Trackball also schon gang und gäbe. Dieser Trackball, der heißt bei Telefunken eingedeutscht prosaisch Rollkugelsteuerung. Unter dem Namen findet man ihn zum Beispiel auch in der Broschüre aus dem Mai 66. Und in dieser Broschüre wird der Nachfolgerechner des TR4 beschrieben, der TR440, der ab 1965 in Entwicklung ist. Und für diesen TR440 wird dann eben auch später diese Rollkugel angeboten. Aber nicht nur die, denn der Herr Malle-Brein, der hat noch eine bessere Idee. Der ist nämlich unzufrieden mit diesem Trackball. Der baut den zwar nach, weil die Flugsicherungsleute das so wollen, die favorisieren das ja nach Vorbild der Amerikaner, aber der Malle-Brein ist kein Fan vom Trackball. Denn für den Einbau muss man ja schließlich ein Loch in den Tisch sägen. Und also auf die Idee eines separaten eigenständigen Trackballs kommt damals noch niemand. Damals werden die Trackballs halt immer noch in den Tisch eingebaut. Aber damit muss man ja nicht nur den Tisch verschandeln, sondern damit ist ja dieser Trackball auch dauerhaft an diesen einen Tisch gebunden. Man kann ihn nicht mehr bewegen. Und das könne man doch den Kunden nicht zumuten, meint Malle-Brein. Da müsse man was Besseres erfinden. Und was dann passiert, das kann er uns mal selbst beschreiben. Denn ich habe für diese Episode den Rainer Malle-Brein interviewt. Und dann erzählt er uns mal selbst mit eigenen Worten, was er dann erfindet als Alternative zum Trackball. Dann kam er dann eigentlich die Idee, mit einer Kugel auf dem Tisch zu rollen. Also die Umkehrung des Tracking-Systems. Das heißt, wir haben dann das System geändert und haben einfach eine Kugel auf dem Tisch rollen lassen. Und die Koordinaten der Kugel mussten natürlich in den Rechner übertragen werden. Dazu hatten wir dann an der Kugel zwei Codegeber angebracht. Das waren damals Gray-Code-Geber, glaube ich, so viel ich weiß, 5-Bit-Gray-Code-Geber. Einer für X und einer für die Y-Achse. Und diese Kugel wurde dann eingebaut in ein rundes Gehäuse, sodass damit die Rollkugelsteuerung fertig war. Ja, ihm kommt also die Idee, den Trackball einfach umzudrehen und die Kugel über den Tisch rollen zu lassen. Das ist das Jahr Ende 66, Anfang 67, so ganz genau weiß man das nicht mehr. Und damit hat Malle Brain mal eben eine eigene Maus erfunden. Heißt allerdings nicht Maus, Telefunken nennt das Gerät Rollkugelsteuerung, genauso wie den Trackball, was ein bisschen verwirrend ist. Diese Maus entsteht also ein bisschen später als das Modell von Engelbart und English, hat aber diesem Engelbart-Modell eines voraus, denn hier drehen sich keine Räder über den Tisch, sondern hier steckt eine Kugel drin, nach Vorbild des Trackballs, die in einem Gehäuse steckt. Diese Kugel wiederum bewegt zwei kleine Rädchen, welche die Drehbewegung dann via Drehregler erfassen und als Code an den Computer weitergeben. Und dann an der Oberseite sitzt ein einzelner Druckknopf. Malle Brain sagt dann, ja, heute würde man natürlich drei bis vier Tasten nehmen, aber dieser erste Maus-Prototyp hat noch eine einzelne Taste und damit ist die moderne Kugelmaus geboren. Also wenn man das sich anguckt, dann würde man auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass das eine Maus ist, rein von dem Erscheinungsbild, von der Ergonomie, falls ihr einen Podcatcher habt, der Fotos, Kapitelbilder unterstützt, dann könnt ihr das jetzt auch sehen. Das sieht aus wie ein in der Mitte durchgeschnittener Ball, wie eine Halbkugel, wo oben jemand einen Knopf drauf gemacht hat. Also es ist schwer vorzustellen, wie man das eigentlich schiebt, also mit den Fingerspitzen dann vermutlich, weil man muss ja irgendwie auch den Knopf drücken können. Aber wurscht, also auf jeden Fall, die Leistung ist unbestritten, es ist die erste Kugelmaus, es ist die parallel entwickelte deutsche Maus und theoretisch hätte man sie sogar auch vorher kennen können als die Maus von Engelbart, denn sie wird ein bisschen früher vorgestellt, zwar nicht in einer großen Demonstration, nicht in einem The Sister of the Mother of all Demos oder sowas, sondern einfach nur in der internen Telefunkenzeitschrift. Technische Mitteilungen heißt die. Ja, das ist ein bisschen prosaischer. Aber immerhin, dort gibt es einen Artikel, der hat den Titel Sichtgeräte in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen und da wird diese Erfindung dann auch in nüchternen Worten beschrieben. Ich zitiere mal, die Weiterbearbeitung der Eingabeinformationen kann grundsätzlich immer durch die Tastatur vorgenommen werden. In Systemen mit erhöhtem Bedienungskomfort stehen zusätzlich Eingabemedien wie Lichtgriffel, Lichtindikatoren und Rollkugeln in verschiedenen Abwandlungen zur Verfügung. Mit ihnen ist es möglich, schnell und leicht ein Positionssymbol auf dem Bildschirm zu verschieben, Marken zu setzen und damit die Information zu ändern. Das ist jetzt weder das Wort Maus genannt, so wird das bei Telefunken auch nie genannt, sondern eben Rollkugel und da ist auch nicht differenziert zwischen dem Trackball und dieser Maus, aber dennoch ist sie gemeint, denn sie ist da auch abgebildet. Also da ist ein Foto von Malle Brians Maus mit dabei, da als Zeichnung, da hat sie auch noch keine Taste drauf, aber es ist trotzdem unverkennbar dieses Ding. Und Telefunken ist natürlich auch schlau genug, dass sie versuchen das zu patentieren. Telefunken ist generell eine Firma, die patentieren alles, die halten Tausende von Patenten, hier passiert das auch, aber dann passiert folgendes, das können wir auch noch mal den Herrn Malle-Brain selbst schildern lassen. Wir haben unsere Maus natürlich auch angemeldet beim Patentamt in München, aber eine Absage bekommen mit der Begründung, das Erfindungsniveau ist zu niedrig. Wir haben die Maus beschrieben, wie sie technisch funktioniert, da ist aber kein so riesengroßer Unterschied wie zum Trackingball. Ja, und da sind wir wieder bei dieser Frage, die wir ganz am Anfang schon mal angerissen haben, der Frage der Schöpfungshöhe, ist das eigentlich jetzt ein eigenständiges Gerät oder ist das nicht vielleicht doch einfach nur ein Trackball von der Funktionsweise her? Das Patentamt ist hier der Meinung, das ist nichts, das ist nur ein Trackball, den ihr halt auf den Kopf gestellt habt, kein Patent, zumindest das deutsche Patentamt. Wir haben ja schon vorher erklärt, der Engelbart kriegt durchaus sein Patent in den USA, aber das ist ein Gerät, funktioniert auch ein bisschen anders, da ist ja keine Kugel drin, da sind die beiden Räder drin und vielleicht ist das der entscheidende Unterschied. Ja, was bedeuten würde, dass die Engelbart-Maus zwar technisch primitiver ist, aber trotzdem ist die Schöpfungshöhe oder die Erfindungshöhe größer und deswegen ist sie patentwürdig. Ja, bizarr, aber vielleicht war es das. Ja, die Tatsache, dass die Maus, auch wenn sie noch nicht so heißt, hier in dieser internen Zeitschrift vorgestellt wird, liegt daran, dass dieses Gerät auch tatsächlich zu kaufen ist, noch nicht im Jahr 68, das dauert noch ein bisschen, aber sie wird dann später auch verkauft in den frühen 70er Jahren als Zubehör für das Bildschirmsichtgerät SIG100 und das wiederum ist eine Ergänzung, eine optionale zu dem neuen Großrechner, zu dem TR440. Aber eigentlich wurde die Maus ja entwickelt, nicht für den zivilen Markt, sondern für die Flugsicherung. Und jetzt ist ja noch offen, ob die die überhaupt haben will und im Jahr 1970 präsentiert also Malle-Brain's Team bei Telefunken der BFS, den fertigen Bildschirmarbeitsplatz für die Fluglotsen und stellt beide Eingabegeräte nebeneinander vor, also den Trackball, den die Flugsicherung ja eigentlich favorisiert und daneben auch einmal die Maus. Und nach ein paar Monaten kommt dann die Entscheidung der BFS und das kann Malle-Brain auch nochmal selber sagen. Aber es wurde dann nach einigem Hin und Her eben doch abgelehnt, weil die Leute einfach in diesen Trackball verliebt waren. Ja, die Flugsicherung hat also kein Interesse an diesem neuartigen Gerät. Die wollen den Trackball haben. Aber das ist ja dann doch noch nicht das Ende dieser deutschen Maus, denn wie gesagt, auf dem zivilen Sektor als Zubehör für den TR440 wird die Maus ja dann doch noch verkauft und ist damit, ich glaube, wir haben es noch nicht ausreichend gewürdigt, die allererste Maus, die man tatsächlich kaufen kann. Denn die Engelbart-Entwicklung ist ja ein Prototyp. Die wird zwar öffentlich vorgestellt, aber kaufen kann man die nicht, auch wenn sie patentiert ist. Die Telefunken-Maus hingegen kann man kaufen und zwar wahrscheinlich ab dem Jahr 1972 eben als Zubehör für das SIG100, also dieses Bildschirmgerät als Zubehör für den Großrechner. Die Maus heißt bei Telefunken offiziell RKS100-86. Da hat, glaube ich, kein Marketing-Mensch drüber geguckt, über diese Bezeichnung. Das glaube ich auch. Aber es ist ja auch kein Produkt für den Massenmarkt, denn dieser Großrechner, der wird nur in sehr, sehr geringen Stückzahlen verkauft. Jedes einzelne kostet mindestens 15 Millionen D-Mark. Und so werden auch nur ganz wenige Exemplare, 46 Stück, in den 70er-Jahren von diesem Großrechner verkauft und entsprechend wenige Mäuse werden auch ausgeliefert. Die Maus selbst ist auch nicht so billig. Herr Mallebrein erzählte uns das, die 6500 D-Mark gekostet hat. Und das entspricht heute inflationsbereinigt ungefähr 11.500 Euro. Also nur für die Rollkugel mit einer Taste oben drauf. Das muss eine ganz ordentliche Marge gewesen sein für Telefunken. Wir kommen nachher nochmal drauf, was eigentlich drinsteckt in so eine Maus. Aber die einfache Antwort ist, nicht viel. Also nichts, was 11.500 Euro wert wäre. Ja, aber dafür hat man die erste Kugelmaus der Geschichte. Und es liegt jetzt nicht daran, dass das ein Hightech-Gerät wäre, möchte ich nochmal mit dazu sagen. Ne, das ist wohl wahr. Ja, es existieren noch einige Exemplare. Der Mallebrein hat auch noch eins. Und in einigen Computermuseen kann man die auch begutachten. Ich habe leider keine Rollkugel. Ich hätte sie zu gerne. Aber ich glaube, sie funktioniert auch an einem modernen USB-Anschluss nicht. Nein, das wird schwierig werden. Vielleicht mit, keine Ahnung, mit Bluetooth. Musst du mal probieren. Ja, möglich. Na, die Geschichte des Telefunkencomputers endet recht bald danach. Der TR440 ist kein großer Erfolg. Er hat wenig Chancen gegen IBM und deren Ausrichtung auf die Wirtschaft. Telefunken richtet sich mehr an Forschungseinrichtungen. Und das große Geld ist aber eher in der Wirtschaft zu machen. Und das macht dann eben IBM. Dieser TR440 bekommt keinen Nachfolger mehr, obwohl an einem entwickelt wird. Die Arbeit wird dabei eingestellt und das Team von Rainer Mallebrein wird auch versetzt und aufgespalten. Und die Rollkugel hat damit bei Telefunken keine Zukunft mehr. Die gerät bald in Vergessenheit. Und auch Herr Mallebrein selbst vergisst, dass er die Maus erfunden hat. Und selbst 1984, als er auf der Hannover Messe steht und eine Menschentraube bemerkt, die sich um einen neuen Computer bildet, den Macintosh von Apple mit einer Maus, denkt er nicht daran, noch das habe ich doch auch schon mal erfunden. Das fällt ihm nicht wieder ein. Erst in den 2000er Jahren, als ein Computerhistoriker auf alte Telefunkendokumente stößt, da wird diese alte Maus quasi wiederentdeckt und damit auch sein Gedächtnis wieder angeregt. Ja, und heute gilt er zu Recht als der zweite Erfinder der Maus und der erste Erfinder der, in Anführungszeichen modernen aus heutiger Sicht natürlich, der Kugelmaus und der Schöpfer der ersten Maus, die man tatsächlich kaufen konnte, zumindest theoretisch, auch wenn wahrscheinlich nur so 30, 40 Exemplare ausgeliefert wurden. Ja, das ist doch einiges. Nichtsdestotrotz ist das leider eine Fußnote der Geschichte, denn die eigentliche Geschichte der Maus, die geht trotzdem weiter in den USA. Und da waren wir ja jetzt bisher immer noch im wissenschaftlichen Kontext, an den Universitäten beziehungsweise an den Forschungseinrichtungen. Natürlich kommt jetzt aber dann auch der Sprung in die Wirtschaft hinaus. Und das kommt auch daher, dass Mitarbeiter von dem ARC-Team von Engelbart das Stanford Research Institute verlassen und in Richtung freie Wirtschaft abwandern. im Laufe der frühen 70er Jahre, unter anderem auch der Bill English, also der Konstrukteur der Maus, der geht 1971 weg und der geht an den Ort, wo dann die Geschichte der Maus weitergeht und zwar zur Firma Xerox. Die haben nämlich etwa acht Kilometer von Menlo Park entfernt im Jahr 1970 das Palo Alto Research Center gegründet, besser bekannt unter der Abkürzung PARC. Und das ist also eine Forschungseinrichtung eines kommerziellen Unternehmens von Xerox. Und hier werden neue Technologien entwickelt, die über das angestammte Kerngeschäft hinausgehen. Xerox ist ja vor allen Dingen bekannt als Hersteller von Kopiergeräten. Und da wird auch wieder an einem experimentellen Computer gearbeitet, im Jahr 1972, der die Leistung von so einem typischen Minicomputer dieser Zeit haben soll und jede Menge wegweisende Technik in sich komprimiert. Und dieses neue Wunderding, das heißt Alto, also so wie der Ort Palo Alto. Und das ist im Endeffekt der Prototyp von dem, was wir heutzutage als PC, als Personal Computer kennen. Im Dezember 1972, da überzeugt der Park-Mitbegründer Butler Lamson das Xerox-Management in einem Memo, dass sie diese Alto-Maschinen finanzieren sollen, dass die also in substanzieller Anzahl hergestellt werden sollen, weil die wunderbar sich zumindest mal auch für Forschungsprojekte eignen würden. Und damit hat er auch Erfolg. Und im März 1973 ist dann der erste von diesen Alto-Rechnern einsatzbereit. Und man merkt also sehr stark, dass da die DNA von dem NLS-System von Douglas Engelbart und seinem Team Niederschlag gefunden hat. Also auch hier haben wir es mit einer grafischen Oberfläche zu tun. Sogar eine, die so eine What-You-See-Is-What-You-Get-Darstellung hat. Auch hier wieder die Hyperlinks, die Netzwerkfähigkeiten. Also all das, was wir in der Mother-of-All-Demos gesehen haben, schlägt sich da wieder. Und das ist ja auch kein Wunder, denn viele von den Leuten, die da dran arbeiten, haben vorher eben auch am NLS mitentwickelt. Und natürlich findet sich dann auch hier wieder das Gerät wieder, um das es uns spezifisch geht, nämlich die Maus. Das ist der Beitrag von Bill English. Der ist ja wie gesagt hier rüber gegangen. Der hatte die Maus gebaut nach Engelbards Plänen und hier hatte sie dann also auch wieder an den Alto angestöpselt sozusagen. Ja, aber auch diese fünftastige Mini-Tastatur. Die hat er auch mitgebracht. Ja, hervorragend. Ich habe hier, Leute, Jungs, ich bin da. Ich habe eine sehr gute und eine sehr schlechte Idee dabei und wir werden beide umsetzen. So wird das gewesen sein. Die Evolution wird dann schnell diesem Fünftasten-Gerät den Garaus machen und die Maus wird als Sieger hervorgehen. Auf jeden Fall, da ist noch ein Ingenieur mit dabei, Jack Hawley heißt er und English und Hawley gemeinsam entwickeln. Also diese Maus weiter. Der Hawley, der ist unabhängig, der hat eine eigene Firma und mit dieser Firma baut er dann auch eine Kleinserie von dieser Maus. Die sieht aber noch sehr ähnlich aus wie diese ursprüngliche Maus, die beim Arc entwickelt wurde. Also die hat demnach auch noch die Räder unten drunter. Also da ist auch noch nicht die Räder von einer Kugelmaus. Aber die Räder sind jetzt schon mal kleiner und bei dieser ursprünglichen Maus, die ja an Potentiometern angeschlossen war, die konnte man auch nicht kontinuierlich drehen, weil Potentiometer sind kleine Drehregler, die sind halt irgendwann im Anschlag. Dann musste die Maus wieder zurückschieben, damit die sich wieder zurückdrehen. Das ist jetzt hier zum Beispiel eliminiert. Die kannst du also jetzt kontinuierlich bewegen, diese Maus. Und es gibt drei Tasten obendran. Die sind aber aus irgendeinem Grund nicht nebeneinander angeordnet, wie wir das heutzutage kennen, sondern hintereinander. Und sie sind farbcodiert. Also du hast dann auch keinen Linksklick oder Rechtsklick, sondern hast du einen Rotklick oder einen Blauklick. Ja, das ist originell, sage ich mal. Aber dieses Design wird auch nicht lange überleben. Ja, aber ich fand den Gedanken faszinierend. Ich habe nie darüber nachgedacht, warum die Tasten an der Maus nebeneinander angeordnet sind. Warum denn nicht übereinander? Auf der Tastatur haben wir ja auch beides. Nebeneinander und übereinander. Wenn ich so meine Hand gerade vor mir halte, meine Finger sind ziemlich nebeneinander, Henna, und nicht übereinander. Vielleicht hat es damit zu tun. Ja, aber wir haben ja am Anfang schon festgestellt, dass wir beide den Zeigefinger durchaus hin und her bewegen. Zwischen linker Maustaste und Mausrad. Dann kann man doch auch hoch und runter wechseln ein bisschen. Ja, du hast schon recht. Könnte man schon machen. Also dieser experimentelle Computer, der Alto, den haben wir auch in der Windows-Episode schon mal gewürdigt. Und das ist klar, denn die grafische Benutzeroberfläche und die Maus, die sind eng miteinander verwoben. Das eine braucht das andere quasi, um zu funktionieren. Deswegen kommt euch vielleicht das ein oder andere bekannt vor, wenn ihr die Windows-Episode kennt. Dieser Alto ist eine revolutionäre Maschine. Es werden auch ungefähr 2000 Stück in mehreren Generationen von diesem Ding gebaut, aber er wird auch nie kommerziell ausgeschlachtet, sondern der kommt nur innerhalb von Xerox, also am Park und in einigen anderen Forschungseinrichtungen zum Einsatz, aber verkauft wird er nicht. Aber 1975 kommt dann die zweite Generation zum Einsatz, der Alto 2. Und der hat auch ein neues Mausmodell, das wieder bei Horley extern gebaut wird. Und der Horley, wie du schon gesagt hast, der hat eine eigene Firma, die in diesem Jahr auch einen eigenen Namen bekommt, nämlich Maushaus. Ach, süß. Süß, ne? Ja. Und der baut jetzt also auch eine neuere Variante dieser Maus, die wieder eine horizontale Tastenanordnung hat und die Farben der einzelnen Tasten entfallen damit. Und die beiden Räder unten drin, die weichen einer rollenden Stahlkugel, genau wie bei Mallebrein schon ein paar Jahre vorher. Potentiometer kommen jetzt auch nicht mehr zum Einsatz. Stattdessen treibt die Kugel jetzt kleine Walzen an und diese kleinen Walzen wiederum drehen Räder mit Lochprofilen. Damit verbunden ist eine kleine Infrarot-Lichtschranke, jeweils eine. Und diese Lichtschranke erfasst also die Drehung der kleinen Räder und anhand der Umdrehungsgeschwindigkeit dieser Räder wird dann die zurückgelegte Strecke ermittelt, die die Maus auf der Tischoberfläche oder auf dem Mauspad zurückgelegt hat und signalisiert das an den Computer. Das ist die sogenannte optomechanische Lösung und die wird dann auch für Jahrzehnte zum Standard. Also auch die späteren Kugelmäuse, die wir in den 90er Jahren noch einsetzen, die setzen auch diese Infrarot-Lichtschrankentechnik ein. Nach wie vor gibt es aber am Alto auch in der Generation 2 nicht nur die Maus, sondern auch dieses kleine Fünftasten-Keyset, diese Mini-Tastatur. Wie du schon gesagt hast, die stirbt aber bald aus. Das hat uns der Richard Lyon auch persönlich erzählt im Interview. Den konnte ich auch nämlich kurz interviewen. Der hat 1977 am Park angefangen zu arbeiten und zu forschen und der hat gesagt, ja, der hat vom ersten Tag an auch an einem Alto arbeiten können und die allermeisten von uns sagt, er scherten sich aber gar nicht darum, die Arbeit mit dem Keyset zu erlernen, aber die Maus fanden alle großartig und diese Zusatztastatur ist bald auch nur noch optional und irgendwann wird sie dann ganz weggelassen, aber die Maus, die setzt sich durch. Aber zu diesem Zeitpunkt sieht diese Maus niemand mehr als Erweiterung des menschlichen Intellekts, so wie es Engelbarts Vision ja anfangs war, sondern der Richard Lyon sagt uns, der Computer war einfach ein Werkzeug für die Produktivität und das gilt dann auch für die Maus. Es geht hier also nicht mehr um die Erweiterung des Intellekts. Das ist ihm dann doch ein bisschen zu abgehoben. Muss auch gar nicht sein, denn die Maus erweist sich eben als unheimlich effizient bei der produktiven Arbeit. Ja, allerdings immer noch im Kontext von diesen Forschungseinrichtungen. Das ist hier am Park. Also es dauert dann doch überraschend lang, wenn man so die Zeitlinien anguckt, bis die mal so richtig auch da rauskommt aus diesen geschlossenen Systemen. Jetzt kommen wir nämlich zum Beispiel zu der ersten Maus, die überhaupt von einem Dritthersteller hergestellt wird, weil der Horley mit seinem Maushaus, der macht zwar inzwischen schon sehr viele Mäuse, aber der hat einen Exklusivvertrag mit Xerox. Also der liefert in den 70er Jahren seine Mäuse nur dorthin. Aber es gibt schon einen anderen Hersteller zu der Zeit, der auch andere Unternehmen beliefert und der ist ausgerechnet in der Schweiz. Also da springen wir jetzt wieder zurück nach Europa. Das beginnt im Jahr 1973. Da besucht nämlich ein Schweizer Physiker namens Jean-Daniel Niku von der Technischen Hochschule Lausanne den Douglas Engelbart am Stanford Research Institute. Und dort lässt er sich dann auch die Maus demonstrieren. Er ist da begeistert davon, erkennt er also schon das Potenzial, denn der hat auch einen Forschungsschwerpunkt bei der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Und da erscheint ihm das sehr nützlich zu sein, diese Maus. Und der Engelbart, der schickt ihm dann die Konstruktionspläne. Niku macht sich in der Schweiz an die Arbeit und baut das nach, beziehungsweise einen eigenen Prototyp baut er auch wieder so eine radbasierte Maus. Die hat dann auch schon drei Tasten, aber da hat er dann also auch schon das Potentiometer ersetzt durch in diesem Fall diese optomechanische Technik mit der Lichtschranke. Und er hat einen Mitarbeiter namens André Guignard. Guignard? Das ist sehr mutig, dass du versuchst, diese Namen auszusprechen. Das rechne ich dir hoch an, dass du das machst. Ja, das wird schon passen. Man muss es nur mit genügend Selbstbewusstsein aussprechen. Also der hat einen Mitarbeiter namens André Guignard. Der ist ein gelernter Uhrmacher und der baut dann da noch eine kompaktere Version im Jahr 1977, die dann eine Kugel hat. Wir sind ja auch wieder an einer Uni, einer Technischen Hochschule. Das ist also auch wieder so Laborexperimente. Aber Ende der 70er Jahre wird Nikos Team an der Hochschule dann von einem Schweizer Informatiker namens Niklos Wirth kontaktiert. Der arbeitet wiederum an der Technischen Hochschule Zürich und der baut da den Alto-Computer nach. Der war nämlich im Park drüben, hat dort eine Weile lang gearbeitet und hat ihn kennengelernt und fand ihn ganz wunderbar und entwickelt eine eigene Workstation, die nennt er Lilith. Die wird 1980 fertig. Auch das ist eigentlich nur für die Forschung gedacht, dieses Projekt. Aber da möchte er gerne eine Maussteuerung dafür haben, wie sie das ja drüben in den USA im Park auch haben. Und die liefert ihm also der Guignard. Und er baut da im Laufe der Zeit etwa 100 Exemplare. Und dann schon nicht nur für diese Lilith Workstation, sondern auch schon für andere Hersteller, auch für amerikanische, also für Bell oder Sun zum Beispiel. Und damit wird also die Technische Hochschule Lausanne kein Unternehmen, sondern wirklich die Hochschule für eine Weile zum weltweit einzigen Dritthersteller von Computermäusen. Weil dort Unternehmen, wie gesagt auch US-Unternehmen, Mäuse bestellen und sie von dort auch bekommen. Und das Ganze wird dann Anfang der 80er kommerzialisiert, 1981. Da übernimmt dann eine Firma, Depras heißt die, die Herstellung von dieser Maus. Diese Version wird dann auch in den USA offiziell vertrieben und zwar von einem Startup aus der Schweiz. Auch dieser Startup gegründet von jemandem, der schon mal im Stanford Research Institute war und dort inspiriert wurde. Und diese Startup trägt einen Namen, den wir auch heute noch kennen, nämlich Logitech. Logitech entwickelt dann diese Maus dann zu einem eigenständigen Hardwareprodukt unter dem Namen Logitech P4. Das ist das Jahr 1982 und richtig groß ins Geschäft mit dieser Maus dauert es noch ein paar Jahre, bis Logitech da einsteigt, 1985. Und da gibt es noch einen anderen Hersteller, der da ein bisschen schneller ist. Ja, denn Logitech beliefert anfangs, also erst ab 1982 Hersteller, aber ist nicht im Retail-Geschäft. Du kannst also nicht in den Laden gehen und dir eine verpackte Maus kaufen, sondern als Endkunde meinst du. Ganz genau, ja. Das macht vorher ein anderer, also jetzt kommen wir zu dem weiteren Meilenstein der Maus-Geschichte. Zurück zu dem Herrn Horley mit seinem Maus-Haus. Der hat ja bislang exklusiv seine Mäuse an Xerox geliefert, aber dieser Vertrag endet 1981, von da an baut Xerox dann eigene Mäuse. Und mit Xerox-Segen verkauft er seine Maus-Entwicklung dann als Retail-Produkt an Endkunden. Und er nennt diese Maus X063X. Ein sagenhafter Name. Eingängig. Ja, leicht zu googeln, unmissverständlich, aber der ist ein bisschen kryptisch, aber er ist weniger kryptisch, wenn man genau hinguckt und wenn man diesen Namen auf den Kopf stellt, dann nämlich sieht diese Zeichenfolge aus wie das Wort Xerox. Also da wird klar, woher diese Maus-Entwicklung ursprünglich stammt. Und das ist damit die erste Maus, die für Endkunden erhältlich ist, ohne einen zugehörigen Computer. Und der Horley ist entsprechend zufrieden mit seinem Geschäft. Er ist ja quasi Monopolist auf dem Dritthersteller-Mausmarkt. In der Infoworld, dieser US-Zeitschrift, sagt er im Mai 82 auch, ich habe den Markt komplett für mich alleine. Und wird da auch tituliert als der führende Experte der Mäusekunst. Diese frühe Maus, die er verkauft, die kostet 415 US-Dollar und er wirbt in der Werbung auch ganz stark damit, dass er lange Erfahrung hat in der Mausherstellung. Seit 1975 hätte man schon Tausende von Mäusen entwickelt, mit und hergestellt, aber eben bislang nur für einen einzigen Kunden, nämlich Xerox, auch wenn er das nicht schreibt. Und nun gibt es die Maus für alle. Damit ist die Maus jetzt wirklich in der Welt. Jetzt kann man sie kaufen, wenn man einen passenden Computer findet. Aber man muss den Menschen erstmal noch das Maus-Prinzip erklären, denn das ist ja noch eine sehr neue und ungewohnte Technik. Also in seinen Werbeanzeigen beschreibt er das Prinzip ganz genau. Die Maus bewegt den Cursor in jede beliebige Richtung auf einem Computerbildschirm und zwar in direktem Verhältnis zu seiner eigenen Bewegung. Ob man das nach dieser Erklärung versteht, weiß ich nicht. Das ist zweifelhaft. Ja, aber gut, der Maushaus-Hersteller, der bleibt noch ein paar Jahre am Markt. Es gibt auch noch neuere Entwicklungen. Später bringt er auch tatsächlich wieder eine neue Maus mit Rädern raus. Also er ersetzt die Kugel, die da eigentlich schon etabliert ist, wieder durch zwei Räder, die aber ganz schräg im Gehäuse liegen, was diverse Vorteile bringen soll. Aber das Design setzt sich nicht durch. Also in den 80er Jahren ist die Kugelmaus der de facto Standard. Diese frühen kommerziellen Mäuse, die sehen auf den ersten Blick noch ziemlich ungewohnt aus. Also wenn wir an eine moderne Maus vor Augen haben, dann ist der Formfaktor damals noch anders. Und das scheint vermutlich eher zufällig, irgendwie eine europäische Herangehensweise an das Design einer Maus zu geben als eine amerikanische. Die europäischen nämlich, also die vom Mallebrein und die Schweizer Debras-Maus, die sind Kugeln. Das sind Halbkugeln, die man in der Mitte durchgeschnitten hat. Bei der Schweizer Maus sind jetzt die Tasten zumindest nicht mehr oben dran, sondern die sind vorne dran gesetzt, aber vertikal dran gesetzt. Also die liegen nicht auf der Maus auf, sondern die stehen quasi vorne im Gehäuse ran. Die amerikanischen Mäuse dagegen, die sind alle Klötze. Das ist wie ein Stück Butter, auf das man oben dann noch ein paar Trasten drauf gesetzt hat. Also auch diese Maushaus-Maus, diese Xerox-Maus, die ist einfach ein rechteckiges Plastik-Ding. Dass die ergonomisch werden, das ist dann eine spätere Entwicklung, da kommen wir dann auch noch dazu. Genau. Also hauptsache, sie funktionieren erst mal. Gut, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Schritt hin zur ersten PC-Maus. Also die, die dann wirklich für einen Personalkomputer, auch für die Heimanwendung gedacht wird. Wir hatten ja schon gesagt, die Maus von dem alten Computer, die ist zwar revolutionär, aber die wird nie richtig vermarktet, die wird im Park benutzt und da noch ein paar anderen Orten, ein paar Behörden und Universitäten haben die auch noch. Und das ist einigermaßen überraschend, weil Xerox ist ja ein kommerzielles Unternehmen. Die haben da eigentlich tolle Technologie, die sie aber nur für sich selber einsetzen. Gut, es dauert natürlich auch eine ganze Weile, bis sowas wie ein Heimcomputermarkt überhaupt existiert, aber Ende der 70er, Anfang der 80er beginnt das ja dann ab der Apple-2-Zeit so richtig durchzuschlagen. Und dann besinnt sich Xerox auch dieses Potenzials und die veröffentlichen dann also erstmal einen eigenen Computer, das Modell 860, das ist dann ihr Personal Computer sozusagen für die Büroarbeit, also eine, die man auf den Schreibtisch stellen kann. Und da sind dann auch einige der Funktionen oder Innovationen aus dem Alto drin, also auch wieder hier diese grafische Darstellung und eine Netzwerkanbindung und sowas und eben auch die Möglichkeit, den Cursor zu steuern mit einem modernen Eingabegerät. In diesem Fall ist das ein Touchpad ausgerechnet. Das ist im Tastaturgehäuse mit eingelassen. Keine Maus, sondern stattdessen dieses Touchpad. Und der Bill English, der da jetzt seit graumer Zeit über einem Jahrzehnt bei Xerox ist, der versucht, das Management auch zu überzeugen, dass die doch die Maus da mitliefern sollen, die doch viel geeigneter dafür wäre, aber da stößt er offensichtlich auf taube Ohren. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass dieses Modell 860 gar nicht für grafische Arbeiten gedacht ist, sondern eigentlich ein Textverarbeitungssystem, was ja jetzt für die Bürocomputer dieser Zeit auch nicht so ungewöhnlich ist. Ja, aber dabei bleibt es nicht, denn wenig später, im April 81, stellt Xerox den nächsten Rechner vor, den 8010. Der ist besser bekannt unter dem Namen Star und der hat eine grafische Oberfläche, das ist zwar monochrom, also keine Farbe, aber immerhin, das ist eine Icon-gesteuerte grafische Oberfläche und da ist jetzt die Maus ab Werk dabei. Und diese Kombination Xerox Star plus Maus, das ist also der erste kommerziell vertriebene PC in diesem Sinne mit der Maus als Eingabegerät, das da mit dabei ist. Denn die Rollkugel vom Herrn Mallebrein, die kam ja zwar auch im Zusammenhang mit einem Computer zum Einsatz, aber eben mit Großrechnern, also mit einem PC, dem Personalkomputer, aber in den 60ern eh nicht dran zu denken. Und diese Star-Maus, die man da mit dazu bekommt, das ist also eine Kugelmaus, die hat diese optomechanische Technik, die hat zwar nur zwei Tasten, da war zwar zunächst auch geplant, noch eine dritte mit dazu zu nehmen, aber aus pragmatischen Gründen hat man sich dann entschieden, damit die Bedienung einfacher wird von diesem Gerät, da nur zwei Tasten zu machen. Auf der Platine ist aber der Kontakt für den dritten Mausschalter noch mit drauf, interessanterweise. Also das muss eine Last-Minute-Entscheidung gewesen sein, zu sagen, gut, das Gehäuse kriegt dann halt nur zwei Tasten. Die stammt übrigens auch nicht mehr von Maushaus, also hat es ja schon erzählt, die haben sich inzwischen schon in den kommerziellen Vertrieb verabschiedet. Und diese neue Maus, die kommt in der Presse dann auch gut an, zum Beispiel in der Zeitschrift Personal Computing wird die bezeichnet als ein neues Schnittstellengerät und man zeige damit dann einfach auf Menüs, Formulare oder Symbole auf dem Bildschirm und plötzlich ist die Bedienung sehr einfach. Da bräuchte man überhaupt keine Anleitung mehr dafür, um das zu verstehen. Das ist ja schon mal ein ordentliches Zeugnis, das dem ausgestellt wird, aber das setzt sich jetzt nicht in der Breite durch und das mag auch in erster Linie mit dem Preis zu tun haben, denn so ein Xerox-Star-Computer kostet 16.600 US-Dollar und ja, wir sind in einer Ära, in der Computer teuer sind, aber wir sind auch in einer Ära, wo also die Kaufkraft eines Dollars noch sehr viel höher ist. Ich weiß gar nicht, was ein Apple II zu der Zeit kostet, aber ich glaube, es ist sowas um die 2000 Dollar oder so. Also es ist ja ein Vielfaches von dieser Größenordnung und ja, da hilft das jetzt natürlich auch nichts, dass da eine Maus dran hängt. Ja, wir sind ja hier auch schon im Jahr 81, das ist ja auch das Jahr, in dem IBM den PC rausbringt, den IBM PC, der ja auch erheblich günstiger ist. Aber der hat halt noch keine Maus und noch keine grafische Oberfläche, das kommt ja ein bisschen später. Diese Star-Maus, die setzt noch auf die optomechanische Technik, also mit den kleinen Lichtschranken, die die Drehung der Räder erfassen, ist also noch eine Kugel drin. Dabei gibt es zu dieser Zeit schon was Neueres, erstaunlicherweise, nämlich die optische Maus, wie wir sie heute kennen, mit einem kleinen Sensor drin. Diese Erfindung geht zurück auf das Park, also das Xerox-Forschungszentrum, wie so vieles und geht zurück auf einen Herrn, den wir schon erwähnt haben, nämlich den Richard Lyon, der damals beim Park ja arbeitet. Der Lyon, der arbeitet früh mit den alten Computern, hat er ja schon beschrieben, dass er kein Fan war für diesen Keyset von dieser Mini-Tastatur, aber sehr wohl von der Maus und so beliebt die Maus auch sein mag, sie hat ein großes Problem, nämlich rund um die Kugel im Inneren. Da sammelt sich mit der Zeit so viel Schmutz, dass sie klebrig wird und dann nicht mehr vernünftig rollt. Ich glaube, das Problem kennen die meisten von uns, die mit Kugelmäusen aufgewachsen sind, aber während wir damals die Maus einfach nur öffnen mussten, um dann die Kugel rauszunehmen und die Walzen zu reinigen, geht das bei diesen Alturmäusen noch nicht. Die kann man nicht einfach reinigen. Das erfordert spezielles Werkzeug und das wird so beschrieben, wie das damals ablief. Also man muss die Maus abstöpseln vom Alto-Computer natürlich die dreckige Maus nehmen, in ein bestimmtes Labor bringen am Park, dort in eine Kiste legen, die beschriftet ist mit tote Mäuse, dead mice. Und dann nimmt man sich eine aus dem Karton saubere Mäuse mit an seinen Arbeitsplatz und arbeitet da weiter, bis ein paar Wochen später das Ganze wiederholt werden muss. Nur die Ingenieure aus diesem speziellen Labor, die wissen, wie man die Mäuse und die Walzen darin reinigt. Und mit diesem Zustand ist Richard Lyon nicht so ganz zufrieden, verständlicherweise. Und so arbeitet er rund um das Jahr 1980 rum an einer Lösung, nämlich einer Maus mit optischem Sensor anstelle dieser Kugelmechanik. Mit der Idee ist er nicht der allererste. Es gibt schon weitere Park-Ingenieure, die vor ihm diese Idee hatten und die sich daran versucht haben, aber es ist bislang niemandem gelungen, einen Prototyp zu bauen und diese Idee weiterzuentwickeln. Aber der Lyon, der hat Erfolg, der entwickelt eine ziemlich fortschrittliche Bildsensorik mit einem kleinen zweidimensionalen Sensor oder einem Sensor, der ein zweidimensionales Pixelraster erfasst, ein 4x4-Pixelraster. Und mit diesem Pixelraster können kleine Verschiebungen auf der Tischoberfläche oder der Mauspad-Oberfläche erkannt werden und daraus berechnet die Maus dann, wie weit und in welcher Geschwindigkeit sie bewegt wurde. Dafür braucht der Sensor allerdings eine spezielle Oberfläche, kein richtiges, spezielles Mauspad, sondern ein einfaches Muster, das man einfach auf Papier drucken kann oder auch einfach kopieren. Wir sind ja hier bei Xerox, dem Kopiererhersteller. Da liegt das natürlich nahe. Aber es gibt ein Problem, wie der Lyon selbst schreibt an seiner abschließenden Arbeit am Park. Die Arbeit heißt Die optische Maus und beschreibt also seine Entwicklung. Und er schreibt, wenn man gezwungen ist, einen Arbeitsplatz mit einer elektromechanischen Maus zu benutzen, also einer Kugelmaus, nachdem man sich an die optische Maus gewöhnt hat, dann ist das sprunghafte Verhalten ein ärgerlicher Kontrast. Also das größte Problem dieser optischen Maus ist nicht die optische Maus selbst, sondern der Wechsel zur Kugelmaus. Das ist ja sehr selbstbewusst, diese Aussage. Und mit Recht. Ich habe mir in der Vorbereitung auf diese Episode auch eine alte Maus besorgt. Natürlich nicht die Alto-Maus, aber eine typische Maus der 80er Jahre mit Kugel. Und Christian, das war furchtbar. Ich hätte völlig verdrängt, wie träge und wie sprunghaft diese Technik sein kann. Also die Kugel, nicht nur, dass sie verdreckt, das ist ein ganz eigenes Problem noch, aber die Kugel bei der Bewegung auf dem Tisch, die bringt einen viel höheren Widerstand mit sich als so eine moderne optische Maus, die ja nur auf ihren kleinen Gleitfüßchen Kontakt hat mit dem Mauspad. Und dadurch hakt sie manchmal auch ein kleines bisschen oder die Walzen fangen an zu quietschen. Das ist wirklich keine Freude, die zu benutzen. Also der Wechsel zum optischen Modell, zum Bildsensor ist ein großer Schritt, aber Xerox erkennt dieses Potenzial immer wieder nicht, wie so oft. Und so erscheint 1981, obwohl eine funktionierende optische Maus ja vorhanden ist, der Star mit einer optomechanischen, also mit einer Kugelmaus. Aber nur zu Beginn, nach ein paar Jahren, dann wird die Star-Maus doch ersetzt durch ein optisches Modell, nach der Technik von Richard Lyon. Und er erzählt uns im Interview, dass dieses optische Modell dann auch nur noch sechs US-Dollar in der Produktion gekostet haben soll, verglichen mit 180 US-Dollar, die die Kugelmaus gekostet hat angeblich. Ja, das ist ja nicht unerheblicher Vorteil, würde ich sagen. Trotzdem, aus irgendeinem Grunde, setzt sich die optische Technik da noch nicht durch. Andere Hersteller haben kein Interesse daran, auch wenn Xerox die entsprechenden Patente anbietet, aber die wollen das nicht. Und so setzt sich Anfang der 80er Jahre die optomechanische, also die Kugeltechnik erstmal durch. Warum? Das habe ich den Richard Lyon auch gefragt. Und er meint, ja, ich war auch ein bisschen überrascht davon, dass sich niemand um diese Vorteile scherte und um die niedrigeren Kosten. Aber wahrscheinlich ist eine Hürde, dass man dafür einen eigenen Sensor-Chip bauen muss. Und das überfordert die meisten kleineren Computer- oder Zubehörhersteller dieser Zeit. Da ist die Kugelmaus dann doch die einfachere Lösung. An Wissen jedenfalls mangelt es nicht, denn er sagte uns, ja, all meine ehemaligen Parkfreunde, die dann zu Apple gegangen sind in den frühen 80er Jahren, die wussten Bescheid über die optische Maus. Aber statt die optische Maus zu Apple zu bringen, hatten die wohl dringendere Probleme. Und was das für Probleme sind, an denen seine Parkfreunde bei Apple da arbeiten, dazu kommen wir jetzt. Das ist allerdings auch ein offenes Geheimnis damals in den frühen 80er Jahren, denn die Infoworld, die schreibt im Mai 82 etwas über einen sagenhaften neuen Apple-Computer, den noch anzukündigenden Lisa-Computer. Und der schreibt, die Infoworld, der soll Gerüchten zufolge eine Maus haben. Es ist eine gute Gelegenheit an dieser Stelle, um nochmal ganz kurz den Einschub zu machen, nochmal zusammenzufassen, was eigentlich in so einer Maus drinsteckt in so einer mechanischen Maus. Vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, warum es noch eine Weile dauert, bis sich die optischen Mäuse dann durchsetzen. Denn so eine mechanische Maus, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, ist eigentlich ein echt simples Gerät. Das hat im Kern ja diese Mauskugel, die ist bei den frühen Geräten noch aus Stahl oder aus Plastik und dann wird sie aber bald aus Gummi oder aus gummiertem Metall. Einfach deswegen, weil Gummi eine bessere Haftung hat, sowohl an der Oberfläche als auch an diesen Rollen im Inneren der Maus, die ja dadurch gedreht werden. Denn diese Kugel liegt in einem Lager und berührt dann da zwei Plastikrollen und wenn die Kugel rollt, dann drehen sich also diese Plastikrollen mit und am Ende dieser Rollen sind zwei Rädchen jeweils dran. Also an jeder dieser Rolle ein Rädchen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Räder, die sich drehen bei der Mausbewegung, dann das Umwandeln in elektrische Impulse, die dann wiederum weitergegeben werden können an den Computer. Eine davon ist, dass in dem Rädchen einfach Metallspeichen drin sind, also so kleine Drähte und die schleifen an Metallkontakten, die berühren Metallkontakte und immer dann, wenn also das Rädchen sich dreht und dann so ein Kontakt zustande kommt, dann wird ein elektrischer Impuls erzeugt. Das ist aber etwas, was sich relativ schnell wieder aus der Geschichte der Mäuse verabschiedet, weil das verschleißt halt einfach, wenn diese Sachen da aneinander reiben. Da ist eine andere, auch einfache Technik sehr viel einfacher und sehr viel effektiver und nachhaltiger, nämlich diese Optomechanische, die du schon erwähnt hast. Da ist in der Maus schlichtweg eine Leuchtdiode, eine LED drin, die neben so einem von diesen Plastikrädchen sitzt und auf der anderen Seite, also vor dem Rädchen, sitzt die LED und hinter dem Rädchen eine Fotodiode. Das hatten wir vorhin schon bei dem Lichtgriffel. Das ist ein Empfänger, der kann halt einfach erkennen, ob gerade Licht scheint oder nicht. Und in diesem Drehrädchen, das da an diese Rollen dran gemacht ist, sind kleine Löcher drin. Da scheint dann das Licht der Diode durch und immer dann, wenn da ein Lichtstrahl auf die Fotodiode fällt, dann wird da eben auch wieder ein elektrischer Impuls erzeugt. Und diese elektrischen Impulse werden einfach über das Kabel der Maus an den Computer übertragen. Und die Maus selbst, die macht nichts anderes. Die berechnet keine Distanzen. Die gibt keine Positionsdaten oder Informationen weiter. Die ist kein Computer. Die überträgt einfach nur diese elektrischen Impulse. Die zählt, die sozusagen, durch die Drehrädchenbewegung und der Computer macht dann die Rechenarbeit. Also der Maustreiber heutzutage, der empfängt diese Daten und berechnet dann daraus die Position auf dem Bildschirm. Und natürlich auch die Tastensignale. Und die Tasten sind einfach nur Druckschalter mit so einem Federdruck. Die erzeugen auch nur einen elektrischen Impuls. Also das ist super simpel. Du hast vorhin schon erwähnt, da ist noch eine Plastikscheibe unten dran. Die kann man aufdrehen, dann fällt die Kugel raus, dann kann man das reinigen. Meiner Erinnerung nach ist nie die Kugel verschmutzt, sondern es haben sich an diesen Plastik-Drehrädchen hat sich irgendwann da so eine Staubpatina gebildet, die man dann abkratzen musste. Genau. Aber so oder so, wenn das so verschmutzt, dann wird also das Signal unpräzise und dann dreht sich das nicht mehr so gut. Also man muss es halt ab und zu reinigen. Aber das ist auch schon alles. Also so eine Maus in dieser Basiskonfiguration, so eine Kugelmaus, ist ein sehr einfaches und damit auch sehr kostengünstig herzustellendes Gerät. Auch ein stromsparendes Gerät. Eine Maus braucht keine eigene Energieversorgung, keine Batterie oder sonst irgendwas. Die muss ja nur Signale senden. Sobald aber die optischen Mäuse dann kommen, wird es ein bisschen komplizierter. Da ist ja dann auf einmal Elektronik drin, da muss ja ein Sensor dann rein und sowas. Das ist jetzt auch alles kein Hightech. Aber möglicherweise waren diese Kugelmäuse am Anfang auch deswegen diese optomechanischen Modelle, weil viel simpler geht es eigentlich nicht mehr, als diese Technik da rein zu tun. Ja und trotzdem ist sie ja überraschend teuer. Wir hatten ja schon diese erste kommerziell erhältliche oder für Endkunden erhältliche Maus erwähnt, die 415 US-Dollar kostet. Und die Xerox-Maus, die optomechanische, soll ja in der Herstellung 180 US-Dollar gekostet haben. Also irgendwas haben die falsch gemacht, dass sie da so viel Geld in die Herstellung investieren. Man fragt sich, ja ich weiß es auch nicht. Vielleicht war der Stecker so teuer, mit dem du das dann in deinen Computer reingesteckt hast. Wirklich. Aber sie wird im nächsten Schritt ja deutlich günstiger. Und der Hersteller, der dafür zuständig ist, den haben wir gerade schon genannt. Das ist Apple. Jetzt ist die Maus also in der Welt. Sie ist sowieso schon lange patentiert. Man kann sie kaufen, erst an Großrechnern, dann kann man sie auch an Computern kaufen, an PCs im weitesten Sinne, wie dem Xerox Star. Und man kann auch als ganz normaler Endkunde in einen Laden gehen, zumindest theoretisch, und sich eine Maus für seinen Computer kaufen. Aber so richtig durchgesetzt hat sie sich zu dieser Zeit immer noch nicht. Das schreibt zum Beispiel auch die Infoworld im Jahr 1983. Da sagt sie, die Maus sei jahrelang in den Hinterhöfen der Informatikforschung versauert. Aber jetzt, das Jahr 83, das sei das Jahr der Maus. In diesem Jahr setzt sie sich durch. Es sind noch ein paar Details zu klären. Die Hersteller streiten noch darüber, wie viele Tasten sie jetzt eigentlich haben soll. Eine oder zwei oder drei oder noch mehr. Und wie sie geformt sein sollen. Ob das das europäische Modell sein sollte, wie du es genannt hast, diese Halbkugel. Oder ob es eher ein Kasten sein soll, wie ein Stück Butter. Oder wie eine Schildkröte geformt, schreibt die Infoworld. Das habe ich gar nicht vor Augen, wie das aussehen soll. Und es gibt auch einige Zweifler noch. Zitiert wird da der Vorstandschef des Softwareherstellers MicroPro. Der sagt, die Maus sei das perfekte Eingabegerät für einen Menschen mit drei Armen. Und damit meint er, dass man natürlich für die Mausbedienung eine Hand von der Tastatur nehmen muss. Und das ist natürlich ein Problem. Unverschämt. Ja. Aber trotzdem, es kommt tatsächlich so, wie die Infoworld hier prognostiziert. Im Jahr 1983 beginnt sich die Maus wirklich durchzusetzen. Aber das liegt nicht an Xerox und auch nicht an Telefunken, sondern an einer anderen Firma, eben an Apple. Apple kommt aber nicht selbst auf die Idee, eine Maus zu entwickeln. Da spielt schon wieder Xerox eine Rolle, Christian. Ja, genau. Steve Jobs lässt sich da schön inspirieren vom Park, vom Alto und von der Technologie dort. Denn das Park ist zwar ein Forschungszentrum von Xerox, aber das ist jetzt keine top geheime Einrichtung, sondern das ist offen für Besucher. Die haben auch regelmäßig dann Führungen, Tagungen und so weiter. Und einer von diesen Besuchern, der da mal bei so einer Führung dabei ist, nämlich im Dezember 1979, ist eben Steve Jobs, der Mitgründer von Apple. Und der ist begeistert von dem Alto, von dem grafischen Interface und eben auch von der Maussteuerung. Er kennt darin die Zukunft des Computers. Und bei seiner Firma, bei Apple, gibt es auch schon andere Mitarbeiter, die vorher sogar schon gearbeitet haben beim Park. Zum Beispiel der Informatik-Professor Jeff Reskin, der dann später federführend beim Apple-Mackentosch werden wird. Ja, und auch andere, die sogar vorher schon beim Stanford Research Institute, bei dem Arc-Team dabei waren, die landen dann bei Apple. Es ist ja auch alles hier Kalifornien. Das ist ja alles ein großer Austausch von Menschen und Informationen. Ja, im Silicon Valley ist das. Im Silicon Valley, genau. Und Steve Jobs wirbt aber gezielt dann auch Mitarbeiter ab von Xerox, von dem Park. Unter anderem zum Beispiel auch den Mitarbeiter, der ihm den Alto präsentiert hat bei seinem Besuch. Also er holt dann auch die Kompetenz zu sich ins Unternehmen. Und er braucht das, weil Apple hat ja schon den Apple I und den Apple II vor allen Dingen im Markt. Das ist also schon ein erfolgreiches Unternehmen und die arbeiten an ihrem nächsten großen Wurf. Das ist das Lisa-Projekt, der Apple Lisa. Das ist eine Workstation. Das soll also eine Profi-Variante des Apple II werden für den Büroeinsatz. Und da steht aber noch nicht so genau fest, wie die Ausrichtung von dem Lisa sein soll. Also ja, für die Büroarbeit geeignet natürlich und soll auch leicht zu benutzen sein, aber richtig festgefügt ist die Vision noch nicht. Und das endet sich, als der Steve Jobs dann eben beim Park war und dort den Alto sieht und dann wird ihm klar, so muss unser Computer sein. Lisa ist also modelliert nach dem Vorbild das Alto und lässt dann da eine grafische Benutzeroberfläche einbauen und eben auch die Maussteuerung, die dann mit dazu kommt. Dieses Betriebssystem von der Lisa, das ist also nicht nur eine Kopie von dem vom Alto, übrigens auch mit dem Segen von Xerox, also das ist keine Industrie-Spionage hier, sondern das ist dann schon abgenommen. Aber das Lisa-Betriebssystem verbessert das durchaus auch noch. Also das ist vor allen Dingen zugänglicher als das alte System. Und diese Schreibtisch-Metapher stellt das noch weiter in den Vordergrund. Ich verweise hier nochmal auf die Windows-Folge von euch und Gunnar, da ist das noch detaillierter ausgeführt. Ja, aber dann muss natürlich auch eine eigene Maus her, denn Steve Jobs möchte dann also nicht eine Maus lizenzieren oder bauen lassen, sondern es soll schon eine eigene sein. Ja, aber diese eigene Maus entwickelt Apple nicht selbst, sondern sie geben diesen Auftrag zur Entwicklung einer eigenen Apple-Maus an eine andere Firma extern, eine Designfirma namens David-Kelly-Design, zumindest heißt sie später so. Deren Mitgründer ist ein guter Bekannter von Steve Jobs. Und die Aufgabe, die diese Firma also von Apple bekommt, die scheint erstmal kaum lösbar zu sein. Sie sollen die Xerox-Maus nehmen, also die Park-Maus vom Alto. Und diese Maus sollen sie vereinfachen. Und zwar so stark, dass sie wesentlich günstiger herzustellen ist. Die Xerox-Maus heißt, es kostet zu dieser Zeit in der Herstellung noch rund 400 US-Dollar. Was Steve Jobs jetzt vorschwebt, ist eine Maus, die man für 10 bis maximal 35 Dollar herstellen kann. Das ist schon ein Unterschied dafür, dass die Technik, die da drin stecken soll, quasi dieselbe ist. Aber nicht nur das, das Vorbild ist ja nicht besonders zuverlässig, wie Richard Lyon ja auch schon erkannt hat. Und der hat ja daraufhin dann die optische Maus entwickelt. Diese Unzuverlässigkeit, die soll bei der Apple-Maus auch ausgebügelt werden, aber ohne Einsatz eines optischen Sensors, sondern mit der klassischen Kugeltechnik. Und sie soll ohne spezielles Mauspad auskommen. Sie soll selbst, das ist eine der Vorgaben, auf den Jeans von Steve Jobs funktionieren. Also er will die so auf seinem Knie bedienen können. Ja, eine optische Lösung kommt dafür noch nicht in Frage. Das überfordert oder das liegt außerhalb der Möglichkeiten des Design-Teams hier einen optischen Sensor zu entwickeln. Stattdessen wählen sie die klassische optomechanische Lösung. Aber wie setzt man diese Technik, die so aufwendig ist, offenbar so um, dass sie für 10 bis 35 Dollar in Massen herstellbar ist und dabei auch noch die ganzen diversen Probleme löst? Sie analysieren also dieses Xerox-Gerät und optimieren es in jeder Hinsicht. Sie stellen dabei fest, dass die Kugel in der Xerox-Maus in eine sehr aufwendige Kugellager-Mechanik eingespannt ist. Und diese Kugellager-Mechanik, die sorgt dafür, dass die Mauskugel auf die Tischoberfläche runtergedrückt wird. Aber die Ingenieure, die merken recht schnell, das ist eigentlich völlig unnötig. Man braucht dieses Kugellager gar nicht. Die Kugel wird auch einfach durch die Schwerkraft ganz natürlich runtergedrückt auf den Tisch. Man muss nur so einen groben Plastikkäfig drumherum bauen und das reicht. Und sie optimieren das Design auch noch an anderer Stelle und bauen so im Frühjahr 1980 die ersten Prototypen. Interessanterweise auf der Basis einer Butterdose und der Kugel eines Deo-Rollers, die sie im Supermarkt gekauft haben. Pragmatisch. Hab ich gerne gesehen. Es gibt leider keine Bilder von diesen Prototypen. Und mit diesem Prototypen werden dann nach und nach alle Aspekte der Maus optimiert und vereinfacht. Sie optimieren die Form, die Technik, die Zuverlässigkeit, das Klickgefühl, die Oberfläche der Kugel, da kommt diese Gummierung hinzu anstelle der Stahlkugel. Und das Problem mit der Verschmutzung, das ja bei allen Kugelmäusen besteht, das lösen sie dadurch, dass man hier den Kugelkäfig einfach öffnen kann. Also so, wie wir es in den 80er Jahren kennengelernt haben. Das ist eine neue Idee, die damals erstmals bei dieser Apple-Maus zum Einsatz kommt. Also, dass man unten ein kleines Plättchen entfernt und dann die Kugel rausnehmen und so die Walzen reinigen kann. Das Ganze wird dann auch umfangreich getestet, unter anderem mit einem Plattenspieler, auch sehr kreativ. Also sie spannen so einen Mausprototyp auf einen Plattenspieler, der sich dreht und auf der Platte legt dann die Mauskugel ordentlich Kilometer zurück und stellt so ihre Langlebigkeit unter Beweis. Dann ist nur noch eine Frage zu klären schließlich bei diesem Prototyp. Wie viele Tasten soll denn jetzt die Apple-Maus bekommen? Wir haben ja schon diverse Mäuse gesehen mit einer Taste, mit zwei Tasten, mit drei und teilweise noch mehr. Wie viele kriegt denn jetzt die Apple-Maus? Ja, darüber entscheidet Jeff Raskin, den wir auch schon erwähnt haben. und der hat eine Rechts-Links-Schwäche. Das erzählt uns zumindest Ron Nicholson. Der hat damals bei Apple gearbeitet und den konnte ich auch kurz interviewen. Und weil der also ein Problem hat mit rechts und links, will er diese Verwechslungsgefahr meiden und so bekommt die Maus, zumindest beschreibt uns Ron das so, nur eine einzelne Taste. Das ist ganz im Sinne Apples natürlich und ganz im Sinne von Steve Jobs, der will ja ein möglichst benutzerfreundliches Gerät schaffen und je weniger Tasten, desto einfacher. Das ist ja immer schon Apples Maxime. Der Raskin, der hat später mal in einem Buch selbst zugegeben, ja, vielleicht wäre eine zweite Taste doch besser gewesen, aber nur, wenn sie eindeutig beschriftet ist. Denn das ist auch durchaus plausibel, was er da als Begründung angibt. Im Englischen spricht man ja nicht von rechts und links, sondern von right und left. Aber right-Maus-Button kann ja nicht nur rechte Maustaste heißen, sondern auch richtige Maustaste. Und wenn also jemand sagt, drück mal die Right-Maus-Button, dann kann das heißen, drück mal die rechte, es kann aber auch bedeuten, drück mal die richtige. Und die richtige ist ja meistens nur mal die linke, wenn man die häufiger einsetzt. Also das ist ein potenzieller Quell für Verwirrung, den er meiden will. Naja, die Geschichte hat ja bewiesen, dass das eine unberechtigte Sorge war. Ja, in der Tat. Aber Apple hat ja eine ganze Weile gebraucht, um das zu erkennen. Ja, und so kommt der Lisa-Computer im Januar 83 dann auf den Markt mit seiner grafischen Oberfläche in schwarz-weiß noch und mit beiliegender Maus. Ja, und es erweist sich einmal mehr, dass die Maus zurückgehalten wird von dem Gerät, an dem sie hängt. Die Maus ist völlig okay, zumal dieser Entwicklungsschritt, den die Maus jetzt hier gemacht hat, durch die Bearbeitung von Apple ein ganz wesentlicher war für ihre Kommerzionalisierung. Sie ist jetzt also gestreamlinter, sie ist viel günstiger. Einmal mehr erweist sich schon so früh dieses alte Credo, dass Apple gut darin ist, etwas Existierendes zu nehmen und es massentauglich und zugänglich zu machen. Und das ist mit der Maus hier definitiv auch der Fall. Nur leider hängt es ja an dem Lisa-Computer und der ist ja nun ein historischer Fehlschlag, denn der ist in erster Linie zu teuer. Also es kostet 10.000 US-Dollar so eine Lisa-Workstation zu kaufen und auch wenn die Presse damals wieder sehr beeindruckt davon ist, alle die, die sehen diese Lisa-Workstation und vor allem ihr Interface und ihre Bedienbarkeit sind sehr angetan davon. Das Byte-Magazin zum Beispiel schwärmt auch davon, wie leicht das jetzt ist, die Dinge zu bedienen mit dieser Maus. Und sie schreiben, das habe den positiven psychologischen Effekt, dass man das Gefühl habe, die Kontrolle zu haben. Stell dir das vor, die Kontrolle über einen Computer zu haben, das ist damals auch offensichtlich erwähnenswert, weil das so neu ist, diese Unmittelbarkeit von diesem Ding. Aber wie gesagt, der Lisa wird leider nicht erfolgreich. Da braucht es erst den Nachfolger, das parallel entwickelte Projekt, nämlich den Apple Macintosh. Der Name ist jedem bekannt, den Apple Mac gibt es bis heute. Das ist dann der große Durchbruch, das ist der große Erfolg. Sollte eigentlich eine günstigere Alternative zum Lisa mal werden, aber Steve Jobs lässt es dann nach seiner Erfahrung mit dem Alto beim Park auch umbauen in Richtung einer Maschine mit einem grafischen Interface. Der Macintosh erscheint 1984, ist viel günstiger als der Lisa und da ist auch wieder eine Mausabwerk dran. Also das zentrales Element der Bedienung. Ein Macintosh ohne Maus ist nicht vorstellbar und das findet dann endlich auch große Aufmerksamkeit und auch kommerziellen Erfolg. Die Los Angeles Times zum Beispiel, die schreibt im Januar 1984, die Maus sei so viel intuitiver als die Tastatur. Also auch die Maus wird hier jetzt von Leuten, die zum ersten Mal in der Praxis die Gelegenheit haben, einen Computer mit der Maus zu bedienen. Und das muss man auch nochmal bedenken, die Maus als Eingabegerät war ja lange Zeit etwas für Fachkräfte in Forschungseinrichtungen oder in Firmen. Und jetzt geht das so langsam dann auch mal in Richtung Massenmarkt. Da machen also jetzt viele Leute das erste Mal die Erfahrung, etwas mit der Maus zu bedienen. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Die Erfahrung wird als unmittelbar wahrgenommen, als intuitiv, als super eingängig, leicht zu lernen. Die Los Angeles Times vergleicht das mit Kleinkindern, die gelernt haben, in den Laufstellen Dinge rumzuschieben. Und die Maus sei nur eine Erweiterung dieser Fähigkeit. Also kinderleicht sozusagen. Eine Urfähigkeit, die hier eingesetzt ist. Also es sind alle begeistert davon. Auch deswegen, weil zum Beispiel, wenn man die Maus bedient, man den Blick nie vom Bildschirm nehmen muss. Also wenn du ein guter Maschine-Schreiben- Mensch bist, dann kannst du auch auf der Tastatur tippen, ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen. Aber viele von den Einsteigern, von den Laien, von den Heimanwendern da draußen sind das ja nicht. Also auch ich habe nie Maschinenschreiben gelernt. Ich muss doch heute noch teilweise auf die Tastatur gucken, wenn ich da was eintippe. Man denkt da selten dran, aber bei der Maus ist das nicht so. Ich muss nie auf meine Maus gucken, um da was zu machen. Das ist wirklich völlig intuitiv. Der Mac ist also, auch wenn ich jetzt schon gesagt habe, der wird ein großer Erfolg. Das dauert auch ein bisschen. Also ich meine, 2500 Dollar kostet er als Einstiegspreis. Das ist jetzt auch kein Pappenstil. Und vor allen Dingen hat er am Anfang auch das Problem, dass die Software noch nicht so richtig da ist, die von dieser grafischen Oberfläche dann auch Gebrauch machen würde. Da gibt es eine Killer-Application, die jetzt vielleicht gar nicht die naheliegendste für uns Heimanwender ist, aber der Mac setzt sich dann durch mit dem Erscheinen von PageMaker, mit einer Desktop-Publishing-Software 1985. Weil das ist wirklich ein tolles Ding. Und der Mac wird ja sehr lange Zeit dann auch bekannt als der Computer für Layouter, für alle Leute, die grafische Arbeiten machen. Der Grundstein wird hier gelegt, hier mit dem PageMaker. Und spätestens ab dann gibt es dann auch einen Laserdrucker dazu, den Apple dann auch mit ausliefert und sowas. Und dann wird das also zu einer Standard-Hardware der Macintosh. Und ab 1986 erreicht das dann also auch solche Verkaufszahlen der Macintosh, dass man sagen kann, mit Fug und Recht, die Maus ist jetzt endlich im Massenmarkt angekommen. Ja, und anders als Xerox weiß Apple auch, was sie da haben. Und die wissen das auch zu vermarkten. Das gilt ja auch bis heute, dass Apple sehr gut ist im Marketing. Und ich denke, wir kennen alle diesen berühmten 1984-Werbespot von Apple, mit dem der Macintosh angekündigt wird. Der zeigt die Maus noch nicht, der bleibt ja sehr vage, der verspricht einfach nur eine große Revolution, die uns alle befreit. Aber das Gerät selbst wird da noch nicht so genau vorgestellt. Aber es folgen dann ja nach der Einführung des Macintosh diverse Fernsehspots, die das Gerät bewerben und darin ist dann unheimlich viel von der Maus zu sehen. Es gibt sogar einen Werbespot, ich glaube von 85, da siehst du fast ausschließlich Hände, die die Maus rumschieben. Man sieht fast gar nichts vom Computer und nur für ein paar Sekunden mal den Desktop. Die ganze Zeit bewegen sich nur verschiedene Hände über den Tisch. Die Botschaft ist klar, also wenn du auf etwas zeigen kannst mit deinen Fingern, dann weißt du schon, wie man diesen Computer bedient. Das ist alles, was du brauchst. Also hier steht ganz klar die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Und so wird dann die Maus ja langsam auch zum Massenprodukt, obwohl der Mac ja nun nicht billig ist. Also von einem Produkt für jedermann ist der noch weit entfernt mit 2500 US-Dollar. Es kommen jetzt aber im Laufe der 80er Jahre weitere Computer auf den Markt, die die Maus einsetzen und zur Verbreitung stark beitragen. Die frühen Halbcomputer, so die Atari 8-Bit-Computer oder der C64, die gehören ja noch nicht dazu. Auch wenn es dafür auch teilweise Mäuse als Zubehör gibt, liegt die Maus da ja noch nicht dabei. Aber im Jahr 1985 erscheinen ein paar Computer, bei denen die Maus im Lieferumfang enthalten ist und die auch günstiger sind als der Mac und damit stark zur Verbreitung beitragen. Und der wahrscheinlich bekanntere von den beiden ist ein Computer, der in seiner Entwicklung noch Lorraine heißt und eigentlich eine Spielekonsole werden soll. Die entsteht, diese Konsole bei einem Startup namens HiToro und da arbeiten ein paar ehemalige Atari-Ingenieure, unter anderem die VCS-Konstrukteure Joe DeCure und Jay Miner, an dieser Konsole rund um den Motorola 68000. Das ist der gleiche Prozessor, der später auch in Lisa und Macintosh steckt. Für diese Konsole lassen sie einen externen Designer auch einen Joystick entwickeln und nicht nur das, auch eine Maus. Für den Fall nämlich, dass auf Basis dieser Spielekonsole vielleicht unter Umständen eines Tages auch nochmal ein Computer entsteht. Und genau so kommt es dann auch. Denn wir haben es ja in der VCS-Folge schon beschrieben, Ende 1983 beginnt der US-amerikanische Videospielemarkt zusammenzubrechen und so begräbt Hitoro dieses Konsolenprojekt und konzentriert sich ganz auf die Idee eines Heimcomputers und der heißt zu der Zeit schon nicht mehr Lorraine, das war ja nur der Codename, sondern jetzt heißt er Amiga und der entsteht zunächst im Auftrag von Atari, aber später schnappt Commodore dann dem Konkurrenten diesen Computer weg und so erscheint dieses Gerät im Juli 85 als Commodore Amiga. Und der ist nicht nur ziemlich leistungsfähig, sondern auch halb so teuer wie der Mac. 1300 US-Dollar kostet der, allerdings ohne Monitor, der ist beim Mac ja integriert und anders als der Mac beherrscht der auch Farben, denn der Mac hat ja noch eine Schwarz-Weiß-Oberfläche. Gesteuert wird dieser Amiga mit einer grafischen Benutzeroberfläche und mit eben der Maus. Wie dieses neue Eingabegerät damals beschrieben wird, das können wir uns mal anhören. Zur Amiga-Einführung in Deutschland gab es eine große festliche Gala durch den Abend führte Frank Elstner, der damals noch Wetten, dass moderiert hat und dem geschwannten Publikum wird die Maus so vorgestellt. Neben der Tastatur, ich nehme an, die Kamera zeigt das jetzt mal, gibt es das sogenannte Rollkugel-Eingabegerät, auf Neudeutsch auch Maus genannt, mit zwei Tasten und mit diesem Gerät wollen wir Ihnen heute Abend im Wesentlichen demonstrieren, wie benutzerfreundlich und wie einfach man den Amiga bedienen kann. Ja, da ist sie wieder, die Rollkugel. Der Name setzt sich aber nicht durch, aber die Maus hingegen schon. Die Amiga-Maus setzt auf die optomechanische Technik mit Kugel und Lichtschranken, so wie es zu der Zeit schon Standard ist und obendrauf hat sie zwei Tasten. Warum sind es zwei und nicht nur eine wie bei Mac? Das habe ich Ron Nicholson gefragt. Der nämlich war zu dieser Zeit nicht mehr bei Apple, sondern bei Amiga und er sagte mir, anders als Apple hätte man bei Amiga nicht nur Anfänger im Sinn gehabt, sondern ambitioniertere Nutzer und den könne man doch ruhig zumuten, zwei Tasten zu unterscheiden. Und damit ist jetzt endlich mit dem Amiga ein halbwegs bezahlbarer mausgesteuerter Computer auf dem Markt, aber nicht ganz der erste. Nicht ganz der erste, genau, weil ein anderer ist eine Woche schneller. Du hattest ja gerade gesagt, Commodore hat Atari den Atari hat ja ein eigenes Pferd in diesem Rennen und zwar den von dir so geliebten Atari ST Hanna, das ist doch dein Leib- und Magencomputer, auch auf dem 68000er-Chip basierender Heimcomputer, auch ein mausgesteuertes Gerät mit einem grafischen Interface, günstiger auch als der Amiga, 800 US-Dollar oder wenn man einen Farbmonitor haben möchte, 1000 US-Dollar kostet der zur Markteinführung, also günstiger als der Amiga und viel, viel günstiger als der Mac und hat eben auch diese grafische Nutzeroberfläche, Gem heißt die beim ST, ist von Digital Research, das ist im Endeffekt ein Klon des Macintosh-Systems und damit ist der ST also kurz vor dem Amiga der erste Computer mit einer farbigen grafischen Benutzeroberfläche auf dem Markt und dafür braucht er natürlich dann auch wieder eine Maus, diese Maus heißt STM1, ist auch eine optomechanische Kugelmaus, hat auch zwei Tasten, also genau das gleiche hier, wird über einen neunpoligen Stecker angesteckt, seit den VCS-Zeiten benutzt Atari diese Art von Verbindung schon für die Joysticks und so also jetzt hier auch für die Maus und diese STM1 Maus, die wird bis zum Ende der ST-Reihe 1994 fast unverändert so produziert. Das sind beides erfolgreiche Geräte, der ST, der verkauft sich ungefähr zwei Millionen Mal, der Amiga sogar fast fünf Millionen Mal, vor allen Dingen natürlich dank des Amiga 500 von 1987, wo es dann deutlich günstiger wird und damit tragen sie also beide dann erheblich zur Verbreitung der Maus bei. Denn sowohl beim Amiga als auch beim ST ist die Maus nicht optional, sondern sie ist ein elementarer Bestandteil des Systems. Und das wiederum bedeutet, und das ist kein unwesentlicher Punkt, dass die Menschen, haben und ihre Programme entsprechend darauf abstimmen können. Das gilt natürlich vor allen Dingen für Anwendungsprogramme, aber das gilt durchaus auch für Spiele. Auf dem Amiga gibt es ja Spiele wie Lemmings zum Beispiel, was ein mausgesteuertes Spielabwerk ist und das hängt sicher auch damit zusammen, dass jeder Amiga eine Maus hat, was zu dem Zeitpunkt auf dem IBM PC noch nicht unbedingt der Fall ist. Ach ja, und der fehlt uns natürlich noch, der braucht ein bisschen länger. Als er 81 rauskommt, ist eine Tastatur dabei, aber keine Maus und ja auch keine Oberfläche, mit der man die Maus bedienen könnte. Und die erste Maus kommt dann auch nicht von IBM selbst für den IBM PC, sondern von einem anderen Hersteller und das ist die Firma Mouse Systems. Nicht zu verwechseln mit Mouse House. Diese originellen Namen hier links und rechts. Ja. Mouse Systems stellt im Oktober 82 auf einer Computerkonferenz eine Maus vor, und zwar eine optische. Entwickelt hat sie ein Ingenieur namens Steve Kirsch und der gilt damit als der zweite Erfinder der optischen Maus. Also die beiden Mäuse, die andere haben wir ja schon beschrieben von dem Lion, die werden parallel entwickelt, aber diese hier kommt dann auch auf den Markt. Die ist technisch ein bisschen simpler als die Xerox Maus von Lion. Diese hier braucht ein spezielles Mauspad, das dabei liegt, ein reflektierendes Aluminium beschichtetes Mauspad mit einem ganz engen zweifarbigen Streifenmuster. Vertikal verlaufen blaue Streifen und horizontal schwarze Streifen und die werden von zwei getrennten Sensoren erfasst. Also kein zweidimensionaler Sensor, der ein 4x4 Pixel Raster erkennt, sondern zwei eindimensional arbeitende Sensoren und jeder von denen erkennt nur eine Dimension. Also der eine ist für die hoch runter und der andere für die rechts links Bewegung zuständig. Das ist technisch wesentlich simpler und ist angewiesen auf dieses beiliegende Mauspad. Ohne funktioniert es nicht. Was ich auch feststellen musste, denn ich habe ein sehr frühes Modell von Maus System hier und leider kein passendes Mauspad bei. Außerdem fehlt meinem Exemplar ein Netzteil, denn auch das ist noch notwendig. Die Maus braucht ein eigenes Netzteil, kann man sich das vorstellen? Man schließt sie also nicht nur über das Kabel an den Computer an, sondern auch noch an die Steckdose. Obendrauf sind drei Tasten und dieses Ding wird auf dieser Messe Ende 82 vorgestellt und zwar an einer Sunworkstation, noch nicht an einem IBM PC und an einem Atari 400 und auf diesem Atari wird zumindest für die Messe Demonstration damit das Spiel Missile Command gesteuert. Das sorgt natürlich ordentlich für Aufmerksamkeit. Wir sehen hier zum ersten Mal öffentlich, wie ein Spiel von einer Maus gesteuert wird, aber wie das damit weitergeht, ob sich das durchsetzt, dazu kommen später noch. Jedenfalls hilft das Kirsch ordentlich bei der PR für seine Erfindung und er gewinnt damit auch eine Auszeichnung Best New Product auf dieser Messe. Auf den Markt kommt sie dann im Januar 1983 für den Apple 2 und eben auch für den PC. Und damit ist es die erste IBM PC kompatible Maus. Die heißt in der PC Variante einfach PC Maus, auch wieder sehr originell und kostet 332 US Dollar mit der passenden Schnittstellen Karte. Die muss man erstmal in den Rechner einbauen, damit man das Ganze anschließen kann. Und man braucht eben noch eine Steckdose. Das heißt, damit ist das die allererste Maus für die IBM kompatiblen PCs und das drei Jahre oder fast drei Jahre bevor Windows erstmal rauskommt. Das ist schon sehr früh und somit gibt es wenig kompatibles Software. Man kann mit dieser Maus, die heißt PC Maus M1 über den Treiber einige zum Beispiel in WordStar oder Visicalc. Das sind also populäre Programme zu dieser Zeit. WordStar ist eine Textverarbeitung und Visicalc ist eine frühe Tabellenkalkulation. Da ist die Maus schon kompatibel über diese Zusatzsoftware, aber ein großer Erfolg ist sie trotzdem nicht. Das mag vielleicht auch an der Technik liegen und an diesem zwingend notwendigen reflektierenden Mauspad oder am hohen Preis oder an der geringen Softwareunterstützung. Das weiß man nicht so genau. Die Presse jedenfalls ist ganz angetan. Es gibt einen Testbericht aus der Infoworld aus dem Oktober 83. Da schreiben sie, die PC-Maus sei gut durchdacht und gestaltet und in ihrer Bewertung geben sie dem Gerät in jeder einzelnen Kategorie die Bestnote exzellent. Und das einzige Manko, was diese PC-Maus habe, es gibt wenig Software dafür. Das ist natürlich nicht die Schuld der Maus, sagen sie. Das ist ja die Schuld der Softwarehersteller. Ja, also wir sind jetzt dann hier in den Bereich, wo auf dem PC auch die grafischen Oberflächen mal Einzug halten müssen. Das dauert ja ein bisschen und da verweise ich auch nochmal auf eure Folge zu Windows, wo ihr das beschreibt. Der erste Anbieter, der auf dem PC eine solche Oberfläche bereitstellt, ist die Firma VisiCorp mit ihrem Produkt VisiOn oder Vision, wie auch immer man es aussprechen möchte. Das erscheint im Dezember 1983 und das ist auch von Anfang an als eine Maus gesteuerte Oberfläche gedacht. In den Vorab-Versionen ist auch immer schon eine Maus mit dabei, in dem Fall noch eine eigene von VisiCorp, aber als das Vision dann auf dem Markt erscheint, liegt da eine Maus bei, die jetzt nicht mehr von VisiCorp selbst kommt, sondern das ist die PC-Maus von Maus Systems, die du gerade vorgestellt hast. Die wird hier mit gebandelt mit diesem Produkt. Leider erweist sich das Vision aber nicht als ein Erfolg. Da muss eigentlich erst ein anderer Kandidat ins Rennen gehen und das ist Microsoft. Wir nähern uns mit großen Schritten Windows. Microsoft ist abgespeichert bei den meisten von uns als ein Software Hersteller. Microsoft ist aber schon seit jeher oder zumindest seit sehr langem auch ein Hardware Hersteller. Selbst vor dem PC haben die auch schon Steckkarten für den Apple 2 zum Beispiel im Angebot. Das beschränkt sich aber am Anfang noch darauf. Anfang der 80er Jahre 1982 eröffnen sie ganz offiziell eine Hardware Abteilung und die erste große Aufgabe für diese Hardware Abteilung ist die Entwicklung einer Maus. Da ist nicht Microsoft alleine federführend. Da gibt es einen externen Designer aus Seattle. Da kommt zum Beispiel das Design der Maus her und eine japanische Firma namens Alps Electric übernimmt da die technische Weiterentwicklung. Aber nichts desto ist Microsofts Produkt und Microsofts Projekt. Und das wird in erster Linie aber noch nicht für Windows entwickelt, sondern für die Textverarbeitung Word. Das ist eines von den Vorzeigeprodukten von Microsoft Anfang der 80er. Das erscheint im Mai 1983 und dafür kann man diese Microsoft Maus dann auch einsetzen. Die gibt es da sogar im Paket zu kaufen. 195 US-Dollar kostet das und da kriegst du dann also nicht nur das Word, sondern auch noch ein paar andere Software-Dinge mit dazu. Notepads, ein simples Malprogramm, Doodle heißt das und schon eine Art von Spiel, nämlich eine Lebenssimulation live. Das ist diese Simulation, wo das Wachstum von Zellen simuliert wird. Aber auch das ist in diesem Bundle mit dabei und auch das lässt sich mit der Maus steuern. Und diese Microsoft Maus ist so ein weißer Kasten, das sieht jetzt wie ein angeschnittenes Stück Butter aus, aber es ist immer noch im Endeffekt ein recht echtiger Kasten, hat aber grüne Tasten, zwei grüne Tasten vorne dran. Also es sieht ganz süßer als eigentlich so, als würde einen die Maus angucken mit ihren zwei großen grünen Augen. Ja, finde ich. Das ist also diese Microsoft Maus, das ist auch eine Kugelmaus und auch hier aber noch, um die am PC betreiben zu können, muss noch eine Schnittstellenkarte in den PC eingesetzt werden. Also da gibt es noch nicht den einfachen Stecker, den man reinsteckt. Das dauert aber dann nicht so lange, denn Microsoft in Kombination mit Alps Electric entwickeln dann unter anderem also auch diesen Anschluss weiter. Da kommt also bald ein 9- oder 25-poliger serieller Port zum Einsatz. Und da muss man dann keine Karte mehr reinstecken und die späteren Modelle, die sind dann auch ein bisschen leiser und arbeiten ein bisschen präziser und so. Also das geht durch eine ganze Reihe von Modellen, diese Microsoft Maus. Nichtsdestotrotz, also es bleibt noch das Problem, dass es auch in dieser Ära für die Microsoft Maus noch nicht so wahnsinnig viele Anwendungsfälle gibt jetzt über das Word hinaus. Da muss dann tatsächlich die grafische Oberfläche her und das ist Windows. Windows 1.0 ist noch kein großer Erfolg. Mit Windows 2.0 wird es dann so langsam akzeptabler und spätestens dann mit Windows 3.0 und den Nachfolgern hat sich dann das durchgesetzt als Standard im Markt und da gehört die Maussteuerung dann also schon mit dazu. Und wie gesagt, ab 1990 als Windows 3.0 dann im Markt ist, also auch auf dem PC die Maus zwar noch nicht Standard, im Jahr 1990 noch nicht unbedingt hundertprozentig ausgemacht, dass du zu deinem PC auch eine Maus mit dazu kaufst, aber doch zumindest schon weit etabliert und es wird auch nicht mehr lange dauern, bis zum PC auch Standard gemäß die Maus dazu kommt. Ja, das allererste Windows, wir haben es in der Windows-Folge beschrieben, lässt sich ja auch alternativ noch komplett mit der Tastatur steuern. Das ist mit Windows 3 nicht mehr praktikabel und da ist dann die Maus langsam Pflicht. Und da sich die Maus nun durchsetzt, kommen natürlich auch die ersten Spieleentwickler auf die Idee, dieses neue Eingabegerät mal für ihre Spiele zu verwenden. Das passiert mit allen anderen Eingabegeräten auch. Also auch der Lichtgriffel wird schon in den 50er Jahren zum Spielen verwendet. Natürlich nicht kommerziell, sondern nur in einem kleinen experimentellen Spiel. In den 70er Jahren wird auch der Trackball eingesetzt, das auch durchaus kommerziell in einigen Arcade-Automaten und dann später auch als Zubehör fürs Atari VCS. Es gibt sogar einige sehr berühmte Arcade-Automaten, die auf den Trackball aufsetzen. Das von dir erwähnte Missile Command zum Beispiel. Das ist ja ein super populäres Arcade-Spiel und das hat standardgemäß eine Trackball-Steuerung oder Marble Madness mag vielleicht der eine oder andere auch noch kennen. Das hat auch eine Trackball-Steuerung. Bei Missile Command ist es noch eine indirekte Steuerung, wo du wirklich einen Cursor steuerst und bei Marble Madness ist es eine direkte Steuerung, wo du die Murmel rollst mit dem Trackball. Das ist ganz cool. eine Erfahrung, die man so in der Regel nur in der Spielhalle macht. Die Maus kommt dann in den 80er Jahren auch zum Einsatz als Spielesteuergerät und das erstaunlicherweise auch auf Spielkonsolen, nicht nur am Computer. Und das beginnt im Jahr 1988 mit der VTech Sokrates. Das ist eine Lernspielkonsole, von der ich vorher noch nie was gehört hatte. Ich auch nicht. Aber der liegt eine kabellose Maus bei, sagenhaft. Und damit werden einige der beiliegenden Spiele gesteuert. Aber meistens ist die Maus nur ein optionales Zubehör, was man zur Konsole dazu kaufen kann. Zum Beispiel die bekannteste Maus für Super Nintendo, eingeführt mit Mario Paint. Aber es gibt noch weitere Super Nintendo Spiele, die diese Maus unterstützen. Zum Beispiel Civilization. Insgesamt kommen etwas über 20 Spiele für Super Nintendo raus, die diese Maus unterstützen. Auch die PC Engine, die NEC Konsole, für die gibt es eine Maus, für das Mega Drive gibt es eine Maus, die allerdings nur acht Spiele unterstützt. Und für die Playstation, unter anderem Lemmings 3D lässt sich damit steuern, und für die Playstation Maus gibt es sogar 124 kompatible Spiele, sagt zumindest die Spiele Datenbank Mobi Games. Das hat mich sehr überrascht. Ich kenne niemanden, der an der Playstation mit einer Maus gespielt hat. Aber es war doch erstaunlich verbreitet. Naja, gut, verglichen mit der Mehrheit der Playstation Spiele wahrscheinlich doch eher verschwindend gering. Aber grundsätzlich ist die Maus für die Konsolen Steuerung wohl nicht optimal, wenn man dabei ja meistens ganz bequem auf dem Sofa rumlümmelt und da hat man keinen Schreibtisch vor sich, kein Mauspad und für die Steuerung auf der Sofa-Oberfläche sind diese kugelbasierten Mäuse wenig geeignet, deswegen setzt sich da dann ja das Gamepad durch mit dem Analogstick später als Ersatz, mehr oder weniger guter Ersatz für die Maus. Ganz anders verläuft das am Computer und tatsächlich kommt die Computermaus schon etwas früher zum Einsatz als Spielesteuerungsgerät, nämlich im Jahr 1972, auch wenn das kaum jemand mitbekommt, da geht es um den Telefunken TR440, den wir schon gewürdigt haben, als den ersten Computer, der mit einer Maus erhältlich war, also einen Großrechner und es gibt einen Informatiker namens Ruhl Gunzenhäuser, da war einer der ersten Anwender von diesem TR440 in den 70er Jahren und als der 1972 zum ersten Mal an diesem Gerät saß, da hat er diese Rollkugelsteuerung auch für ein Spiel eingesetzt, die haben sich nämlich ein kleines Schachspiel programmiert für diesen sündteuren Großrechner, da konnte man noch nicht gegen den Computer spielen, sondern nur gegeneinander, da haben also die menschlichen Kontrahenten auf dem Bildschirm ihre Züge gemacht, aber trotzdem wurde damit in gewisser Weise die Maus zum Spiel Controller, zum allerersten Mal und viele Jahre vor der ersten Konsolen Maus. Es gibt dann noch ein weiteres Spiel auf diesem Telefunken Rechner, das ist eine Simulation der Mondlandung und das bleibt aber natürlich die Ausnahme, es gibt ja auch eine sehr begrenzte Anzahl dieser Telefunken Großrechner, sodass das kein Massenphänomen wird, hier mit der Maus zu spielen. Rainer Mallebrein, sagte auch, er hätte damals überhaupt nichts davon mitbekommen. Das geschieht also nur an irgendeiner Universität im Verborgenen. Trotzdem, das sind wahrscheinlich die zwei ersten mausgesteuerten Spiele der Geschichte. Und das nächste Mausspiel, von dem wir wissen, das wird 1978 erst entwickelt, im Park, auf dem Xerox Alto und das ist ein Star Trek basiertes Spiel, natürlich nicht sauber lizenziert, ein inoffizielles Spiel, Alto Trek heißt das, das ist ein netzwerkbasiertes Multiplayer-Spiel und jeder Spieler an seinem eigenen Alto steuert ein Raumschiff und versucht natürlich die anderen zu zerstören und das wird gesteuert mit der Maus. Und es gibt wohl noch weitere mausgesteuerte Spiele am Alto. Der Richard Lion, den ich ja interviewt habe, der sagt, ja, es gab ein paar Spiele am Alto und die Maus war durchaus auch anerkannt als ganz natürlicher Spiele-Controller. Er selbst war jetzt kein Gamer, ihn hat das nicht interessiert, aber dieses Potenzial der Maus als Spielesteuergerät, das hat man damals in den 70ern schon erkannt. Aber das setzt sich natürlich noch nicht erst in den 80er-Jahren, dann beginnt die Karriere der Maus als Spiele-Controller erst richtig. Ja, jetzt können wir noch eine Tangente zu der Frage machen, was ist denn eigentlich das erste Mausspiel, das erste richtige Mausspiel? Und das ist natürlich schon wieder eine schwierige Frage, weil das von der Definition abhängt, was ist denn ein Mausspiel? Da gibt es natürlich verschiedene Kandidaten wieder, die dafür in Frage kämen. Also vermutlich ist das erste richtige mausgesteuerte Spiel ein Zahlenpuzzle namens Puzzle, das auf dem ursprünglichen Macintosh 1984 lief. Das war aber nichts, was man separat kaufen konnte, sondern das ist Teil der Systemsoftware, das liegt im ROM des Macintosh. Und das würden wir auch nur dann gelten lassen, das ist ein bisschen abhängig von der Definition des Wortes Spiels, denn wir haben ja vorhin schon beschrieben, Microsofts Maus kommt mit diesem Software-Bundle und das war ein bisschen vorher, nämlich im Mai 1983 und da ist dieses Programm live dabei, diese Simulation von diesem Zellwachstum. Ist das jetzt ein Spiel, ja oder nein? Abhängig davon würde man dann vielleicht dem das zuschlagen, dass es das erste Mausspiel ist. Aber so oder so, beides waren auch keine eigenständigen Spiele oder Programme, sondern waren halt so beigelegt. Jetzt können wir auch sagen, was ist denn das erste kommerziell vertriebene, also wirklich eigenständige Mausspiel? Da landen wir dann bei einem Action-Spiel namens Through the Looking Glass, das passiert auf dieser Geschichte von Lewis Carroll, Alice im Wunderland. Das ist geschaffen vom Programmierer Steve Capps, der hat auch schon in den 70er-Jahren auf dem Alto-Spiel entworfen beim Park und dieses Spiel Through the Looking Glass wird von Apple veröffentlicht und wird auch bei der Mac-Vorstellung gezeigt als ein Demonstrationsspiel und ein paar Monate nachdem der Rechner dann im Handel ist, wird auch dieses Spiel als eigenständiges Produkt veröffentlicht. Nun ist aber hier die Frage, wann genau war denn das? Und das ist nicht so richtig genau festzulegen. Es gibt Quellen, die sagen Frühling 1984, der Capp selbst, der Programmierer verortet es gegen Mai. Es gibt einen Bericht von der Zeitschrift Infoworld vom Mai dieses Jahres. Da wird aber geschrieben, es sei noch nicht auf dem Markt das Spiel und das ist deswegen relevant, weil im Mai 1984 erscheint wieder ein Microsoft-Produkt, nämlich der Flight Simulator 2.0 für MS-DOS und der hat als eine der Verbesserungen gegenüber der Version 1.0 eine Maus-Unterstützung dabei. Also das wäre natürlich auch ein mausgesteuertes Spiel, allerdings hier ist es auch nur optional wiederum die Maussteuerung. das erste Spiel, das wirklich die Maus braucht, ist eine Kartenspiel Umsetzung, Klondike Solitaire heißt es, die erscheint im September 1984 und liegt sogar der PC-Maus bei von Maus Systems. Das geht wirklich nur mit Maus, dieses Spiel. Da gibt es keine andere Alternative. Ja, und dann schließlich hätten wir auch noch der Vollständigkeit halber das erste Windows-Spiel mit Maus-Unterstützung. Das ist das Brettspiel Reversi. Das ist einfach mit dabei bei Windows. Das hattet ihr ja auch in der Folge beschrieben. Genau, also wir wissen nicht, auf welcher Plattform jetzt das erste richtige Maus-gesteuerte Spiel erschien. War es der Mac oder war es der PC? Das hängt von vielen Faktoren ab. Ganz abschließend werden wir das nicht klären können. Ich bin für den PC übrigens. Ja, natürlich, ich auch. Ist ja auch ganz klar die bessere Spieleplattform. Ja, das sieht auch Apple selbst so. Ganz zu Beginn bei der Apple-Vorstellung oder bei der diesem Alice im Wunderland basierten Spiel. Aber kurz darauf schweigen sie dieses Spiel tot und wollen eigentlich gar nicht mehr, dass der Mac mit Spielen in Verbindung gebracht wird, damit er nicht das Image eines Spielzeugs bekommt, sondern es soll ein ernsthaftes Arbeitsgerät sein. Und deswegen verabschiedet sich Apple auch sehr bald schon wieder vom Spielemarkt und dieses Through the Looking Glass bleibt das einzige Spiel, was Apple jemals selbst rausgebracht hat. Also abseits der ganzen Spiele, die man im App Store kaufen kann. Aber das ist das Einzige, was Apple selbst in den Markt gebracht hat. Und das hatte eben Mausunterstützung. So, nun ist also die Maus noch nicht so ganz etabliert als Eingabegerät am PC, aber es ist zumindest möglich oder es ist erwiesen, dass es möglich ist, die Maus auch als Spielecontroller einzusetzen. Beginnend mit dem Flight Simulator von 84 und dann ab 85 auch mit Reversi und ab 86 steigt dann die Zahl der PC-Spiele langsam an, die Maus unterstützen. 86 erscheint zum Beispiel Balance of Power für Windows oder für DOS Chessmaster 2000, beide mit optionaler Mausunterstützung und dann folgen weitere Programme. Ab 86 geht das also langsam los. Vorwiegend sind das Brettspiele, Umsetzungen, einige Simulationen, ein paar Strategiespiele, natürlich Rundenstrategie, auch ein paar Rollenspiele, aber noch kaum Actionspiele. Also das Potenzial der Maus als Actionspieleingabegerät, das es ja heute auch ist, vor allem durch die ganzen Shooter, das erkennt man damals noch nicht. Aber der Anteil von PC-Spielen, die eine Mausunterstützung mitbringen, der steigt dann an. Ich habe das mal ein bisschen ausgewertet anhand der Spiele-Datenbank MobiGames und mir alle Spiele angesehen, die in jedem einzelnen Jahr für MS-DOS erschienen sind und die eine Angabe haben darüber, welche Eingabegeräte jetzt eigentlich unterstützt werden. Und von diesen Spielen, die diese Angabe enthalten in dieser Datenbank, unterstützen im Jahr 85 auf weniger als ein Prozent aller Spiele die Maus. Das ist wenig verwunderlich, der erscheint ja außer Reversi fast nichts. Aber 1989 liegt dann diese Quote der Spiele mit Mausunterstützung bei ungefähr einem Drittel. 1990 schon bei der Hälfte und im Jahr 95 unterstützen DOS-Spiele, die neu erscheinen, zu rund drei Vierteln die Maus. Im gleichen Jahr kommt ja auch Windows 95 raus und die Windows 95 Spiele, die nicht mehr auf DOS angewiesen sind, die unterstützen von Anfang an zu 90 Prozent die Maus und dabei bleibt das dann auch bis heute bei 90 bis 95 Prozent Mausunterstützung. Damit ist die Maus als Spiele Eingabegerät zumindest am PC etabliert. Ich habe mir auch die Zahlen für ST und Amiga mal angesehen und erstaunlicherweise fallen die wesentlich niedriger aus. Also von allen Spielen, die neu erscheinen, unterstützen nur ungefähr 40 bis 50 Prozent in den meisten Jahren auch die Maus, obwohl die Maus ja zum Lieferumfang gehört. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, also ich würde annehmen, dass das damit zu tun hat, dass viele von den Spielen dieser Ära ja Multiplattform Spiele sind, die portiert werden auf die damals verbreitetsten Systeme, also gerade wo parallel vielleicht noch eine C64-Version oder auch eine PC-Version existiert und das sind ja Plattformen, wo du nicht davon ausgehen kannst, dass es eine Maus gibt. Zumal das ja auch immer noch eine Ära ist, wo viel von der Spielhalle kommt, in den Spielhallen gibt es auch nie Mäuse und wo dominierende Spielgenres existieren, die auf eine Tastatur oder Joystick-Steuerung ausgelegt sind. Also dementsprechend überrascht mich das jetzt nicht so, weil das müssten ja wirklich ureigene Amiga und ST-Spiele sein, damit die auf eine Maus setzen können. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich ein gutes Stichwort mit Maus- und ureigenen Spielen, denn durch so ein neues Eingabegerät entstehen ja auch neue Möglichkeiten und durch neue Möglichkeiten entstehen auch neue Genres. Das Prominenteste, das sogar im Namen trägt, ist das Point-and-Click-Adventure. Zeigen und Klicken und das ist ja ein Synonym für ein Grafik-Adventure, das du mit der Maus steuerst. Das ist etwas, was sich dann durchsetzt im Laufe der 90er Jahre und auch von den Parse-Adventures abgrenzt auf Basis von der Maus. Das erste Point-and-Click-Adventure heißt Enchanted Scepters. Das erscheint schon 1984 für den Macintosh und auch hier kannst du die Maus benutzen, um es zu steuern. Das ist jetzt noch keine direkte Interaktion mit der Spielwelt, sondern in erster Linie klickt man da Menüs an. Aber immerhin, und das dauert auch nicht lang, 1985, da kommt dann Déjà-vu raus von Icom. Das ist schon viel näher dran an dem, was wir heute unter Point-and-Click verstehen würden. Man in die Welt hineinklickt. Ist auch ein Macintosh-Spiel. Das springt dann rüber auf den PC mit 1987 Maniac Mansion. Ist kein reines PC-Spiel, ist Multiplattform, aber es ist ja für viele von uns Adventure-Freunden auch so eine der Urknalle gewesen als Spiel, dass man auf dem PC dann mit der Maus steuern konnte. Man deckt man schon, das ist natürlich ein Spiel, das du auch genauso noch mit der Tastatur steuern kannst oder mit dem Joystick. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Beispiel für ein ganzes Genre, das sich entwickelt aus dieser Steuermöglichkeit. Da gibt es ja noch viele weitere Beispiele. Die Echtzeitstrategie zum Beispiel ist fast unentwirrbar verbunden mit der Maus. Es gab ja später immer Versuche, das auch zu portieren auf Systeme wie die Konsolen, die nicht mausgesteuert sind. Und das funktioniert da schon auch, aber nie so unmittelbar und so elegant wie mit der Maus. Dune 2 ist hier das Vorreiterspiel im Jahr 1992 oder auch in Diablo zum Beispiel, diese Action-Rollenspiele, die auch auf dem PC entstehen. Das ist ein Spiel, das sehr stark an die Maussteuerung gebunden ist. Und selbst die Chancen, die jetzt nicht durch die Maus hervorgebracht werden, werden durch sie zum Teil bereichert. Also nehmen wir mal die 3D-Spiele und Ultima Underworld zum Beispiel 1992 ist ein tastaturgesteuertes Spiel für die Bewegung im 3D-Raum. Du benutzt die Maus eigentlich für das Interface, aber du kannst auch da schon über den Umweg von Pfeilen, die du anklickst, dann auch zum Beispiel deine Blickrichtung verändern. Also so ein erster Anflug von Mauslook, aber der unmittelbare Mauslook, also die freie Sichtsteuerung per Maus, das gibt es dann ab 1994 auch wieder auf dem Mac übrigens. Dafür, dass wir das als Spieleplattform so runtergespielt haben, ist das halt als Mausplattform trotzdem etwas, wo viele von diesen Entwicklungen dann wieder angestoßen werden. Das Spiel hier ist Marathon von Bungie und auf dem PC 1995 haben wir das dann in Descent und in Terminator Future Shock. Am bekanntesten wird es aber sicher 96 durch Quake. Das ist ja das Spiel, das dann große Massenwirkung erreicht, wo tatsächlich die Kombination aus Maus und Tastatursteuerung so richtig durchschlägt. Vor allen Dingen auch, weil diese id Software Spiele ja seit jeher Multiplayer-Spiele sind. Quake zumal ein stark Multiplayer- basiertes Spiel ist und da ist es natürlich auch einfach ein Wettbewerbsvorteil, wenn du mit der Maus sehr, sehr schnell deuten und gucken kannst. Und in den 90ern setzen sich dann ja die 3D-Welten, die polygonalen Welten immer mehr durch und da ist die Standardart, das zu steuern auf dem PC, also auch die Kombination aus Tastatur und Maus. Die Maus dann vor allen Dingen als das Gerät, das eben das Umschauen, den Blick in den 3D-Raum steuert. Und dementsprechend entwickelt sich also auch das Action-Genre, das Shooter-Genre sehr stark im Zusammenspiel mit diesem Eingabegerät mit der Maus. Die Maus ist allerdings nicht für alle Spiele wirklich gut geeignet. Sie ist ungeeignet für Spiele, in denen ich ein bewegliches Objekt direkt steuere, also eine Spielfigur oder ein Auto oder ein Raumschiff, denn dafür ist so die relative Steuerung durch Richtungsvorgaben besser geeignet. Das heißt, ich will also mit Mario auf dem Bildschirm von links nach rechts laufen, dauerhaft, nicht nur kurz, sondern über längere Zeit. Dafür drücke ich am besten auf ein D-Pad oder auf ein Joystick einen Knopf oder eben den Stick dauerhaft nach rechts und wenn ich stehen bleiben will, dann lasse ich wieder los. Ich gebe also nur die Richtung an und die Spielfigur setzt daraus die eigentliche Bewegung um. Das funktioniert mit der Maus nicht gut, denn da läuft ja die Bewegung auf dem Bildschirm analog zur Handbewegung. Also wenn ich mit der Maus Mario steuern wollte, dann müsste ich mit der Maus immer weiter in eine Richtung schieben, also die Maus immer weiter nach rechts schieben, und damit ist dann irgendwann auch das größte Mauspad am Ende. Das eignet sich nicht gut. Die Maus funktioniert am besten, wenn ich bestimmte Punkte anvisieren will auf dem Bildschirm, also eine Einheit auf dem Schlachtfeld wie in der Echtzeitstrategie oder eben das Quake-Monster, das ich totklicke. Dabei ist die Maus viel schneller als ein D-Pad oder auch ein Analogstick. Also sie eignet sich nicht für alle Genres, ja auch für den Shooter nur mit der Einschränkung, dass ich zusätzlich die Tastatur brauche. Aber da, wo sie eingesetzt wird, also in der Strategie oder im Shooter beim Steuern eines Cursors, da brilliert sie, da macht ihr auch keiner was vor, da kommt auch kein Analogstick ran und kein Touchpad und kein Trackball oder Lichtgriffel. Genau. Tja und so sind Spiele ein nicht unwesentlicher Faktor bei der Verbreitung und bei der Weiterentwicklung der Maus. Denn sie wird ja dann weiterentwickelt. Es kommt dann ja irgendwann in den 90er Jahren der vergessen geglaubte Sensor zurück. Also die optischen Mäuse kommen dann doch wieder. Gott sei Dank. Ja, zum Glück. 99 passiert das in der Microsoft IntelliMouse Explorer. Dann wird der Sensor zum Standard. aber das ist nicht die einzige Weiterentwicklung der Maus. Die macht noch ein paar andere Schritte durch hin zur modernen Maus, wie wir sie heute kennen. Ja, fangen wir mal an mit den Anschlüssen. Das hatte ich ja vorhin schon angerissen. Die ersten Computermäuse, die haben noch ganz eigene Anschlüsse an ihre jeweiligen Computer. Teilweise eben auch mit diesen Schnittstellenkarten, die eingefügt werden müssen. Dann setzt sich erst mal die serielle Schnittstelle durch, die RS-232. 1987 ist dann IBM-Feder führen, die bringen den PS2-Computer raus und mit dem setzt sich der PS2-Anschluss durch. Der hält dann mehr als ein Jahrzehnt lang. Also ich denke, viele von uns, die in den 90ern groß geworden sind mit PCs, die wissen noch, die Maus gehört in den PS2-Port. Das ändert sich dann erst in der zweiten Hälfte der 90er. Ab 96 wird der erste USB-Standard veröffentlicht, aber das dauert noch eine ganze Weile, bis der sich dann durchgesetzt hat. So richtig populär wird es erst ab der Version 1.1. Das ist dann 1998. Die erste USB-Maus für den PC kommt vermutlich von Logitech. So genau kann man das nicht mehr sagen, aber zumindest hat Logitech 97 die USB-Wheel-Maus rausgebracht. Die trägt das USB schon im Namen. Es war, wenn nicht die erste, dann zumindest eine der ganz frühen USB-Mäuse. Logitech leistet übrigens auch Pionierarbeit bei einer ganz anderen Form des Mausanschlusses, nämlich der kabellosen Maus. Auch die hat schon Geschichte. 1984 gibt es eine Firma namens Metaphor Computer Systems, auch die selbstverständlich gegründet von ehemaligen Park-Mitarbeitern bei Xerox. Natürlich. Die bringen eine Workstation raus mit einer grafischen Oberfläche und die hat kabellose Eingabegeräte, also auch eine drahtlose Metaphor-Maus. Die wird übrigens nicht von denen selbst gebaut, von Metaphor Computer Systems, sondern von Logitech. und die nutzt noch eine Infrarot-Verbindung zum Computer, also die gleiche Technik, die in der Fernbedienung vom Fernseher drin ist. Dementsprechend muss da also auch eine Sichtlinie erhalten sein. Die Maus muss immer den Sensor sehen können. Das dauert noch bis 1991, dann ist es wiederum Logitech, die bringen dann eine funkbasierte Maus auf den Markt. Die ist dann da sehr viel gnädiger und das vermarkten sie dann auch unter eigenem Namen. Das ist dann der Logitech Cordless Mouse Man. Aber die Maus wird nicht nur technisch und bei der Anschlusstechnik weiterentwickelt, sondern auch äußerlich oder ergonomisch. Die Ergonomie scheint ja bei den allerersten Mäusen, wenn man sie sich ansieht, keine große Rolle zu spielen. Da kommt es nur darauf an, die ganze Technik da irgendwie reinzubekommen. Die sind also eher funktional gestaltet, einfache Quader mit Tasten obendrauf oder beim europäischen Modell halt Halbkugeln. Aber die sind nicht auf Bequemlichkeit getrimmt. Auch wenn es da unterschiedliche Ansichten gibt. Der Richard Lyon, den ich ja interviewt habe, der sagte, nö, diese Blockform, die war überhaupt nicht unkomfortabel. Das kann ich was du willst. Und ich habe ihn auch gefragt, was würde er dann heutigen Mäusen denn ändern, wenn er könnte? Und er sagte, also ich würde wieder zur Kastenform zurückkehren. Für mich war das optimal. Ich fand das einfacher. Hast du dir mal seine Hände zeigen lassen? Nein. Stell mir die so quadratisch vor. Denkbar. Das sollte ich nochmal in Erfahrung bringen. Aber trotzdem gibt es einige, die da Optimierungsbedarf sehen bei der Form. Und die erste Firma, die das tut, ist Microsoft. Die tun sich dann nach ihren ersten Mäusen zusammen wieder mit externen Firmen, darunter auch die David-Kelly-Firma, die David-Kelly-Design, die auch die Apple-Maus entworfen hat. Und in Zusammenarbeit mit denen entsteht eine neue, ergonomisch optimierte Maus, die offiziell einfach nur Microsoft-Maus 2.0 heißt. Aber inoffiziell wird sie bekannt als Dove-Bar-Maus. Und zwar, weil die Handballenablage, also der Rücken der Maus, einem Stück Dove-Seife ähnelt. Das ist also stark abgerundet und damit der Form der Hand ein bisschen angepasst mit so einer leichten Kurvatur. Damit schmiegt sie sich besser an die menschliche Hand an als so ein Block. Und das ist nicht die einzige ergonomische Verbesserung. Auch die Position der Kugel wird verlegt von hinten, vom Handgelenk, mehr nach vorne in Richtung der Finger. Damit kann man die Maus besser kontrollieren. Sie wird auch in der Lautstärke optimiert und in der Tastform und so weiter. Das Ergebnis ist enorm erfolgreich. Das ist der erste richtig große Erfolg auf dem Mausmarkt. Diese Dove-Maus verkauft sich in den ersten zwei Jahren rund zwei Millionen Mal. Das ist eine Hausnummer. Ja. Ich habe ja auch diese alte 80er-Jahre-Maus hier, die ich schon erwähnt habe. Das ist auch so ein Quadermodell. Ist gar nicht so unbequem, wie es aussieht, aber auf Dauer ist das nicht so angenehm, wenn diese hintere linke Kante immer in den Handballen drückt und das wird bei der Microsoft-Maus vermieden. Aber das erstaunt doch, dass Mäuse erst so spät ergonomisch werden. Denn ich schätze mal, nach dem Smartphone ist der Gegenstand, den ich im Alltag am meisten und am längsten in der Hand halte, die Maus. Und deswegen liegt es doch eigentlich nahe, die an die Form der Hand anzupassen. Aber dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und festgestellt, die Maus ist da ja in guter Gesellschaft. Denn andere Eingabegeräte, waren ja auch lange Zeit nicht ergonomisch optimiert. Der Joystick zum Beispiel in den frühen 80er Jahren. Ja, die Tastatur sowieso. Der Joystick ist ja einfach nur so ein Stock ohne Sinn für die natürliche Formgebung der Hand. Da sind keine Fingermulden drin oder so. Es ist einfach nur ein Stab oder Gamepads. Denken wir an das NES-Gamepad. Das ist einfach nur ein Quader, genau wie die Maus im Grunde, ein bisschen flacher mit Tasten obendrauf. Und von den ergonomisch geformten Gamepads von heute sind wir dann noch weit entfernt. Also ist die Maus da in guter Gesellschaft. Naja, in den 90er Jahren wird die Mausergonomie, die Mausform dann immer weiter optimiert und stärker an die Anatomie der Hand angepasst, bis dann schließlich vertikale Mäuse auf den Markt kommen, wie man sie nennen könnte. Die liegen natürlich weiterhin flach auf dem Tisch, aber die Handablagefläche ist gekippt auf die Seite und das soll eine unnatürliche Verdrehung des Handgelenks vermeiden und somit den Mausarm. Das ist so eine Reihe von gesundheitlichen Beschwerden, die durch ständige Mausbenutzung auftreten können bis hin zur Sehenscheidenentzündung. Das sollen diese vertikalen Mäuse vermeiden. Ich leide unter diesen Problemen zum Glück nicht, deswegen habe ich eine ganz normale flache Maus und keine vertikale auf dem Schreibtisch. Ja, und dann kommen wir zu einer ganz wichtigen Entwicklung, eines der kleinen, feinen Updates, die die Maus nochmal ordentlich weitergebracht hat, nämlich dem Mausrad. Das hat erstmal mit Scrollen zu tun. Es wird ja in Desktop-Programmen grundsätzlich viel gescrollt, also so ein Word-Dokument, generell in Textverarbeitung. Immer möchte man mal hoch und runter. Dann wurde zuerst mal der Scroll-Balken dazu erfunden, nicht nur um zu sehen, wo man sich befindet im Dokument, sondern durchaus auch, um da schon mit dem Mauszeiger draufgehen zu können und dann schnell zu einer anderen Stelle im Dokument zu scrollen. Das geht auch wunderbar mit der Maus. Da kann man ja sehr präzise dann die Stelle anwählen, wo man hin möchte. Das hat nur den Nachteil, dass man dazu das Dokument verlassen muss. Der Mauszeiger muss zum Rand und er muss dann wieder zurück. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist trotzdem etwas unintuitiv und anstrengend. Und das lässt sich sehr leicht lösen mit diesem kleinen Rädchen, das wir alle kennen. Das entsteht in der Idee in den 80er Jahren. Da ist mal wieder die Technische Hochschule in Zürich mit dabei. 1985 haben die eine Kooperation mit einer japanischen Firma namens NTT und da entsteht ein Mausprototyp, der eine Wippe an der Seite hat, die man mit dem Daumen steuert und damit scrollen zu können. Das ist ein Vorläufer von diesem Mausrad. Das Prinzip ist zwar noch ein anderes, aber die Idee dahinter ist also schon die gleiche. Dann gibt es einen weiteren Prototyp Ende der 80er, 1989 bei Apple. Da ist es ein Rad, das aber auch mit dem Daumen gedreht wird, also auch an der Seite liegt. Das ist nur ein Prototyp, das schafft es nie auf den Markt. Auf den Markt kommt dann erst 1995 eine Version von Maus Systems, der Firma, die wir vorher schon erwähnt haben. Die hat dann tatsächlich an der Stelle, wo wir es auch jetzt kennen, nämlich zwischen den beiden Tasten, zwischen der linken und der rechten Taste, ein Scrollrad. Wobei, Scrollrad ist der falsche Ausdruck, das ist eine Walze eigentlich noch. Das ist also genauso breit, dieses Rad, wie die Tasten links und rechts. Maus Systems gehört zu diesem Zeitpunkt schon zu einer Firma namens Kai. Die haben eine Marke, nirgends Genius, und deswegen heißt diese Maus mit diesem Rad Genius Easy Scroll. Das ist die erste Maus mit Mausrad, 1995, kostet 50 US-Dollar damals. Ist noch nicht erfolgreich. Der Erfolg kommt dann eigentlich erst wieder mit Microsoft. die bauen so ein Rad dann im Jahr darauf, als 1996, in ihre Intelli-Maus ein. Und das ist auch in diesem Fall tatsächlich gar keine Kopie, sondern das ist parallel zu dem Maus Systems Modell bei Microsoft intern entstanden. Da gibt es einen Manager namens Eric Michaelman, der ist eigentlich für Excel zuständig. Und der entwickelt da schon seit Jahren an der Frage, wie kann man denn da besser zoomen in Excel? Also ihm geht es gar nicht um Scrollen, sondern ihm geht es um das rein- und raus- zoomen und der experimentiert auch mit Hebeln an der Seite der Maus und sowas und kommt dann schließlich auch auf ein Rad. Das ist dann wie gesagt das Jahr 1996 und da erscheint es dann in der Intelli-Maus. Da ist es dann auch nicht mehr für zoomen gedacht, sondern da ist die Hauptfunktion dann tatsächlich auch das Scrollen. Also nicht nur für Excel, sondern auch für die anderen Microsoft-Programme, vor allen Dingen für Word. Ja und diese Microsoft-Maus ist optimiert für den Arbeitseinsatz, aber es gibt ja noch ein anderes Betätigungsfeld, wie wir schon etabliert haben. Die Maus ist ja auch ein Spiele-Controller und so kommen dann auch Ende der 90er Jahre erstmals spieleoptimierte Mäuse auf den Markt. Das erscheint erstmal unsinnig, denn beim Spielen hat man ja an Die Maus eigentlich dieselben Anforderungen wie bei der Arbeit. Die soll präzise sein und schnell und bequem und möglichst viele Tasten haben. Da unterscheidet sich Excel jetzt nicht großartig von Quake, aber trotzdem tut sich dann im Jahr 1999 ein neuer Markt auf für spezialisierte Gaming-Mäuse, die in jeder Hinsicht optimiert sein sollen für einen entsprechenden Aufpreis natürlich. Die versprechen präziser zu sein als klassische Büromäuse, schneller, bequemer, mehr Tasten, mehr Anpassbarkeit über spezielle Software. Und den Anfang macht hier Razer, die kennen wir ja heute immer noch. Das ist eine Firma, die 1998 gegründet wird als Tochter der Firma Kerna, die wahrscheinlich keiner mehr kennt. Und diese Firma Razer bringt eben 1999 die Boomslang raus in zwei Varianten als Boomslang 2000 und Boomslang 1000. Das sind Kugelmäuse noch, was damals glaube ich einige überrascht hat, denn da beginnt sich ja gerade erst die optische Maus durchzusetzen. Und diese Modelle kosten in den USA 100 respektive 70 US-Dollar. Das ist ein Batzen Geld für eine einfache Maus. Aber sie haben eben den klassischen Büromäusen eines voraus neben der Software und damit der Anpassbarkeit auch eine höhere Abtastauflösung. Also diese Mäuse, wie der Name es schon andeutet, die erreichen Werte von 1000 beziehungsweise sogar beim 2000er Modell 2000 DPI. Und typische Büromäuse schaffen zu dieser Zeit 200 bis 400. Was heißt denn das überhaupt? Was bedeutet denn DPI? DPI ist Dots per Inch. Das ist ein Wert, also diese Angaben werden ja bei Mäusen immer gerne so rumgeschmissen. Mir war nicht so richtig klar, bevor ich mich damit beschäftigt habe, was das eigentlich meint. Man kennt das vielleicht eher auch von sowas wie Scannern oder Druckern. Dots per Inch heißt einfach, wie viele Bildpunkte sind da in einem Zoll? Ein Inch ist ja ein Zoll und das entspricht ungefähr zweieinhalb Zentimetern. Also vereinfacht gesagt, bei einem Drucker zum Beispiel, wie viele einzelne Farbpunkte schafft er denn in einen Zentimeter zu drucken oder einen Zoll? Und bei der Maus umgekehrt bedeutet diese Auflösung, kann sich das vorstellen wie, wenn du ein Zoll nimmst, also zweieinhalb Zentimeter und fängst da an einen Gitterraster einzuzeichnen. Also du machst lauter so kleine Linien und zwar bei einer Auflösung von sagen wir mal 100 dpi, also 100 Dots per Inch musst du in diesen Zollen diese zweieinhalb Zentimeter 100 Striche reinzeichnen. Und wenn du deine Maus da drüber bewegst, dann ist der Abstand von einem Strich zum anderen ein Pixel auf dem Bildschirm. Dann bewegt sich dein Mauszeiger auf dem Bildschirm ein Pixel weit. Also das ist das Intervall, in dem die Maus eine Bewegung erkennt. Heißt, je geringer dieser Dots per Inch wird, desto weiter musst du die Maus bewegen, bis sie über die nächste gezeichnete Linie kommt und damit wieder einen Schritt weiter den Mauszeiger bewegt. Und umgekehrt bedeutet das, je höher diese Abtastrate ist, desto geringer kann die Mausbewegung sein, dass sich auch der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt. Und bei solchen Werten wie 1000 oder 2000 Dots per Inch, bei 2000 dpi wären wir 800 Punkte in einem Zentimeter, minimals bewegen und es würde schon umgesetzt in eine Bewegung des Mauszeigers. Also, simpel zusammengefasst, je niedriger der DPI-Wert, desto weiter musst du deine Maus bewegen, um den Mauszeiger zu bewegen oder anders gesagt, desto langsamer bewegt sich der Mauszeiger. Je höher der DPI-Wert, desto weniger weit musst du deine Maus bewegen oder desto schneller bewegt sich der Mauszeiger. Nun kann man natürlich alternativ unter Windows auch einfach die Mauszeiger- Geschwindigkeit erhöhen. Damit erreicht man das Gleiche, also ich muss die Maus weniger bewegen für die gleiche Bewegung des Mauszeigers oder des Fadenkreuzes auf dem Bildschirm, aber wenn ich das mache, also einfach in den Windows-Einstellungen die Geschwindigkeit hochdrehen, dann geht das einher mit einem Präzisionsverlust, also dann überspringt der Mauszeiger einfach einzelne Pixel und das ist natürlich in einem Shooter ungewollt, da will ich ja hohe Fadenkreuzgeschwindigkeit oder Mauszeigergeschwindigkeit ohne Präzisionsverlust und den erreiche ich nur mit einem höheren DPI-Wert. Meine uralte Maus, die ich hier habe aus den 80er-Jahren, die hat 200 DPI und da muss man schon ganz schön schuften, um sie einmal über den Bildschirm zu schieben. Ich habe natürlich auch einen etwas moderneren Bildschirm als damals üblich, 30 Zoll und ich habe mal ausgerechnet, ich habe es nicht gemessen, aber ich habe ausgerechnet, dass ich mit dieser Maus die Strecke von 31,5 Zentimetern zurücklegen muss, um einmal über den ganzen Bildschirm zu kommen. Meine eigentliche Maus, die ich hier alltäglich einsetze, damit brauche ich nur 1,5 Zentimeter, um einmal über den ganzen Bildschirm zu geraten. Weil ich so faul bin, ist das großartig. Ich liebe das. Ja, dann musst du aber auch sehr gute Feinmotorik in deiner Hand haben, dass du dann so exakt deinen Mauszeiger steuern kannst. Ja, ich klicke einfach häufiger, bis ich treffe. Ja, genau. Ja, diese DPI-Werte nehmen dann im Laufe der Jahre absurde Werte an, bis hinauf zu das Höchste, was ich gefunden habe, was heutige Gaming-Mäuse bewerben und aufführen, 25.000 DPI. Auch andere Werte steigen stark in die Höhe. Die USB-Abfragerate, mit der also Informationen an den USB-Port gesendet werden, die steigt auf 8.000 Hertz von ursprünglich mal 250. Die Zahl der Tasten steigt auch bei diesen Gaming-Mäusen. Wir hatten es ja schon, dass die meisten Mäuse üblicherweise in den 80er-Jahren zwei oder drei Tasten haben. Auf einigen seltsamen Plattformen auch nur eine. Und heutige Gaming-Mäuse kommen teilweise auf 19 Tasten, die man über die Software auch mehrfach belegen kann. Also da kommt man bald auf die gleiche Tastenanzahl wie auf der Tastatur. Und heutige Gaming-Mäuse sind dann bald auch beleuchtet. Nicht nur der Sensor unten hat eine eigene Beleuchtung, sondern auch die Oberschale, also reine Dekoration. Mit 16,7 Millionen Farben. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Das ist mittlerweile ja Standard unter Gaming-Mäusen, dass sie beleuchtet sein müssen. Ob man damit besser spielt oder nicht, ist eine andere Frage, aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Und die Mäuse lassen sich auch über die beiliegende Software, über die Treiber stark individualisieren. Also nicht nur die Farben und die Sensorauflösung, sondern auch die Tastenbelegung. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, glaube ich, diese Individualisierung, diese Personalisierung, die die Maus erlaubt. Das geht im gleichen Maße mit einer Tastatur nicht unbedingt. Und im gleichen Zeitraum, in dem diese ersten Gaming-Mäuse rauskommen, wie gesagt, der Anfang macht ja Razer mit der Boomslang, kommen auch die ersten Gaming-Mauspads hervor. Die sind dann anfangs oft aus Hartplastik, während klassische Büro-Mauspads eher aus Stoff sind. Aber dieses Plastik ist glatter und auch leichter zu reinigen. Zu den frühsten, die ich finden konnte, gehört das Everglide Attack Pad, ungefähr aus dem Jahr 2000, so genau konnte ich das nicht feststellen, mit einer ovalen Form, das hatte ich damals auch. Oder das rechteckige M3 Precise Mousing Surface. Das ist übrigens 20 mal 16 Zentimeter groß und damit nicht groß. Also heutige Gaming-Mauspads sind erheblich größer. Das meistverkaufte, das ich finden konnte bei Amazon Deutschland, ist, was die Fläche angeht, dreimal so groß. Und es gibt ja sogar eine Menge Mauspads, die einen Meter breit sind und über die ganze Schreibtischbreite gehen. Also auch da gibt es Wachstum bei den Mauspads. Ja, also die Maus als Kategorie, als Hardwarekategorie ist ja ein großes und umfassendes Segment. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten. Es ist gleichzeitig aber auch ein ziemlich ausoptimiertes Gerät, hat man das Gefühl. Also die ganzen Weiterentwicklungen jetzt so der letzten Jahre, das ist, wie manches von dir schon aufgezählt wurde, eher ein visuelles Gimmick, wie jetzt diese LED-Beleuchtungen zum Beispiel. Oder es sind halt Varianten für sehr spezielle Einsätze. Also gerade im Gamer-Bereich, wo du dann Shooter-Mäuse hast oder solche Dinge. Wir haben im Gamer-Bereich ja zum Beispiel auch so Fälle, wo Mäuse mit unterschiedlichen Gewichten kommen, sodass du selbst entscheiden kannst, welches Gewicht deine Maus haben soll, wie du sie am besten dann damit bewegst. Es gibt Mäuse mit verschiedenen Daumenschaltern zum Beispiel, die dann auch frei belegbar sind, natürlich alles heutzutage, wo du auch irgendwelche Makros oder sowas drauflegen kannst. Das gibt den DPI-Schalter auf den meisten von den Gaming-Mäusen heutzutage, wo du auch einschalten kannst, mit welcher Abtastrate sie betrieben werden soll. Wie gesagt, das entscheidet dann darüber, wie schnell sich der Mauszeiger bewegt, in Abhängigkeit von der Bewegung der Maus. Und für verschiedene Anwendungsfälle mag man vielleicht ihn ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer haben. Also da wird es einfach anpassbarer an die eigenen Bedürfnisse. Ja, es gibt auch natürlich nichts, was es nicht gibt im Bereich der Mäuse. Sachen, die da schon probiert wurden, die sich nicht unbedingt im Markt durchgesetzt haben. Mäuse mit Vibrationsfunktion zum Beispiel, also mit Force Feedback. Mäuse mit integriertem Lüfter gegen Handschweiß. Mäuse mit integriertem Fingerabdruckscanner oder Pulsmesser. Andere Bauformen der Mäuse als Fingerring in Pistolenform oder als eine Maus, die du in der Luft schwenken kannst. Die Air-Maus, die also keinen Tisch mehr braucht. Das sind alle sehr spezielle Anwendungen. Es gibt auch Ideen, die es nie auf dem Markt geschafft haben. 2008 hat Logitech zum Beispiel anlässlich der Milliarden verkauften Maus mal ein paar Prototypen hervorgezogen, die nie in Produktion gegangen sind. Da war dann sowas dabei wie eine Maus mit integriertem Joystick, so einem kleinen Joystick oder eine Maus mit Dreirädern oder eine Maus, wo ein Laserpointer mit eingebaut ist. Also das nimmt dann auch bizarre Spielarten an. Ja, aber einige von diesen bizarren Spielarten haben es auch auf den Markt geschafft. Ich habe mal nach den kuriosesten Mäusen geguckt, die es tatsächlich geschafft haben, auf den Markt zu kommen. Da sind welche dabei mit integriertem Nummerntastenfeld, mit integriertem Taschenrechner, mit einem Internet-Telefon, also so einem Skype-Telefon, das man dann sich ans Ohr hält. Eine Maus mit integriertem Scanner, das fand ich sogar recht naheliegend, dass man die einfach über eine Zeitschrift führt und dabei dann in den Rechner scannt. Was die Maus da sieht, eine Maus mit integrierter Kamera, es gibt eine Maus mit dem integrierten Grafiktablett im Rücken, da liegt ein kleiner Stift bei und dann kannst du winzige kleine Eingaben auf der Rückseite der Maus machen. Na, ob solche Hybrid-Geräte wirklich derweise letzter Schluss sind, das ist ja selten mal, dass denen Erfolg beschienen ist, finde ich. Ja, das hat sich alles nicht durchgesetzt, auch die Maus mit Blutdruckmesser hätte ich gefunden. Und ich sagte ja schon, dass ich mal bei einem Hardware-Hersteller gearbeitet habe in der Entwicklungsabteilung und wir haben auch alles mögliche versucht, um die Maus weiterzuentwickeln und experimentiert mit zwei Mausrädern, mit einem integrierten Touchpad, mit RFID-Scanner, mit QI-Ladeflächen im Mauspad, alles mögliche, aber wie du schon sagst, die Maus ist eigentlich ausentwickelt, sie ist ausgereift, es gibt wenig, was man daran noch verbessern kann. Ihr habt ja mal drüber nachgedacht, eine Maus mit integrierter Kaffeemaschine, die ich einfach hochheben über meine Tasse halten kann, dann drücke ich die mittlere Maustaste und dann kommt da ein Espresso raus. Da ich keinen Kaffee trinke, ist mir das nie in den Sinn gekommen, aber ist vielleicht ganz gut. Mensch, dann hätte man mal mich fragen sollen, dann wäre das jetzt eine ganz andere Nummer, die Firma. Ja, also die Maus ist ausentwickelt, wahrscheinlich kommen keine großen Entwicklungssprünge mehr und was hat sie uns denn gebracht in den fast 60 Jahren ihres Bestehens, die Computermaus? Also entwickelt war sie ja ursprünglich mal von Engelbart als Mittel zur Erweiterung des menschlichen Intellekts. Ob sie das jetzt gemacht hat oder nicht, das ist eine akademische Frage, aber was sie auf jeden Fall bewirkt hat, naja, sie hat den Computer erst richtig interaktiv gemacht. Wir haben ja die ersten Computer beschrieben, die nicht interaktiv waren, denen wir also eine Aufgabe gegeben haben, die sie dann selbstständig bearbeitet haben, aber eine richtige Interaktion zwischen dem Nutzer und dem Computer, die wurde erst mit dem Bildschirm möglich und dann mit der Maus auch so direkt wie nie zuvor. Also die Maus ist weniger eine Erweiterung des Geistes und vielmehr eine virtuelle Verlängerung der Hand in den Computer hinein, in die grafische Oberfläche, in die Welt, die sich da vor uns auftut. Also die Maus hat viel beigetragen zur Verständigung zwischen Mensch und Maschine, könnte man sagen. Ja und in Verbindung damit war die Maus vermutlich auch daran beteiligt, die Einstiegshürde zu senken und Menschen die Angst vor dem Computer zu nehmen. Das mag heutzutage bezahl klingen, aber als die Computer noch nicht weit verbreitet waren, war das ein Gerät, das ja eine gewisse Komplexität hatte und bei denen viele Heimanwender überhaupt nicht eine Notwendigkeit gesehen haben oder vielleicht sogar eine Abneigung dagegen hatten, damit zu arbeiten. und alles, was das zugänglicher und intuitiver macht, hilft dann dabei auch, diese Technologie akzeptabler zu machen und dass der Mikrocomputer und der PC sich weiter verbreitet hat, das mag auch damit zusammenhängen, dass mit der Maus eine sehr intuitive Eingabemethode existiert hat ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja und sie hat nicht nur dem Computer selbst geholfen, sondern auch der grafischen Nutzeroberfläche dann sich durchzusetzen und umgekehrt die grafische Nutzeroberfläche hat geholfen, der Maus sich durchzusetzen, also in beide Richtungen war das eine Entwicklung und die Maus hat auch ganz neue Möglichkeiten geschaffen, also nicht nur die Benutzung des Computers erleichtert und demokratisiert, sondern sie hat auch völlig neue Software-Möglichkeiten geschaffen, also weit hinaus über die Verarbeitung von abstrakten Daten, von Zahlenkolonnen, nämlich die kreative Gestaltung im Grafik oder im Layout-Programm oder in der Präsentationssoftware, also das, was du ganz zu Beginn beschrieben hast, dass es plötzlich wichtig ist, nicht nur welche Informationen der Computer ausgibt, sondern auch, wo er sie positioniert, wo was auf dem Bildschirm zu sehen ist, das kann man ja für Grafikanwendungen nutzen und das ist erst durch die Maus, naja, und durch andere Eingabegeräte wie den Lichtgriffel, aber vor allem durch die Maus erst möglich geworden. Ja, und dann haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die Maus auch sehr relevant für Spiele war, dass die Maus hier neue Möglichkeiten geschaffen hat, wie Spiele gesteuert werden können, auch hier wieder die Möglichkeiten der Steuerung an sich erweitert hat, sie ist flexibler als ein Joystick, sie ist zugänglicher als eine Tastatursteuerung, ein wichtiges Element bei der Maussteuerung ist sicher auch, dass du eine Maus mit einer Hand bedienst und damit noch eine andere frei hast für eine andere Steuerungsmöglichkeit. Beim Joystick zum Beispiel kommt darauf an, ob du ihn auf dem Tisch stehen hast oder ob du ihn in der Hand hältst, aber meistens ist das eine Eingabe mit zwei Händen bei der Tastatur auch. Maus und Tastatur ist etwas, wo du die Vorteile von zwei Steuermethoden gleichzeitig benutzen kannst, was durchaus ein großer Vorteil für die Möglichkeitsvielfalt bei der Gestaltung auch von Spielen ist und dementsprechend entstehen dann also auch neue Spieler und in diesen Spielen sind flexiblere, präzisere und bessere Steuerungsmöglichkeiten gegeben durch die Maus. Ich glaube, dass wir im Bereich der Spiele der Maus noch was zumindest anteilig zu verdanken haben, nämlich die Prävalenz von Schießspielen, egal ob das jetzt Top-Down-Shooter sind oder sowas wie die Moorhuhnjagd oder First-Person-Shooter, dass die so populär sind, hat natürlich tausend Gründe, darüber kann man ganze Bücher schreiben, aber ich glaube, ein Faktor ist auch, dass die Maus halt perfekt dafür geeignet ist. Die ist ja nun mal dazu gedacht, einen Punkt auf dem Bildschirm anzuvisieren und eine Aktion auszuführen und genau diese Steuerkonvention ist ja ideal für eine Schießmechanik, weil sie dem realen Vorbild so nahe kommt. Natürlich gibt es noch Riesenunterschiede dazwischen, ein Gewehr zu bedienen und eine Maus zu bedienen, das ist mir klar, aber runtergebrochen auf die Grundlagen ist das eigentlich das Gleiche. Ich lenke per Armbewegung einen Zielmarker über ein Ziel und dann drücke ich ab. Das kann die Maus perfekt und das fühlt sich einfach natürlich an und das ist sofort intuitiv erfassbar. Man kann jemanden vor die Moorhuhnjagd setzen, und solange der schon mal eine Maus in der Hand hatte, wird er sofort begreifen, was los ist und wie das funktioniert. Fadenkreuz über Ziel und Abdrücken. Das stimmt alles und das ist ein großes Verdienst der Maus und wir haben ja nun schon gesagt, die Maus ist an sich ein optimiertes, vielleicht ausoptimiertes Gerät, aber es gibt ja nun auch viele Plattformen da draußen, die ohne die Maus wunderbar auskommen. Konsolen haben heutzutage in der Regel keine Maus und lassen sich hervorragend mit Gamepad steuern. Die ganze Kategorie der mobilen Geräte, Tablets, Smartphones werden ohne Maus gesteuert, einfach per Touch. Also können wir uns auch hier zum Abschluss nochmal die Frage stellen, wie sieht es denn mit der Zukunft der Maus aus? Hast du denn Prognose, Henna, wird sie abgelöst werden durch andere Steuerungsoptionen? Ja, ich wage mal eine Prognose. Das sollte man in dieser Branche eigentlich nicht machen, weil die sich immer als falsch herausstellen. Aber ich lasse mich daran messen. Es ist okay. Ich sage, die Maus wird nicht ersetzt. Zumindest wird sie nicht durch ein besseres Eingabegerät abgelöst. Und zwar so lange, wie das primäre Ausgabegerät eines Computers eine zweidimensionale Bildfläche ist. Diese Fläche wird immer größer. Vielleicht haben wir irgendwann keine Monitore mehr, sondern die ganze Wand ist der Monitor. Aber solange es eine 2D-Fläche bleibt, bleibt auch die Maus das optimale Steuergerät. Was die Maus eines Tages ablöst und eines Tages wird sie abgelöst, das ist klar. Das wird, glaube ich, kein physisches Gerät mehr sein, sondern ein Algorithmus oder eine KI. Die Maus ist ja ungeschlagen darin, den Computer zu steuern, aber eines Tages werden KI so clever sein und so genau erkennen, was wir wollen und das auch so gut umsetzen können, dass wir den Computer nicht mehr steuern müssen. Dann müssen wir ihm die einzelnen Schritte nicht mehr vorgeben. Und dann wird die Maus obsolet. Dann weiß der Computer einfach, was er tun soll. Und wenn nicht, dann sagen wir es ihm mit einfachen Worten. Dann wird auch die Sprachsteuerung brauchbar. Dann muss ich den Computer nicht mehr jeden einzelnen Schritt vorgeben. Also wenn ich eine Geburtstagskarte erstellen will, zum Beispiel nächstes Jahr zum 60. Geburtstag der Maus mit Microsoft Paint, dann würde ich das heute noch nicht mit Sprachsteuerung machen, denn dann müsste ich ja jeden einzelnen Schritt verbalisieren. Setz die Luftballons weiter nach links, nee, bisschen größer, nee, sieben Pixel niedriger. Das ist per Sprachsteuerung nicht machbar. Da ist die Maus viel schneller. Aber wenn die KI weiterentwickelt ist, wenn die Maus 80 Jahre alt wird in 20 Jahren, dann werde ich dem Computer wahrscheinlich einfach sagen können, mach mal eine schöne Geburtstagskarte und dann brauchen wir die Maus nicht mehr. Aber bis dahin, solange noch eine Interaktion mit dem Computer auf dieser Detailebene nötig ist, solange wir der Software genau sagen müssen, was sie tun soll, werden wir auch die Maus benutzen. Sehr gut. Dieser Prognose habe ich nichts hinzuzufügen, zumal es in der Vergangenheit ja schon immer wieder Prognosen darüber gab, über das Schicksal der Maus und was wurde da nicht alles schon als Alternativen herbeigeschrieben. Gedankensteuerung, Multi-Touch-Bildschirme, Kamerasteuerung mit Gesichtserkennung, all solche Sachen, die die Maus ersetzen sollten und nichts davon haben wir jetzt und die Maus ist immer noch da und sie wird auch morgen und übermorgen noch da sein. Und wenn du mich fragst, da bin ich auch froh drüber, denn ich arbeite wahnsinnig gerne mit der Maus. Sie ist ein wunderbar intuitives, ergonomisches Arbeitsgerät, macht die Arbeit echt viel leichter und ich bin sehr froh über meine Maus, die ich hier habe. Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort, Christian, aber es gibt noch eines zu klären. Im Gespräch mit Rainer Mallebrein hat er mir nämlich das Folgende gesagt. Ich weiß allerdings nicht, wie heute der Fluglotse, ob der heute mit der Maus arbeitet oder nach wie vor mit dem Trekkingball. Das wäre ein interessanter Punkt. Würde mich sehr interessieren. Ja, und das hat mich auch sehr interessiert und deswegen habe ich nachgefragt bei der deutschen Flugsicherung. Ja, also die Bundesanstalt für Flugsicherung, mit der Mallebrein damals verhandeln musste, die gibt es nicht mehr. Die wurde 1993 abgelöst durch die DFS, Deutsche Flugsicherung GmbH. Die untersteht dem Bundesverkehrsministerium und dort habe ich nachgefragt, wie sieht denn das aus mit der Maus und dem Trekball? Und dort schilderte man mir den aktuellen Fluglotsen Arbeitsplatz wie folgt, es gibt dort Unterschiede je nach Standort, aber meistens gibt es drei Bildschirme, also den Radarschirm und daneben noch einen Touchscreen und noch einen weiteren Bildschirm. Und auf dem Radarschirm sieht man die Flugzeuge und die Flugpläne, die laufen digital auf dem Touchscreen ein und werden dort mit einem Eingabestift bearbeitet, also mit dem Nachfolger des Lichtgriffels. Es gibt aber auch eine Maus und mit der Maus wird auf dem Radarschirm unter anderem der Bildausschnitt verschoben und man steuert mit der Maus noch einen separaten Bildschirm mit Informationen wie der Wetterlage. Das ist die aktuelle Situation. Aber es gibt auch eine neue Generation dieses Standard Flugsicherungssystems, das nach und nach an den diversen Standorten eingeführt wird gerade und bei dieser neuen Generation bekommt die Maus einen noch höheren Stellenwert, denn dann werden einige Funktionen vom Touchscreen auf den Radarschirm verlagert. Das heißt, man macht einen Großteil der Eingaben künftig nicht mehr mit dem Stift auf dem Touchscreen, sondern mit der Maus direkt auf dem Radarschirm. Aber egal, ob es das alte System ist oder das neue, von einem Trackball ist bei der deutschen Flugsicherung derzeit nichts zu sehen. Also ein paar Jahrzehnte nach der Ablehnung der Maus durch die Flugsicherung zugunsten des Trackballs hat sich die Maus doch noch durchgesetzt. Das ist doch eine späte Genugtuung, wenn auch vielleicht nicht mehr für den Herrn Maleprein. Aber guck, jetzt sind wir doch noch alle schlauer hier rausgegangen aus der Folge. Also außer wenn ihr Fluglotsen seid, dann vermutlich nicht. Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was es über die Maus zu sagen gibt. Das denke ich auch. Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir noch irgendetwas vergessen haben sollten oder den noch viel unwahrscheinlicheren Fall, dass vielleicht eine kleine Korrektur notwendig wäre, kommt gerne in unser Forum auf stayforever.de und erzählt es uns dort, redet mit uns darüber. Und ansonsten bedanken wir uns an dieser Stelle. Herzlichen Dank, Henna, für die Vorbereitung dieser Folge, für die ausführliche Recherche und die ganzen Interviews und für das Gespräch und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Stay Forever Technik. Ich danke dir auch vielmals, das war ein sehr angenehmes Gespräch, vor allem mit jemandem, der weiß, wie man die Maus richtig bedient, nämlich Mausrad mit dem Zeigefinger und nicht anders. Und ich danke außerdem natürlich meinen Interviewpartnern, insbesondere dem Herrn Malle-Brain und wenn ihr mehr von ihm hören wollt, dann könnt ihr auf unserer Website auch das gesamte Interview euch anhören, das ich mit ihm geführt habe. Und das Interview mit Richard Lyon gibt es auch, allerdings nicht zu hören, sondern immerhin zu lesen. So, das war's aber jetzt. Sehr gut, bis dann. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss, 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 Tschüss.